Guten Morgen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne die heutige Sitzung und bitte die Ratssekretärin, den Appell vorzunehmen. Sehr geehrte Damen und Herren Ständerätinnen und Ständeräte, Herr Bauer, die Herren Bischof, Burkhardt, Herr Caroni, Madame Chassot, Honorable Chiesa, Madame Croisier-Curlier, die Herren Dietli, Engler, Etlin, Fessler, Monsieur Francais, Frau Friedli, Madame Capani, Herr Germann, die Damen Gmür, Graf, die Herren Hefti, Häcklin, Frau Herzog, Herr Josic, Monsieur Giar, die Herren Knecht, Kuprecht, Madame Mare, Mason, die Herren Michel, Minder, Müller, Nose, Reichmuth, Rieder, Salzmann, Schmid, Monsieur Somaruga, die Herren Stark, Stöckli, Madame Torrent, Vara, die Herren Vicky, Wirt, Zanetti, Frau Zgacken und Herr Zopfi. Besten Dank, Frau Veitscher. Ich begrüsse Frau Vizepräsidentin des Bundesrates, Viola Amhert, herzlich in unserem Rat. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Geschäft auf der Tagesordnung 22.073, Informationssicherheitsgesetz, Änderung, Einführung einer Meldepflicht für Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Wir sind in der Differenzbereinigung. Es gibt hier noch eine Differenz, die wir dann als Konzept beraten. So sehen wir auf der Seite 2 der Fahne, den Entscheid zu Artikel 73b Absatz 3, fällen wir bei Abschnitt 2. Und wir sind auf der Seite 3 bei der Konzeptabstimmung über den zweiten Abschnitt. Ich gebe das Wort der Berichterstatterin, Frau Gmür-Schönenberger. Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, beim Informationssicherheitsgesetz geht es ja eben um die Meldepflicht von Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen. Die eine Differenz, da geht es darum, dass unser Schwesterrat nicht nur eine Meldepflicht für Cyberattacken fordert, sondern auch eine Meldepflicht für Schwachstellen. Der Nationalrat hat diese in der Frühjahrssession mit 126 zu 52 Stimmen beschlossen. Unser Rat die Meldepflicht für Schwachstellen in der Sommersession mit 31 zu 13 Stimmen wieder abgelehnt. Der Nationalrat hat dann in der neuen Formulierung von Artikel 74d Absatz 2 präzisiert, dass eine Schwachstelle nicht gemeldet werden muss, wenn sie durch Eigenentwicklungen der betroffenen Unternehmen entstanden ist. Eine weitere Präzisierung ebenfalls von Artikel 74d Absatz 2 hat die Minderheit der SIG vorgenommen. So sollen Schwachstellen nur dann gemeldet werden, wenn sie einen kritischen Schweregrad aufweisen. Ihre SIG hält mit 9 zu 4 Stimmen an der Fassung des Bundesrates fest und lehnt eine Ausdehnung der Meldepflicht für Schwachstellen ab. Warum? Erstens, aufgrund der unterschiedlichen IT-Systeme können Schwachstellen unter den Betreibern kritischer Infrastrukturen kaum verglichen werden und es drohen unzählige Meldungen. Dies, weil kaum die gleichen Systeme und Software eingesetzt werden. Ein Energiebetreiber, der für die Steuerung der Stromproduktion zuständig ist, verfügt über eine andere IT-Infrastruktur und Lösungen als beispielsweise Banken. Da geht es ums Zahlungssystem oder Flughäfen, wo die aviatische Infrastruktur gemanagt werden muss. Auch innerhalb der einzelnen Branchen sind die IT-Systeme zum Teil so unterschiedlich und vielfältig, dass ein Abgleich und Vergleich von Schwachstellen kaum möglich und sinnvoll ist. Ob die zentrale Erfassung der Schwachstellen einen systemischen Mehrwert im System ergibt, ist fragwürdig. Zweitens, die Sammlung von Schwachstellen an einer zentralen Stelle ist auch gefährlich. Die Gefahr ist groß, dass die Meldepflicht für IT-Schwachstellen die Sicherheit der Systeme nicht stärkt, sondern potenziell schwächt. Eine Meldung von Schwachstellen und die damit verbundene Sammlung an zentraler, staatlicher Stelle setzt voraus, dass das Sicherheitssystem dieser Behörde absolut geschützt ist. Mögliche Legs müssen auf staatlicher Seite zu jeder Zeit komplett ausgeschlossen und, sollten sie dennoch vorkommen, jederzeit und unverzüglich geschlossen werden können. Diese Anforderung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, war bis anhin leider nicht erfüllt. Das Sicherheitsrisiko soll aber reduziert und nicht erhöht werden. Drittens, die Meldung von potenziellen Schwachstellen, was immer als solche erkannt wird, führt zu einer administrativen Mehrbelastung für Unternehmen und Staat, die von echten Cyberangriffen auch ablenken kann. Es droht Rechtsunsicherheit, mehr Aufwand und mehr Risiken. Für diese kontinuierlichen Meldungen müssten in allen Unternehmen allenfalls sogar zusätzliche Stellen geschaffen werden. Dies gilt ebenso für den Staat selbst, um alle potenziellen Daten und Referenzpunkte auswerten zu können. Dies birgt das Risiko der bürokratischen Überforderung und kann auch dazu führen, dass Ressourcen für die Bekämpfung von ernsten Cyberangriffen respektive die Erhöhung der Cyberresilienz nicht zur Verfügung stehen. Schlussendlich, und ich komme zum vierten Punkt, das Gesetz ist widersprüchlich, wenn es um die Meldung geht. Schauen Sie sich Artikel 74e Absatz 1 an. Dieser fordert, dass die Schwachstelle innert sieben Tage gemeldet werden muss. Ansonsten droht ja auch Buße. Andererseits heißt es, dass die Meldungen zu Schwachstellen anonym erfolgen können. Dies bei Artikel 74 Absatz 2 bis, ja, wie soll das überhaupt kontrolliert werden, ob die Schwachstelle innert sieben Tagen gemeldet wurde. Da wird mit ungleichen Ellen gemessen. Eine anonyme Meldung, die kann nie kontrolliert werden. Also nur schon der Gesetzestext, wie er jetzt vorliegt, ist komplett widersprüchlich. Die Erweiterung der Meldepflicht auf IT-Schwachstellen, die vom Nationalrat eingebracht wurde, wurde komplett ohne Vernehmlassung eingebracht. Niemand wurde dazu angehört. Die betroffenen Gesetzesadressaten, die kritischen Infrastrukturen. Sie konnten sich dazu nicht äußern. Auch das ist ein weiterer Mangelpunkt. Aus all diesen Gründen bitte ich Sie namens der Mehrheit der SIG, auf die Verankerung einer Meldepflicht von IT-Schwachstellen für Betreiber kritischer Infrastrukturen zu verzichten. Vielen Dank. Besten Dank, Frau Gmiu-Schönnenberger. Das Wort zur Begründung der Minderheit hat Herr Zopfi. Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin des Bundesrats, meine Damen und Herren. Der Minderheit geht es um mehr Cybersicherheit. Wir stärken in diesem Gesetz ja grundsätzlich die Cybersicherheit. Die Minderheit möchte dies aber noch weiter tun, notabene so, wie es die Mehrheit der Kommission in der ersten Runde auch wollte und eben auch eine Pflicht zur Meldung von Schwachstellen ab einer gewissen Grenze einführen. Meine Damen und Herren, die Cyberschwachstelle von heute ist der Cyberangriff von morgen. Und dies gilt nicht für bekannte und behobene Schwachstellen. Es gilt für unbekannte und nicht kommunizierte Schwachstellen. Es ist schon klar, dass eine solche Meldepflicht, eine zusätzliche Auflage für Unternehmen in unserem Land, dass das an sich bedauerlich ist, weil es, und da stimme ich der Berichterstatterin zu, natürlich einen gewissen Mehraufwand bei den betroffenen kritischen Infrastrukturen verursacht. Die Frage muss aber sein, ist sie notwendig? Sicherheit ist nie gratis. Sicherheit ist ein Aufwand und wir haben es hier mit einem Bereich zu tun, der für die Sicherheit, für die Cybersicherheit in unserem Land elementar und relevant ist. Ich gebe Ihnen Beispiele. Nach der Argumentation der Mehrheit müsste man sagen, eine Meldepflicht bringt eigentlich nie etwas. Es ist nicht bestimmt, was gemeldet werden muss. Es ist nicht bestimmt, wie gemeldet werden muss und so weiter. Lassen Sie mich Ihnen zwei Beispiele geben aus anderen sensiblen Bereichen. Im Bundesgesetz über die Luftfahrt steht in Artikel 20, dass es für besondere Ereignisse in der Luftfahrt ein Meldesystem gibt. Besondere Ereignisse, wenn also irgendein Problem bei einem Luftfahrtfahrzeug, bei einem Flugzeug da ist, dann müssen die Unternehmen das melden, damit andere von diesem Wissen profitieren können. Das schafft mehr Sicherheit zu einem vertreibbaren Aufwand. Ein anderes Beispiel ist Artikel 24 des Seilbahngesetzes. Im Seilbahngesetz steht, besondere Vorkommnisse während des Baus oder Betriebs einer Seilbahn müssen der Aufsichtsbehörde umgehend gemeldet werden. Auch das schafft Sicherheit, wenn Sie an einer Seilbahn in der Schweiz einen Defekt feststellen und merken, dass das bei vielen anderen Seilbahnen in der Schweiz ebenfalls der Fall sein könnte, dann ist es Sinn und Zweck dieses Gesetzes und dieses Artikels, das zu melden, damit andere Vorkehrungen treffen können. Und jetzt stellen Sie sich das im Cyberbereich einmal konkret vor. Wenn jetzt, nehmen wir die SBB als Betreiberin einer kritischen Infrastruktur. Die Informatikerinnen und Informatiker der SBB entdecken eine sicherheitsrelevante kritische Schwachstelle. Was ist dann eigentlich das Logische? Ist andere, die dieselbe Software einsetzen, vor dieser Schwachstelle zu warnen? Und das geht eben nur über die Meldung der Schwachstelle und nicht irgendwie anders. Wenn nachher, wenn das nicht geschieht, dann ist es möglich, dass die SBB diese Schwachstelle beheben und dieses Einfallstor schliessen. Aber die anderen Unternehmen der kritischen Infrastruktur, die können das nicht, weil ihnen die Schwachstelle, die die SBB vielleicht sogar zufällig entdeckt hat, nicht bekannt ist. Und nochmals, es geht nur um die Betreiberinnen und Betreiber kritischer Infrastruktur. Es wurde zum Teil fast so getan, auch in der ersten Runde hier im Rat, wie wenn jedes Schweizer KMU davon betroffen wäre. Das ist nicht der Fall. Es geht nur, immerhin, aber nur um die Betreiber kritischer Infrastruktur. Ja, die werden einen gewissen Mehraufwand haben, aber ja, die haben auch einen enormen Nutzen, weil Schwachstellen allen Betreiber dieser Infrastruktur, und die ist, sonst wäre sie nicht kritisch, relevant für unser Land, bekannt sind. Deshalb hat in der ersten Runde hier im Rat auch die Kommission eine Annahme der Meldung von Schwachstellen gefordert. Und deshalb wurde auch vermehrt, auch von jenen, die das letzte Mal dagegen gestimmt haben, Sympathie für eine Meldung von Schwachstellen geäussert. Es wurde einfach gesagt, man soll doch das noch ein bisschen anwenderfreundlicher und ein bisschen weniger aufwandgenerierend ausgestalten. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was die Minderheit konkret vorschlägt. Sie sehen das, der Nationalrat hat bereits, ist bereits mit der Meldepflicht, hat die stark modifiziert. Die Minderheit beantragt eine Meldepflicht nicht einfach überall, bei jeder Wachstelle, unabhängig, ob sie relevant ist oder nicht, sondern ab einem kritischen Schweregrad. Man könnte jetzt sagen, ja, was ist kritischer Schweregrad? Und dazu kann ich Ihnen sagen, das ist definiert. Das ist ein internationaler Standard, was ein kritischer Schweregrad ist. Im sogenannten CVSS-Score wird das schweizerisch oder international definiert. Das ist ein System, das kommt aus Amerika und es wird für Schwachstellen sozusagen Scores oder Noten verteilt, wo man sieht, wie die Grösse ist. Und gemeldet werden muss nur eine, die einen kritischen Schweregrad ausweist. Wir müssen das mit diesen Scores nicht verstehen, aber die Expertinnen und Experten, die wissen genau, was gemeint ist. Die Informatikerinnen und Informatiker in den Unternehmen, das sind nicht die Juristen, wie ich, die das melden müssen, die Leute in den Unternehmen, die wissen, was mit kritischem Schweregrad gemeint ist. Ebenfalls nicht gemeldet werden müssen, die Berichterstatterin hat gesagt, es werden ja überall verschiedene Systeme eingesetzt. Ebenfalls nicht gemeldet werden müssen, Systeme, die nur in Ihrem Unternehmen eingesetzt werden, weil es sich um eine eigene Entwicklung handelt, die Sie entweder selbst gemacht haben oder die Sie für sich in Auftrag gegeben haben und die von einem Unternehmen für Sie entwickelt wurde. Wenn also nur Sie eine Software einsetzen, dann kann die Schwachstelle auch nur Sie betreffen und das müssen Sie ebenfalls nicht melden. Auch damit ist die Flut von Meldungen eben gebannt. Und das Letzte, die Minderheit beantragt Ihnen in der modifizierten Version des Nationalrates, dass innert sieben Tagen gemeldet werden muss. Auch das nimmt eine Kritik auf, dass 24 Stunden, wie es bei Cyberangriffen ist, eine sehr kurze Frist ist. Es muss innerhalb von sieben Tagen gemeldet werden. Und die Meldung kann anonym erfolgen. Und jetzt sagt die Berichterstatterin, das sei ein Widerspruch, weil anonym und sieben Tage könne man nicht kontrollieren. Natürlich können Sie das. Die Stelle, wenn Sie in Ihrem Cybersicherheitsaudit im Unternehmen feststellen, dass Sie eine Schwachstelle haben, dann werden Sie die melden, möglicherweise anonym. Aber Sie werden für diese Meldung, Sie selbst sind ja nicht anonym, ich kenne mich selbst normalerweise, also kann ich die Meldung machen und erhalte dann eine Bestätigung, dass ich gemeldet habe. Sollte es nachher, und es geht ja hier um die Sicherheit und nicht um Strafen, sollte es nachher fraglich sein, ob diese Schwachstelle je gemeldet worden ist, dann kann ich mit diesem Dokument beweisen, dass ich innert sieben Tagen diese Schwachstelle gemeldet habe. Aber beim Empfänger ist sie eben im Moment, wo es nicht um Strafen oder ums Büßen geht, ist, sondern um die Entdeckung und die Aufdeckung der Schwachstelle, ist sie anonym angekommen. Das reicht auch. Man muss die Schwachstelle kennen, man muss nicht unbedingt wissen, wo das sie gewesen ist. Und es irritiert mich ein bisschen, dass man diese Konzession an die Betreiberinnen und Betreiber kritischer Infrastrukturen, weil das war ein Punkt, den Sie kritisiert haben, dass man diese Meldungen nicht anonym machen kann, dass man diese Konzession nun eigentlich in einen Widerspruch verkehrt, um dagegen zu argumentieren. Also geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es geht letztlich darum, mehr Sicherheit zu schaffen. Sicherheit ist nie gratis. Sicherheit im Cyberbereich ist extrem relevant. Wir hatten Vorfälle und ich sage es Ihnen nochmals, die Schwachstelle von heute ist der Cyberangriff von morgen. Ich bin überzeugt, dass wir gut daran tun, das hier in dieser moderaten Form einzuführen. Und ein letztes Wort. Die USA-Führer in dieser Branche und bei diesen Systemen wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren eine solche Meldepflicht einführen und dann wird sie automatisch indirekt wegen Branchenstandards auch für unsere Unternehmen gelten. Nur ist es dann die Meldepflicht, die Amerika eingeführt hat, die sicher nicht Rücksicht auf die Schweizer KMU nehmen wird. Und hier hätten wir die Möglichkeit, mit der Minderheit eine moderate Meldepflicht von Cyberschwachstellen einzuführen, die für alle umsetzbar ist und deutlich mehr Sicherheit schafft. Ich danke Ihnen für die Unterstützung der Minderheit. Besten Dank, Herr Zopfi. Das Wort ist frei für die Mitglieder der Kommission. Herr Wicke. Ja, Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich danke dem Minderheitssprecher, dass er Seilbahnen angesprochen hat und es ist natürlich schon so, auch Seilbahnen birgen Risiken, oder? Ich muss einfach, korrekt ist hier, ein Schaden muss gemeldet werden, wenn er erkannt wird. Ich muss nicht suchen, sondern ein Schaden muss gemeldet werden, wenn er erkannt ist. Das ist das Gleiche bei Cyber, wenn ich erkenne, dass ich angegriffen worden bin, dann melde ich das, selbstverständlich. Aber ich muss nicht verpflichtet werden, dauernd nach Schäden zu suchen und diese dann zu melden, ansonsten ich bestraft werde. Das ist der kleine, aber feine Unterschied, oder? Übrigens, das gibt es auch bei den Autos, das ist nicht nur bei den Seilbahnen. Bei Autos, wenn ein Schaden erkannt wird, gibt es eine Rückrufaktion, das ist heute schon so. Aber es ist nicht so, dass jeder Garagist einen Schaden suchen muss, den er noch gar nicht kennt. Und wir wehren uns ja nur gegen solche Aktivitäten. Es werden heute schon 20, 30 Meldungen pro Tag gemeldet, international, und die bist du dann verpflichtet zu implementieren in dein System. Ansonsten du Gefahr läufst, dass du von Cyberangriffen attackiert wirst. Und das ist der vernünftige Weg, oder? Es gibt ein weltweit umspannendes Netz, dort gibt es viele Informationen und diese Informationen müssen gebündelt werden. Das ist aber eine NCC-Aufgabe. Jetzt stellen wir uns vor, ein Velokurier mit einem gut ausgebildeten IT-System müsste jetzt jeden Tag suchen, wo sind meine Schwachstellen, wo sind meine Fehler. Das ist einfach unverhältnismäßig. Und wenn der Schaden erkannt wird, dann sind wir uns einig. Dann melden wir den. Wie bei den Seilbahnen, das machen wir dort auch. Und bringen die ganze Seilbahnbranche so auf ein sicheres Niveau. Aber es kann nicht sein, dass ich mit Busse angedroht werde, wenn ich etwas nicht melde, das ich gar nicht gewusst habe. Und das ist hier der Fall. Und deshalb bitte ich Sie, die Mehrheit zu unterstützen. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Wickrich. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission. Herr Juart, Sie haben die Wortmeldung. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Präsidentin, Frau Präsidentin, Frau Präsidentin, Herr Präsidentin. Ich bin auf diese Frage in der minorität. Ich werde versuchen, warum ich diese Proposition der minorität unterstütze. Der rapporteur der minorität hat gesagt, dass die heute die vulnerabilität sind die cyberattaque der heute. Das ist sehr wichtig, weil es wichtig ist, weil es etwas zu sehen, dass die cyberattaque ist, bevor die Wicke ist. Aber, meine Damen und Herren, dass die cyberattaque ist, dass die nicht so gut zu sagen, dass es schwierig ist, dass es schwierig ist, dass es eine konstante Evolution ist, und dass die Sicherheit absolut nicht gibt. Aber, meine Damen und Herren, dass die cyberattaque ist, dass es nachdem, dass es nachdem, dass es nachdem, dass es nachdem, wie unser Kollege Vicky erzählt hat, dass es nachdem, dass ein incident auf eine Fahrt mit ein incident auf eine eine neue Nutzung, das hat ein bisschen seine Grenze und die Effekte, die sind auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass Siegner die Cyber-Kerzüge, ist gut, aber wenn man, wenn man ein bisschen anticiper, es ist einfach wieder zu laufen, weil Siegner die Vulnerabilität, es ist einfach zu machen. Die Präzüge, ist die Anticipation. Wenn man sieht, die Veränderungen, die sind durch die Cyber-Kerzüge, Il y a un intérêt évident, un intérêt certain à agir avant que les cyberattaques ne soient lancées pour essayer de prévenir. C'est aussi un acte de solidarité que de signaler les vulnérabilités, solidarité avec les installations qui ne se seraient pas encore rendues compte qu'ils étaient aussi sujets à des attaques parce qu'ils avaient aussi cette vulnérabilité dans leur système. Aussi, je crois, mesdames et messieurs, que nous avons vraiment un intérêt certain à soutenir cette annonce de vulnérabilité parce que c'est rendre service aux autres, c'est lutter préventivement contre ces attaques qui peuvent déstabiliser complètement notre système, système de santé, système énergétique, système étatique en général. Et je vous invite vraiment à soutenir la minorité de la Commission. Bestes d'accord, Herr Schüat. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission, für die Mitglieder des Rates. Herr Zopfi, Sie haben sich noch einmal gemeldet. Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin des Bundesrates, meine Damen und Herren, ich kann wie schon in der ersten Runde das, was Kollege Vicky als Seilbahn-Spezialist, aber vielleicht weniger als Cyberspezialist gesagt hat, hier einfach nicht so stehen lassen. Erstens, Kollege Vicky, Velokuriere sind keine kritische Infrastruktur. Zweitens, wenn Sie mir zeigen, wo in diesem Gesetz steht, dass man nach Schwachstellen suchen muss, da gebe ich Ihnen nicht nur eine Flasche Wein, dann können Sie einen Sechser-Karton haben mit goldenem Mescheli rundum und noch eine Uhr dazu. Wissen Sie, warum ich das versprechen kann? Weil Sie das nicht finden werden. Es gibt keine Pflicht für die kritischen Infrastrukturen, nach Schwachstellen zu suchen. Es gibt nur die Pflicht, und nur darum geht es, eine Schwachstelle, die bekannt ist, mir selbst als kritische Infrastruktur, nicht aber der Öffentlichkeit, nicht öffentlich bekannt, steht explizit im Gesetz, zu melden. Ob Sie die zufällig gefunden haben, ob Sie die gefunden haben, weil Sie danach gesucht haben, ob Sie die im Rahmen eines Cybersicherheits-ODIT gefunden haben, spielt keine Rolle. Sie muss Ihnen bekannt sein, dann können Sie sie melden. Was nicht bekannt ist, kann nicht gemeldet werden und muss auch nicht gemeldet werden. Das ist üblich, das ist auch an anderen Orten, in anderen Gesetzen so, und ich bitte Sie hier, die Sachen nicht allzu sehr zu verdrehen. Besten Dank, Herr Zopfi. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder des Rates. Herr Wicke, Sie haben sich nochmals gemeldet. Ja, diese Replik nehme ich natürlich gerne auf, Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Kollege Zopfi, wenn Sie mir garantieren und bestätigen, dass die Gerichte das dann nicht so auslegen in der Zukunft, dann werfe ich noch eine Flasche nach und fülle die Kiste und schicke die Ihnen. 100 Prozent, hier können Sie sich darauf wetten. Aber ich garantiere Ihnen, in fünf Jahren werden die Gerichte dann eben nicht nur sagen, du hättest das, was du gesehen hast, musst du melden, sondern du musst es eben immer suchen und du musst immer für die Allgemeinheit das Beste machen. Und aus diesem Grund wird sich das so weit entwickeln, dass man das suchen muss. Und aus diesem Grund, die Wette gilt, Kollege Zopfi, können Sie sich darauf wetten, aber Sie müssen dann auch gerade stehen, wenn die Gerichte das dann so interpretieren, dann erwarte ich dann die Flasche, aber nur eine Flasche mit der Masche. Besten Dank, Herr Wicke. Das Wort hat jetzt die Vizepräsidentin des Bundesrates. Ja, besten Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren Ständerätinnen und Ständeräte. Ausser Protokoll möchte ich doch sagen, wenn die Flaschen dann geöffnet werden, wäre ich auch gerne dabei. Spass beiseite. Der Nationalrat hat an seiner Sitzung vom 11. September 2023 beschlossen, an der Differenz mit dem Ständerat festzuhalten. Er befürwortet weiterhin die Ausweitung der Meldepflicht auf Schwachstellen. Er hat dabei einem Kompromissvorschlag zugestimmt, der die Meldepflicht auf Schwachstellen bei eingekauften Soft- und Hardwareprodukten beschränkt. Ihre Sicherheitspolitische Kommission, das wurde von der Kommissionssprecherin dargelegt, hat diesen Vorschlag geprüft. Sie hat dabei auch einen Antrag von Ständerat Zopfi behandelt, welcher die Meldepflicht für Schwachstellen weiter einschränken will und die Möglichkeit von anonymen Meldungen vorsieht. Ihre Kommission hat den Kompromissvorschlag des Nationalrates, wie auch den Antrag Zopfi abgelehnt. Sie hat sich erneut gegen die Ausweitung der Meldepflicht auf Schwachstellen ausgesprochen und hält an der ursprünglichen Fassung Ständerat und Bundesrat fest. Der Bundesrat teilt die Einschätzung ihrer Kommission. Die im Vorfeld geäusserten Bedenken der Wirtschaft zeigen, dass es einen grossen Unterschied gibt zwischen Meldungen von Cyberangriffen und Meldungen von Schwachstellen. Das NCSC nimmt seit vielen Jahren Meldungen von Cyberangriffen entgegen. Der Informationsaustausch ist gut etabliert und es besteht ein hohes Vertrauen seitens der Wirtschaft, dass man mit diesen Meldungen korrekt umgeht. Bei Meldungen von Schwachstellen ist diese Zusammenarbeit noch nicht gleich ausgeprägt. Das NCSC hat seine Kapazitäten für die Analysen von Schwachstellen erst in den letzten Jahren aufgebaut. Es besteht deshalb noch kein regelmäßiger Austausch zu Schwachstellen. Wir bedenken, dass dieses Echanges über die Vulnerabilität zuerst auf eine Basis-Volontäine stattfindet, bevor man eine Obligation von Notifikation zu geben. Die Hoffnung von der Wirtschaft und der Wirtschaft für die Aufmerksamkeit für die Vulnerabilität zu geben wird, wird besser gegründet auf eine Basis-Volontäine als eine Obligation von Notifikation zu geben. Ich bitte Sie, Ihre Entscheidung zu halten und den Conseil fédéral und Ihre Kommission zu folgen. Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin des Bundesrates. Wir entscheiden. Ja heisst Antrag der Mehrheit unterstützen, Nein heisst Minderheit Zopfi unterstützen. Sie können stimmen. Sie haben sich für die Mehrheit entschieden mit 32 gegen 12 Stimmen bei 0 Enthaltungen. Artikel 74a Absatz 1, 3 und 4 bereits entschieden bei Abschnitt 2. Wir sind auf Seite 5 der Fahne, Artikel 74b Absatz 1 Buchstabe D und Absatz 2 und 3 bereits entschieden bei Abschnitt 2. Artikel 74c auf Seite 10 der Fahne, bereits entschieden bei Abschnitt 2. Artikel 74b Absatz 2, Artikel 74b Absatz 2 ebenfalls bereits entschieden bei Abschnitt 2. Artikel 74b Absatz 2, Artikel 74b Absatz 2, Artikel 74b Absatz 2 bereits entschieden bei Abschnitt 2. Wir kommen zu Ziffer 2. So beschlossen Artikel 102 Absatz 2, Artikel 72 Absatz 2 ebenfalls bereits entschieden bei Abschnitt 2. Das Geschäft geht zurück an den Nationalrat. 22.074 Räumung des ehemaligen Munitionslagers mit Holzverpflichtungskredit Wir führen die Eintretensdebatte. Berichterstatter für die Kommission ist Monsieur Francais, vous avez la parole. Vielen Dank. 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 Es war eine Révaluation des Risks, und es ist essentiellement die Effekte, nicht nur von der Explosion, sondern von Problematik, die auf die Pollution, die sind. In April 2019, der OFEV, in seiner Qualität, als Organe Compétent für die Accidents Majeure, hat examiniert die Analyse des Risks, die wir im DPS, conforme am Prozess habituell, der Exécution des LOPAM, LOPAM étant l'Ordenance für die Protection des Accidents Majeurs. Pour ce faire, il était commandé un rapport indépendant qui s'est appuyé sur les évaluations des DPS, et il a confirmé que les Risks n'étaient pas acceptables, selon les critères définis par l'Ordenance. Le 4 décembre 2020, suite à ces évaluations par le groupe de TriMittal, si elles examinent différentes options, le Conseil fédéral a formellement décidé d'entreprendre l'évacuation des résidus de munitions. Dès janvier 2021, le processus de planification de cette évacuation a été entamé par l'organisation du projet des DPS, impliquant la participation des offices fédéraux, du Département fédéral des Finances, du DTEC, du DDPS, ainsi que du BLS. A relever que votre commission s'est rendue sur le site, dans la première partie de cette législature. Pour observer très clairement ce dépôt, c'était d'ailleurs relativement intéressant, il n'y a pas eu de crise cardiaque de la part de nos collègues, mais c'est vrai que quand on va devant le site, on peut s'interroger quand on voit des munitions qui sont à l'air libre et qui étaient à proximité de troupes durant toutes ces années. Il est essentiel de noter que cette évacuation projetée aura un impact considérable sur la population locale, compte tenu de l'évaluation des risques et des ventes et de l'exposions, sur son environnement et sur l'aménagement des territoires. Et cela doit s'être inscrit donc dans le plan sectoriel militaire. Dans cette optique, le DDPS a élaboré les bases légales nécessaires pour la planification, l'évacuation et en parallèle la proposition budgétaire présentée au Conseil fédéral le 16 novembre 2022. Une consultation publique, conforme à la loi sur l'aménagement des territoires, a été menée de mai à août 2022, impliquant les cantons et les communes concernées ainsi que la population. Les résultats de cette consultation ont montré un soutien conséquent de la part des cantons de Berne et du Valais et surtout de la commune, de la commune de Kandergroun et de la communauté d'intérêt de Militas et d'autres parties prenantes. Il est important de noter que les résidus de munitions pesant environ 3 500 tonnes contiennent une charge significative de polluants, y compris certaines centaines de tonnes d'explosifs et de métaux lourds tels que le mercure, le plomb, le zinc et l'antimoine. Si vous me demandez tout le détail de cela, je serais bien sûr incapable de vous répondre, en particulier sur ce que l'antimoine, mais bref, les 4 composants cités sont des composants qu'on a dans la matière explosive. Durant les travaux de construction, des mesures strictes de contrôle d'élimination conforme aux réglementations sur les déchets seront bien sûr appliquées pour éviter les contaminations de la lappe phréatique présente sur le site. Une incertitude demeure concernant l'emplacement exact, l'état et la quantité des déchets des résidus dans la galerie ferroviaire en celui, ce qui entraîne les défis dans la planification des coûts et une opération à risque non négligeable. Cette incertitude ne sera levée qu'après l'ouverture prévue de la galerie prévue après 2032. Par mesure de sécurité, il est nécessaire de déplacer les populations concernées vers un lieu sûr et de mettre en place des mesures de protection de la population. Les travaux projetés sont conséquents dans les travaux préalables puisqu'il est bon de noter que tous ces travaux s'effectueront par différentes phases. De 2022 à 2025, ce sont des mesures préalables. De 2026 à 2030, c'est des mesures de protection de la population, des placements de la population, protection de la route qui est sous la responsabilité de l'Office fédéral des routes puisqu'elle a été classifiée en troisième catégorie. Et l'autre est bien sûr la ligne du Loisbert, la ligne de la montagne qui doit être protégée. Voilà, dès 2031, c'est le début de l'évacuation et l'élimination des restes des munitions. Et à partir de 2041, la remise en état du site et la réinstallation de la population. La commission des finances, conformément à l'article 50 alinéa 2 de la loi sur le Parlement, a transmis un co-rapport le 4 mai 2023 à sa commission et c'est par 7 voix contre 1 et 2 abstentions que la commission des finances du Conseil des Etats, dont notre conseil, propose d'entrée en matière sur le projet. Par 5 voix contre 4 et 1 abstention, cette même commission propose de s'entendre venir au montant de réserve proposé par le Conseil fédéral. Donc vous entendez qu'il y a eu des discussions par rapport à cet engagement et surtout la planification de cet engagement. Les montants projetés pour la première tranche, donc les mesures préalables et de protection et préparation de l'élimination des munitions sont de 1,9 milliards. La deuxième tranche est l'évacuation et l'élimination des restes de munitions remises en état du site et réinstallation de la population de l'État pour un montant de 740 millions. Des réserves pour les risques liés au projet pour l'enchérissement attendu de 760 millions. Bref, un total pour le crédit d'engagement de 2,5 milliards de 990 millions. Si plusieurs séances préalables ont eu lieu avant l'étude du message, c'est seulement le 11 mai 2023 que notre commission s'est pensée sur le message, sachant que préalablement le Conseil national avait pris décision. Lors de cette séance du 11 mai 2023, la commission a été convaincue qu'il fallait intervenir et a donc été entré en matière à l'unanimité. Préalablement, et même par la suite, nous avons recueilli plusieurs avis d'experts, ainsi que des présentants de la commune de Kanderhoun et du groupe Monatère & Mittels, et la commission a conclu que la situation actuelle dans l'installation et le cône des a voulu présenter un risque inacceptable. Elle a également exprimé satisfaction quant au fait que de nouvelles analyses de risque avaient été effectuées en 2018 et 2020 et que plusieurs options avaient été examinées. Je m'arrêterai deux minutes sur les différentes options parce qu'elles sont nombreuses, puisqu'encore dans la séance de décision du 3 juillet, 4 juillet de cette année, nous avons encore reçu quelques experts qui nous ont fait différentes propositions de variantes dont, je ne vous cache pas, une des variantes à titre personnel me trouve intéressante, c'est ce qu'on appelle l'encapucement. Bref, c'est de remplir complètement l'élément de matière pour éviter justement l'effet de déflagration puisqu'il y a un vide relativement conséquent de la munition et le haut de la galerie. Pourquoi plusieurs d'entre nous, finalement, ont accepté cette proposition et pas rentrer en matière avec les expertises qui contredisaient la décision ? Pour ma part, c'est essentiellement pour les problématiques liées à la pollution, sachant qu'il y a une nappe phréatique conséquente et que les matériaux qui sont aujourd'hui enfouis progressivement peuvent progresser vers l'aval, en tout cas par les transits de l'eau et avoir un impact non négligeable sur la nappe phréatique et on pourrait laisser pour les générations futures une masse polluante relativement importante et surtout qui serait quasiment impossible de maîtriser à terme. Vous me direz, depuis 1947 jusqu'à aujourd'hui, c'est passé beaucoup de temps. Il est sans aucun doute possible qu'une partie de ces eaux ont migré et ont provoqué une pollution de la nappe phréatique souterraine. Mais maintenant, il faut agir et il faut intervenir. C'est pour ça que le projet a été adopté par onze voix pour, aucune voix contre et deux abstentions sur ce projet. Même vos serviteurs, qui étaient quand même relativement sceptiques sur cet engagement, a pris la décision de soutenir ce projet. Je me permets de compléter en sachant qu'il y a eu beaucoup d'interrogations au sein de la Commission, on y reviendra par la suite, c'est une notion de surveillance d'un engagement aussi important et surtout sur un laps de temps aussi important. Cette discussion a lieu fera l'objet peut-être de décisions futures, en tout cas lors de la prochaine législature dans cette motion de surveillance. En ce qui concerne les deux propositions EFTI, elles n'ont pas été traitées au sein de notre Commission. Je vous remercie. Qu' bestimmtedance, une question que Bessulaire. La parole est à la ministre. La parole est à la ministre de la Commission. Ils ont déjà fait pour les filles, se sont les TropesION. La parole est parME, und wohl auch für andere in diesem Rat ein ganz schwieriger. Einerseits ist der Kredit gewaltig hoch und andererseits geht es um eine äusserst lange Zeitdauer, bis alles geräumt ist. Es ist nicht dasselbe, ob wir einen Flieger für 6 Milliarden kaufen, den andere Armeen schon x-mal eingesetzt haben, oder ob wir für 2,59 Milliarden Franken ein Projekt bewilligen, das sehr viel Unsicherheiten mit sich bringt und das 20 Jahre lang dauert. Bei solchen Zeitspannen kann einiges schief gehen, das müssen wir uns einfach bewusst sein. Es sind 760 Millionen Franken Reserven vorgesehen, das sind 29 Prozent des ganzen Projektes. In der Wirtschaft würde ein Projekt, bei welchem ein Drittel der Kosten als Reserve ausgeschieden werden muss, niemals bewilligt. Das VBS benötigt für die Ausarbeitung des Projektes Räumung gerade einmal 8 Monate. Diese kurze Zeitspanne wirft Fragen auf. In der privaten Wirtschaft würde ein Verwaltungsrat ein solches Projekt zurückweisen und in eine ganz breite Vernehmlassung schicken und alle in Frage kommenden Varianten nochmals minutiös prüfen und durchleuchten. Dem finanziellen und zeitlichen Aspekt würde ein Verwaltungsrat eine viel grössere Bedeutung zuordnen. Die effektive Räumung beansprucht das Wissen wir etwa nur 30 Prozent der Kosten, während der ganz große Teil auf Tunnelbau, Schienenverlegung, Evakuierung usw. entfällt. Es hat für mich in dieser Vorlage, auch wegen der sehr langen Dauern von 20 Jahren, viele Fragezeichen. Ich habe mich persönlich sehr intensiv mit diesem Projekt auseinandergesetzt und wir haben es schon unter meinem SIG-Präsidium vorbehandelt und den Ort besucht. Was mir in Bezug auf mögliche Alternativen fehlt, ist die sehr tiefe und breite ausgelegte bauingenieurliche Betrachtung. In einem Ohr habe ich das VBS und die Geologen, die sagen, man könne in die Klüfte nicht oder man könne die Klüfte nicht wasserdicht verfüllen und verschliessen. Und im anderen Ohr habe ich die Bauingenieure, welche sagen, es sei möglich, in allen Varianten zu bohren und zu injektieren. Was gilt nun? Wer hat Recht? Ich bin der Meinung, dass das VBS sehr schnell den Fokus auf die Entsorgung und Entfernung der Munition richtete. Das kann ich auch nachvollziehen. An ein solches Projekt würde ich jedoch mit einem ganz breiten Fächer von Varianten herangehen. Das wäre hier die Verfüllung, Verkapselung und auch die totale Sprengung. Die VBS-Leute haben uns versichert, dass das Räumen von beschädigten Munitionsdepots eigentlich eine Routinearbeit sei. Es gäbe solche Arbeiten immer nach dem Ende eines Krieges. Ich bin mir da nicht so sicher, ob dem so sei. Für mich ist das extrem schwierig zu beurteilen. Ist das wirklich eine Routinearbeit? Eigentlich wünschte ich mir einen rein sachlichen, fachlichen Entscheid zu Mitholz. Nach dem, was ich gelesen und gehört habe, ist es für mich eher ein Politischer. Man gewichtet die Umsiedlung der Bewohner sehr stark und glaubt, nach 20 Jahren würden diese Personen wieder in ihre angestammten Häuser und Wohnungen zurückkehren. Es fällt mir schwer, das zu glauben und hat in der Gewichtung aller Varianten einen sehr großen Stellenwert bekommen. Und es war auch falsch, das Vorausprellen des Bundesrates bei der Umsiedlung der Personen. Olivier Francais hat in der Kommission einen bemerkenswerten Satz gesagt, den ich mir erlaube, zu wiederholen. Il n'y a pas de sécurité et de risque zéro dans ce projet. Dieses Statement hat es in sich. Denn auch die Räumung, auch wenn mit Roboter und aus Distanz, bringt ihre Gefahren. Und wie gesagt, in einem solchen Projekt, das über 20 Jahre geht, ist die Gefahr von Unvorhergesehenen enorm groß. Das gilt besonders auch für die Finanzen. Aus all diesen Überlegungen heraus tue ich mir schwer mit diesem Entscheid von heute, der vollständigen Räumung und ich enthalte mich der Stimme. Besten Dank, Herr Minder. Das Wort hat Herr Salzmann. Ja, besten Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. In der Explosionsnacht vom 19. auf den 20. Dezember 1947 verloren im Mitholz insgesamt neun Menschen ihr Leben, davon vier Kinder. Diese Katastrophe hat die betroffenen Familien bis heute geprägt. Die abgebrannten Häuser wurden wieder aufgebaut, weil die Behörden ihnen versicherten, dass keine Gefahr mehr bestünde. Eine Aussage, die, wie wir heute wissen, nicht stimmt. Wieder sind die Anwohner in Gefahr. Die Munitionsreste, die sich im Mitholz befinden, die wir selber auch besichtigen konnten, sind unberechenbar und lagen auf einer fragilen Unterlage. Nun stellt sich die Frage, wie man das Problem löst. Und es gibt grundsätzlich zwei Varianten. Räumen der Munition oder behalten der Munition mit Verkapsule, Verfüllung und Abdichtung. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Aber nur eine löst das Problem endgültig. Das ist die vollständige Räumung. Jede andere Variante lässt latente Gefahren zurück und das können wir der Bevölkerung nicht zumuten. Die sehr umfangreiche und, ich finde, sehr professionelle Expertise des Bundes zeigt deutlich, dass eben nur die vollständige Räumung eine endgültige Lösung für die kannte, gründer und umliegende Bevölkerung, für den Durchreiseverkehr und für den Tourismus bringt. Alles andere wäre eine risikoreiche Verschiebung des Problems auf die Nachkommen. Die Bevölkerung ist verunsichert und hat auch Angst. Sie will sich aber dem Problem stellen und nimmt dazu auch einiges in Kauf. So wie sich die Bevölkerung im Kandertal dem Problem stellt, sollten wir uns auch dem Problem stellen und es keinesfalls auf die Nachkommen verschieben. Es braucht jetzt Sicherheit. Sicherheit für die Bevölkerung, Planungssicherheit für die Gemeinde, für eine Zukunftsperspektive im Kandertal für alle betroffenen Personen. Aus diesem Grund, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bitte ich Sie, auf die Vorlage einzutreten. Die Einzelanträge heftig abzulehnen und am Schluss der Mehrheit zuzustimmen und das Projekt zu genehmigen. Ich danke Ihnen auch im Interesse der Kandertaler bestens. Besten Dank, Herr Salzmann. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission. Herr Zopfi. Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin des Bundesrats, meine Damen und Herren. Vorweg, ich bin für Eintreten auf dieses Geschäft und ich bin der klaren Ansicht, dass man das Problem der Munition in Mitholz lösen muss. Das sind die Bevölkerung, aber auch der Umwelt schuldig und da stimme ich mit Kollege Salzmann überein. Aber ich kann dieses Geschäft nicht einfach unkommentiert lassen, da ich in gewichtigen Punkten mit der Arbeit des Departements nicht ganz zufrieden bin. Ich kann die technischen Verfahren, die geprüft wurden, nicht bewerten. Ich bin Politiker und Anwalt und kein Bauingenieur oder Ähnliches. Kollege Francais war in der Kommission wohl der Einzige, der die technischen Erläuterungen verstehen konnte. Aber was ich kann, ist Auskünfte zu plausibilisieren und einzuordnen und vor allem mir ein Bild zu machen, ob übliche Prozesse im Rahmen des Projekts eingehalten wurden. Mein Eindruck ist, dass dies nur zum Teil der Fall gewesen ist. Mein Eindruck ist, dass die Räumung des Immunitionslagers allzu früh politisch entschieden worden ist. Und man, und ich sage nicht, dass das nicht nachvollziehbar und verständlich ist, allzu früh eine politische Lösung für ein technisches Problem gesucht und vermeintlich gefunden hat. Dabei sollte eigentlich klar sein, dass wir nicht nur den Steuerzahlern, sondern auch der Bevölkerung schuldig wären, eine saubere Evaluation der verschiedenen Varianten durchzuführen, selbst wenn dies am Anfang mehr Zeit benötigt. Der Grund, weshalb ich hier keine Minderheit gemacht habe, liegt nicht nur darin, dass ich wohl fast alleine geblieben werde. Er liegt auch darin, dass ich immerhin die Hoffnung habe, dass man das Projekt in dessen Verlauf gut überwacht und auch zulässt, bessere Lösungen für einzelne Schritte zu finden. Das ist dann auch der Grund meines Votums. Wenn Sie sich nun fragen, gegen was sich meine Kritik denn nun genau richtet, zeige ich Ihnen das gerne an einem recht entscheidenden Punkt auf. Das vorliegende Projekt basiert darauf, die Munition vollständig zu räumen. Das ist mindestens politisch absolut nachvollziehbar. Es wurde aber nie geprüft, ob eine Kombination einer Verkapselung mit einer anschließenden Räumung nicht zielführender wäre, als die angedachte Variante. Diese Variante hat mehrere Nachteile, welche es zumindest nahelegen würden, auch eine kombinierte Variante ins Auge zu fassen. Erstens sind die Kosten enorm hoch. Da mag man zu Recht einwenden, dass die Kosten in diesem Fall nicht erst der Maßstab sein dürfen. Geht es doch um die Sicherheit der Bevölkerung und deren Existenz in Mitholz. Zweitens ist sie aber auch extrem langwierig und, aus meiner Sicht, der Sicht eines Laien mit grossen Unsicherheiten verbunden. Ich verstehe deshalb nicht, weshalb man nicht eine kombinierte Variante geprüft hat, was notabene auch von ausgewiesenen Experten vorgebracht worden ist. Dass man das nicht hat, weist die Botschaft explizit aus. Dass man dies aber auch noch nicht tun wollte, dass man dies auch nicht noch tun wollte, also nachholen wollte, irritiert mich etwas. Und noch irritierender sind die Argumente dafür. Es brauche eben mehrere Jahre, das zu tun und deshalb geht es nicht. Tatsache ist, dass der Entscheid, das Munitionslager vollständig zu räumen, mit der Variante, die nun auf dem Tisch liegt, politisch gefällt wurde. Die offene Varianten-Evaluation dauerte von 2018 bis am 26. September 2019. Das ist der Tag, wo gemäss Seite 11 der Botschaft der Projektauftrag auf die vollständige Räumung festgelegt worden ist. Da eine Variante-Verkapselung nur im Zusammenhang mit dem Belassen der Munition vor Ort evaluiert worden ist, auch Kollege Salzmann hat diese Variante nur mit der Variante Belassen erwähnt, wurde ab diesem Zeitpunkt keine vertiefte Abklärung mehr zu einer kombinierten Variante-Verkapselung mit anschließender Räumung gemacht. Man hat also rund ein Jahr, oder Kollege Minder hat es richtig gesagt, eigentlich acht Monate Varianten-Evaluation aufgewendet. Und, und das sage ich, ist explizit positiv, man hat auch zum Teil abwegige Varianten geprüft. Eine von namhaften Experten vorgeschlagene Variante, eben diese kombinierte Variante, wurde aber nicht geprüft. Mit einer zusätzlichen Studie der ETH, welche innerhalb zweier Monate erstellt werden konnte, wurde zwar die Verkapselung noch einmal beleuchtet. Diese Studie wurde dann wiederum von ausgewiesenen Experten sehr kritisch beurteilt. Und sie hat explizit eine kombinierte Variante ebenfalls nicht geprüft. Umso mehr hat es mich dann erstaunt, dass gegenüber der Idee einer nochmaligen Prüfung einer solchen kombinierten Variante eingewendet worden ist, dass das wohl rund fünf Jahre dauern würde. Fünf Jahre für etwas, was vorher ein Jahr lang bei allen anderen Varianten gedauert hat und funktioniert hat, und dann innerhalb zweier Monate bewertet werden konnte. Mir scheint ein bisschen, dass hier die Weisheit gilt, wenn Sie etwas nicht wollen, dann sagen Sie einfach, dass es lange geht. Das ist vielleicht sogar menschlich oder ziemlich sicher menschlich. Es ist aber dann problematisch, wenn es eine politische, nicht eine technische Argumentation in einer technischen Sache stützen soll. Das ist es, was mich an dieser Vorlage stört. Es scheint mir, dass vom politisch gewollten Resultat her argumentiert wird und nicht vom technisch Machbaren her geprüft. Ich muss das heute hier akzeptieren, kann in der Schlussabstimmung jedoch nicht zustimmen, weil ich vom Prozess, nicht von der Variante, die ich letztlich als Anwalt und Notar nicht beurteilen kann, nicht überzeugt bin. Aber ich hoffe, dass man im Verlauf des Projekts kritischen Stimmen und besseren Varianten den notwendigen Platz einräumt. Wir bewilligen ja heute nur den Kredit. Es sollte also Raum haben, bessere Wege einzuschlagen, wenn sich diese anbieten. Letztlich sind wir der Bevölkerung von Mitholz nämlich nicht den teuersten Weg schuldig. Wir schulden ihr den besten, den sichersten mit den wenigsten Einschränkungen. Es kann sein, dass das der teuerste und der hier vorgeschlagen ist. Es muss aber nicht sein. Mit dieser Vorlage geben wir enormen Kredit in die Arbeit des VBS, wo mehr Zurückhaltung und Kontrolle gefordert wird, wie zum Beispiel mit den Anträgen meines Standeskollegen Thomas Höfti, behalte ich mir die Zustimmung vor. Kein Teil davon, dieser Anträge und auch nicht meines Votums, richtet sich nämlich gegen die Bevölkerung von Mitholz, die schon viel Leid ertragen musste und die noch einige Lasten wir tragen müssen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Zopfi. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission. Frau Gmür-Schönenberger, Sie haben es. Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. 1947 gingen 30 Tonnen Sprengstoff auf einmal los. Das ist heute ausgeschlossen. Aber es gibt immer noch eine Wahrscheinlichkeit eines 10-Tonnen-Ereignisses und eines 1-Tonnen-Ereignisses. Eine Tonne Sprengstoff ist immer noch enorm viel. Das ist zwar nur einmal in 300 Jahren möglich, aber Sie haben gesehen, was jetzt eben am Gotthard passiert ist. Das ist auch nur einmal in 100 Jahren möglich. Hier geht es um Sicherheit. Und diese Sicherheit ist eben leider mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Ich kenne kein Projekt, das dermaßen auf Herz und Nieren geprüft wurde. Wir hatten zwei Besuche vor Ort unserer SIG. Wir haben im Nationalrat, wurde das ganze Projekt sistiert und es gab Anhörungen. Auch bei uns gab es Anhörungen. Noch einmal breite Anhörungen. Schlussendlich kamen wir alle zum selben Schluss. Das Projekt ist sehr teuer. Ich hätte es auch lieber viel billiger. Aber die Räumung ist mit Abstand die sicherste und die nachhaltige Lösung. Weil eben sonst die Frage bezüglich langfristiger Sicherheit und Belastung durch Schadstoffe offen bleibt. Da geht es auch um die Umwelt, die geschützt werden muss. Und da sind selbstverständlich immer kritische Bemerkungen erlaubt. Aber die Umwelt, die wurde bisher noch überhaupt nicht thematisiert. Was die Anträge von Kollege Hefti anbelangt, ich bitte Sie, beide Anträge abzulehnen. Zum Antrag die zweite Tranche um 190 Millionen zu kürzen. Da geht es ja um die Überdeckung. Die Überdeckung soll gemäß Bundesratsbeschluss vom 4. Dezember 2020 nur für den Fall eines notwendigen Abbruchs der Räumung ebenfalls geplant werden. Also wenn wir dann das Geld nicht brauchen, umso besser. Aber das ist auch wieder ein Notfallsszenario. Da braucht es rechtzeitig eine Planung. Die Überdeckung ist ja eben nur die zweitbeste Lösung. Zum Antrag die zweite Tranche durch das Parlament freizugeben. Da möchte ich einfach darauf aufmerksam machen, dass wir eine Aufsichtskommission gefordert haben und ins Leben gerufen haben. Wir haben eine GPK in diesem Rat und wir haben eine SIG in diesem Rat und im anderen Rat ebenso wie auch eine GPK. Wir haben innerhalb der SIG ganz klar gesagt, dass wir regelmäßig informiert werden wollen, dass wir über den Stand der Arbeiten in Kenntnis gesetzt werden wollen. Und wenn wir da dann Handlungsbedarf sehen, zusammen mit der Aufsichtskommission und zusammen mit der GPK, dann besteht immer noch die Möglichkeit, dass wir fordern, dass diese Tranche nicht vom Bundesrat, sondern allenfalls vom Parlament ausgelöst werden soll. Aber da geht es schon auch irgendwo um eine gewisse Effizienz des Rates und dieses Projekt, das jetzt schon lange dauert, dass dieses dann eben auch wirklich vorwärts geht. Aber wir, verschiedene Kommissionen, werden da permanent ein Auge darauf halten. Von daher braucht es nicht noch einen Parlamentsbeschluss. Ich bitte Sie, dann beide Anträge abzulehnen. Danke. Beste Dank, Frau Gmür-Schönenberger. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission. Wird nicht mehr benutzt. Für die Mitglieder des Rates. Keine Wortmeldung. Frau Vizepräsidentin des Bundesrates, Sie haben das Wort. Ja, besten Dank, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, Ständerätinnen und Ständeräte. Vom Kommissionssprecher, wie auch von meinen Vorrednerinnen und Vorrednern, wurde die Geschichte des Munitionsdepots Mitholz sehr gut dargelegt. Ich will das nicht mehr wiederholen. Ich fokussiere mich auf das Projekt, über das Sie heute entscheiden. Mit Entscheid vom 4. Juli 2023 beantragt Ihre Sicherheitspolitische Kommission mit 11 zu 0 Stimmen bei zwei Enthaltungen den Verpflichtungskredit für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers anzunehmen. Auch die Finanzkommission Ihres Rates hat in einem Mitbericht beantragt, das Projekt wie vom Bundesrat vorgeschlagen und vom Nationalrat beschlossen, dem zuzustimmen. Also auch die Finanzkommission hat das Dossier sehr gut angeschaut. Das ist ein wichtiges Signal für die Mehrheit der betroffenen Bevölkerung, die Gemeinde Kandergrund, sowie für die beiden Kantone Bern und Wallis. Sie alle hoffen auf einen rasch möglichen und definitiven Beschluss zum Verpflichtungskredit. Am 28. Juni 2018 hat der damalige Vorsteher des VBS, Bundesrat Giparmela, erstmals über das von der Munition ausgehende Risiko informiert. Die Risiken liegen gemäss den Kriterien der Störfallverordnung im nicht akzeptablen Bereich. Aufgrund der Risikoeinschätzung müssen Maßnahmen ergriffen werden. Seit nunmehr fünf Jahren lebt die betroffene Bevölkerung mit dem Wissen um das Risiko und der Unsicherheit über die eigene Zukunft. Im Auftrag des Bundesrats hat das VBS im Juni 2018 die Arbeitsgruppe Mitholz für weitere Abklärungen zur Risikobeurteilung und für die Prüfung risikosenkender Maßnahmen eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe hat zwischen 2018 und 2020 insgesamt 19 Varianten untersuchend bewertet. Ich wiederhole, 19 Varianten. Man kann also hier nicht sagen, dass man voreilig einen politischen Entscheid gefällt hätte und technisch zu wenig Abklärungen durchgeführt hätte. Es wurden für diese 19 Varianten, die abgeklärt wurden, Spezialistinnen und Experten auch außerhalb der Schweiz beigezogen, beispielsweise das Fraunhofer-Institut aus Deutschland. Also man hat sehr breit diese technischen Abklärungen getroffen. Die Varianten-Evaluation wurde auch eng mit der Interessengemeinschaft Mitholz, Gemeinde Kandergrund, mit den Kantonen Bern und Wallis abgestimmt. Aufgrund der Zwischenergebnisse der Arbeitsgruppe hat das VBS von Februar bis Mai 2020 ein Mitwirkungsverfahren zum Konzept der Räumung durchgeführt. Die Räumung wurde von der Interessengemeinschaft Mitholz, der Gemeinde Kandergrund, dem Kantonen Bern und Wallis, sowie von weiteren interessierten Kreisen breit unterstützt. Im Übrigen war natürlich auch das Bundesamt für Umwelt in all diese Arbeiten einbezogen und auch das BAFU unterstützt explizit die nun gewählte Variante. Aufgrund der Rückmeldungen im Mitwirkungsverfahren wurde das Gesamtkonzept Räumung weiter optimiert und konkretisiert. Basierend auf dem optimierten Gesamtkonzept hat der Bundesrat am 4. Dezember 2020 entschieden, dass die Munitionsrückstände dauerhaft geräumt werden sollen. Nur mit der Räumung kann das von der Munition und den Schadstoffen ausgehende Risiko dauerhaft beseitigt werden. Der Bundesrat will diese Risiken nicht auf nachfolgende Generationen übertragen. Die Räumung des ehemaligen Munitionslagers wird erhebliche Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung sowie auf Raum und Umwelt haben. Deshalb hat das VBS parallel zur Erarbeitung der Botschaft im Sachplan Militär die planungsrechtlichen Grundlagen zur Räumung des Munitionslagers geschaffen. Am 16. November 2022 hat der Bundesrat dem Objektblatt Mitholz die folgenden Raum- und Umweltwirksamen Vorgaben behördenverbindlich im Sachplan Militär festgesetzt. Den Umfang des Evokations- und des Sicherheits- sowie des Anlageperimeters, die Linienführung des Schutztunnels für die Strasse und die Ausdehnung der Schutzgalerie für die Bahn, den Perimeter für die weitere Projektinfrastruktur, namentlich für die Räum- und Entsorgungsinfrastruktur, den Perimeter für die Zwischenlagerung und Wiederauffüllung von Abbaumaterial, weitere Vorgaben zur Landsicherung, zu Naturgefahren, zur Baustellenerschliessung und zum Abschluss des Projekts. Zum Objektblatt Mitholz wurde gemäss Raumplanungsgesetz zwischen Mai und August 2022 eine Mitwirkung bei den betroffenen Kantonen und Gemeinden sowie bei der Bevölkerung durchgeführt. Die Räumung wurde von der Interessengemeinschaft Mitholz, der Gemeinde Kandergrund, den Kantonen Bern und Wallis sowie weiter interessierten Kreisen wiederum breit unterstützt. Trotz den einschneidenden Konsequenzen unterstützt die Bevölkerung mehrheitlich das Vorgehen mit der umfassenden Räumung der Munitionsrückstände. Das Gros der Bevölkerung hat sich mit der Situation abgefunden und hat die Initiative für die Neuplanung ihrer Wohnsituation ergriffen. Depuis 2019, nous avons des échanges mutuelles. Le 4 décembre 2019, le Conseil des Etats a examiné la motion Großen sur l'élimination définitive des munitions de dépôt. Ses membres ont rejeté la motion car le Conseil fédéral l'a planifié déjà. Le président du Conseil des Etats de l'époque, Hans Stöckle, a indiqué en résumé que votre Conseil voulait procéder à l'élimination des munitions, comme le demande la motion adoptée par le Conseil national. Depuis 2020, le DTPS a régulièrement informé la Commission de la politique de sécurité de votre chambre des décisions intermédiaires prises. Des visites sur place ont été organisées pour les membres de votre commission en octobre 2020 et en janvier 2023 avec une excursion dans l'installation. In den fünf Jahren seit der ersten Information der Bevölkerung von Mitholz wurde intensiv evaluiert und geplant. Nun erwarten die Bevölkerung und die betroffenen Behörden abschliessende Entscheide zur Finanzierung der Räumung. Die SIG Ständerat hat ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen dem Entwurf des Bundesrats und dem Beschluss des Nationalrats zugestimmt. Ebenso die Finanzkommission des Ständerates, die auch in einem Mitbericht empfohlen hat, das Projekt so wie es vorliegt zu genehmigen. Ich bitte Sie entsprechend einzutreten und dem Projekt so zuzustimmen. Zu den Einzelanträgen von Herrn Ständerat Hefti werde ich mich dann noch äußern. Besten Dank. Besten Dank, Frau Vizepräsidentin des Bundesrates. Eintreten ist unbestritten, so beschlossen. Wir kommen zur Detailberatung. Titel und Ingress zum Bundesbeschluss über einen Verpflichtungskredit für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz, so beschlossen. Schätzte Kolleginnen und Kollegen, vor der Behandlung von Artikel 1 klären wir zuerst Artikel 2 Buchstabe B. Dazu liegen uns zwei Einzelanträge von Herrn Hefti vor. Herr Berichterstatter, Monsieur Francais, möchten Sie sich noch zu den Einzelanträgen äußern? Das ist nicht der Fall. Dann ist das Wort frei für Herrn Hefti zur Begründung seiner beiden Anträge. Danke, Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich werde zunächst den Antrag begründen, der die Kompetenz für die Freigabe der zweiten Tranche vom Bundesrat auf das Parlament verschieben würde. Und danach den zweiten, wenn Sie einverstanden sind. Sie sehen, ich bin eingetreten. Es geht mir nicht darum, dieses Geschäft zu verhindern. Es geht mir nicht darum, etwas nicht zu machen, das alle eigentlich machen wollen. Sondern es sind im zweiten Fall eine gewisse Nuance. Allerdings ist sie 190 Millionen schwer. Und im ersten Fall ist es eine Kompetenzzuscheidung. Wie bin ich mit dieser Vorlage in Berührung gekommen? Immer über die Finanzkommission. Und teilweise auch noch über die Delegation. Aber ich bin auch an einer Begehung gewesen im letzten Jahr. Wir waren eingeladen, teilzunehmen. Und ich habe an dieser Begehung mit Herrn Kollege Zanetti teilgenommen. Ich habe mir einen Eindruck verschafft. Ich hatte einen guten Eindruck. Ich hatte einen guten Eindruck von den Arbeiten. Und ich bin, wie eigentlich meine ich alle anderen, auch zur Überzeugung gekommen, dass man den eingespurten Weg gehen soll. Vielleicht auch deshalb, weil man bereits den Weg ein bisschen zu weit gegangen ist, bevor wir jetzt hier im Parlament debattieren. Und vielleicht auch deshalb, weil wir bereits bis jetzt ein bisschen zu große Erwartungen geweckt haben. Aber wir müssen ja dieses Problem lösen. Es ist allerdings sehr teuer. Und der Bund muss mit dem Geld sparsam umgehen. Sie sehen die Aufstellung über das Geld auf Seite 47 von 60 der Botschaft. Wir haben dort 1.090 Millionen, die wir bewilligen wollen. Das ist die erste Tranche. Und auch freigeben, heute mit der Bewilligung. Wir geben sie frei, wenn wir so handeln, wie uns beantragt wird. Und ich habe keinen anderen Antrag dazu gestellt. Mein Antrag betrifft die zweite Tranche. Und dann kommt eine zweite Tranche, 740 Millionen und 760 Millionen Reserven. Herr Minder hat schon darauf hingewiesen, die 760 Millionen Reserven seien knapp 30 Prozent des Ganzen. Nehmen Sie noch die zweite Tranche hinzu. Dann sind wir auf 1,5 Milliarden exakt. Das ist mehr als die Hälfte des ganzen Kredites, den wir nachher einfach über zwei Jahrzehnte oder zweieinhalb Jahrzehnte einer Generation dem Bundesrat überlassen. Dem Bundesrat überlassen, damit zu wirtschaften, damit umzugehen, diesen freizugeben. Man muss sicher viel Reserven haben. Weil wir haben gehört, wir sind ja im Ungewissen. Und ich lese Ihnen aus Seite 47 von 60 noch ein Zitat, zwei Sätze aus der Botschaft. Zum Zeitpunkt der Botschaftserstellung hatte die Planung in den Teilprojekten noch nicht den Reifegrad eines Bauprojektes mit Kostenvoranschlag. Dieser Reifegrad kann für Schutzbauwerke erst nach Abschluss der Planung gegen Ende 2024 und für die weiteren Maßnahmen ab 2031, Sie hören richtig, im nächsten Jahrzehnt erreicht werden. Das ist doch eigentlich recht ungenau, um eine so exakte Botschaft mit einem so exakten Betrag festzulegen, den man über zweieinhalb Jahrzehnte ausgeben will. Also man könnte auch sagen, wenn es so ungenau ist, dann kommt die Botschaft irgendwie zu früh. Ich sage das aber nicht. Ich sage einfach, lassen wir den Entscheid, ob die zweite Tranche dann auch freigegeben wird, überlassen wir diesen Entscheid dem Parlament. Ich gehöre einer Delegation an, ich habe es vorhin gesagt, immerhin einer parlamentarischen, der man in den letzten Jahren etwa vorgeworfen hat, sie gebe zu rasch zu viel Geld aus. Hier ist es dann nicht eine parlamentarische Delegation, sondern sie geben diese Kompetenz der Exekutive dem Bundesrat. Er kann dann darüber entscheiden, in diesem großen, langen Zeitraum, denn 2041 ist erst die Räumung beendet, danach kommt die Wiederinstandstellung und die Wiederbesiedlung. Ein Beschluss des Parlaments hat eine etwas andere Qualität, weil es eine etwas größere Hürde ist, als wenn man nur sieben Mitglieder des Bundesrates oder je nach Delegation einfach die Chefin des Departements überzeugen muss. Es ist so, wie wenn der Premierminister kommt in einem anderen Land anstatt eines Ministers oder sogar der Staatspräsident. Es braucht damit auch ein bisschen Vorbereitung, es braucht Grundlagen, es braucht Abklärung, es braucht Informationen. Und das Parlament, da können Sie sicher sein, ich beruhige Sie, ich bin überzeugt davon, das Parlament wird diesen Weg nicht abbrechen, den wir eingeschlagen haben. Es wird ihn weitergehen, wenn er vernünftig ist und den Kredit bewilligen, aber es ist doch eine gute Gelegenheit für alle, dann einen Status zu machen, einen Antrag ans Parlament mit einer Botschaft und dann eine Einschätzung für die Zukunft. Das ist mein Antrag, deshalb würde ich hier das Parlament zum Zuge kommen lassen. Herr Kollege Kuprecht hat mir nun jetzt gerade vor einigen Minuten gesagt, es besteht die Absicht, diese Kompetenz dann einer Delegation zu übergeben, einer parlamentarischen Delegation, das sei aufgegleist für den Dezember. Sie sehen, ich bin dann nicht mehr hier, es ist auch nicht sicher, ob Sie es machen. Dann machen Sie es doch heute einmal so, wie ich es Ihnen beantrage und dann sage ich gerade heute auch, wenn Sie dann nachher diese Vorlage behandeln und annehmen, bin ich der Erste, der, aber ich habe da nichts mehr zu sagen, der sich dem widersetzen würde, dann ist der richtige Weg, wenn Sie das beschließen, dass Sie diesen Beschluss, wenn Sie ihn heute fassen, wieder rückgängig machen und das der parlamentarischen Aufsichtsdelegation übertragen. Das zum ersten Antrag. Zum zweiten. Ich beantrage Ihnen für die zweite Tranche nur 550 Millionen anstatt 740. Wieso? Dazu müssen wir auf Seite 12 der Botschaft gehen. Und dort ist die Variante Überdeckung beschrieben. Und dort steht, für diese Variante wurde in der Variantenevaluation im Jahr 2020 mit Kosten von 90 bis 210 Millionen Franken gerechnet. Ich habe nun ziemlich willkürlich 190 Millionen ausgewählt und gesagt, um diese 190 Millionen für Überdeckung, diese nehme ich aus der zweiten Tranche aus. Wieso? Alle haben Sie hier für die Räumung gesprochen. Alle sagen, die Räumung ist das Ziel. Es kann gar nicht anders sein. Wir müssen diese Munition wegbringen. Es hat dem niemand widersprochen. Und es ist die Lehre dieser Botschaft, es muss die Räumung sein. Abgelehnt hat man die Überdeckung als Variante. Man hat sie geprüft, aber abgelehnt hat man auch die Verkapselung. Wieso sollen wir ausgerechnet Geld jetzt in einem Kredit sprechen, in einem Kredit für etwas, das wir alle nicht wollen? Dass irgendwann in 5, 8, 9, 10 Jahren kommt und wir nicht wollen die Überdeckung. Man will sie nicht, aber wir sprechen das Geld. Ich weiß nicht, ob das gescheit ist. Denken Sie auch an die Schuldenbremse und an all das. Es ist doch sicher genügend Zeit, diese Kosten für die Überdeckung, die man ja nicht will, dann noch zu beantragen und zu bewilligen, wenn man sieht, wir sind am Ende, es geht nicht anders. Das ist der Sinn für diesen Antrag. Planung ist richtig, aber die Kosten für die Umsetzung und auf Seite 49 der Botschaft wird aufgeführt, was alles mit der zweiten Trasche bezahlt werden soll. Und unter dieser zweiten Trasche auf Seite 49 steht, allenfalls Umsetzung der Option Überdeckung. Sprechen wir doch diesen Betrag für etwas, das wir nicht wollen, erst dann, wenn wir es müssen, weil wir nicht anders können. Vielen Dank, Herr Hefti, das Wort zu den beiden Anträgen von Herrn Heftis frei für die Kommission, Herr Kuprich. Frau Präsidentin, Frau Vizepräsidentin des Bundesrates, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie den Voten jetzt dazugehört haben, so stellen Sie fest, dass man sehr kritisch ist, dass man eine große Unsicherheit verspürt, dass man im Zweifel ist, ob der gewählte Weg der richtige ist. Und ich kann Ihnen sagen, auch als Mitglied der SIG, es bestand natürlich eine gewisse Ohnmacht, weil was von den einen Spezialisten für möglich gehalten wurde, wurde von anderen Spezialisten wieder als nicht taugliche Variante dargestellt. Es gab Professoren der EPFL in Lusand, sie wurden widersprochen von entsprechenden Fachleuten der ETH Zürich und sie stehen da mittendrin und wissen nicht genau, was jetzt effektiv gültig ist. Aber eines hat es aufgezeigt, es ist eine äußerst, eine äußerst komplexe Angelegenheit. Und darum hat die SIG unseres Rates auch praktisch einstimmig entschieden, dass man eine Oberaufsicht analog der Nähe- und Aufsichtsdelegation einsetzen sollte. Basis für die Diskussion war der entsprechende Bundesbeschluss vom 4. Oktober 1991 über den Bau der Schweizerischen Eisenbahn Transversale. Und dort in diesem Bundesbeschluss ist unter anderem festgehalten unter Artikel 16, die Bundesversammlung bewilligt etappenweise mit einfachen Bundesbeschlüssen, die zur Verwirklichung der Gotthard- und Lötschberg-Basislinie, sowie die für den Einbezug der Ostschweiz benötigten Verpflichtungskredite. Das wird die Basis sein eines möglichen Delegationsauftrages. Nun, diese Kommissionsmotion, dieser parlamentarische Vorstoß wird im Dezember in den Rat kommen. Weder Kollege Hefti noch ich werden dann noch hier sein. Aber das spielt nicht so eine große Rolle. Wir haben genügend Leute, die damals in der SIG diesen Beschluss gefasst haben. Warum nun diese Aufsichtsdelegation? Sie haben ja gesehen, erstens, der Betrag ist sehr, sehr groß. Wir wissen nicht, ob er genügt, ob er zu hoch ist, ob es Nachkredite geben wird, was nicht auszuschließen ist. Und zweitens, die Zeitachse, über die diese Beträge gesprochen werden müssen, ist außerordentlich lang. Zum Dritten, die Sanierung ist äusserst komplex. Sie können der Botschaft entnehmen, es braucht Umsiedlungen, es braucht Umleitungen von und Umlegungen der Bahn. Es sind außerordentlich komplexe geologische Herausforderungen, die in Betracht gezogen werden müssen. Es sind außerordentlich komplexe hydrologische Probleme, die entsprechend bewältigt werden müssen. Und es können auch chemische Prozesse stattfinden, die sehr große Auswirkungen auf dieses Projekt haben. Diese kontinuierliche Herausforderung an Kommissionen ist sehr groß. Wenn dann die entsprechenden Fachleute in die Sicherheitspolitische Kommission gehen müssen, in die Finanzkommission gehen müssen, in die Geschäftsprüfungskommission gehen müssen, ist das auch zeitlich sehr aufwendig. Und darum, glaube ich, ist es auch für die Schaffung des Vertrauens gegenüber dem Parlament, aber vor allem auch gegenüber den Mitbürgerinnen und Mitbürgern des Kandertals außerordentlich wichtig, dass sich ein Gremium damit beschäftigt, kontinuierlich immer wieder auf dem neuesten Stand ist und auch die komplexen Zusammenhänge aufgrund ihrer intensiven Auseinandersetzung mit diesem Problem dann entsprechend verstehen und auch sich daran erinnern, was das letzte Mal besprochen wurde. Es ist geplant, dass die Delegation zusammengesetzt wird aus je zwei Vertretern der Geschäftsprüfungskommissionen, der Finanzkommissionen und der Sicherheitspolitischen Kommissionen. Sie sind dann die verlängerten Arme in entsprechenden Kommissionen der beiden Räte, sei das in der Finanz-, in der GPK-K-Kommissionen oder in der Sicherheitspolitischen Kommissionen. Und darum bin ich der Überzeugung, dass diese beiden Anträge von Herrn Kollege Hefte, er hat nicht gewusst, dass wir eine solche Delegation einsetzen möchten, sind meines Erachtens dann nicht mehr notwendig, weil die Delegation jederzeit die Möglichkeit hat, entsprechende Kredite zu sperren, wenn Unklarheiten bestehen, aufgrund ihrer Informationen, die sie haben. Sie haben aber auch die Möglichkeit, diese Kredite freizugeben, die dann jährlich wieder ins Budget eingestellt werden müssen. Das ist klar. Und darum glaube ich, diese beiden Anträge sind dann nicht notwendig. Es unterliegt dann Ihrer Kompetenz im Dezember, in der Session, diese Aufsichtsdelegation über die Sanierung mit Holz entsprechend zu beschliessen. Und damit auch das Vertrauen und die Grundlage für das Vertrauen zu schaffen in den Kommissionen, im Parlament und im Kandertal. Darum bitte ich Sie, diese beiden Anträge von Herrn Hefte abzulehnen. Sie wissen jetzt bereits, was auf Sie zukommen wird in der Wintersession. Ich glaube, das rechtfertigt die Ablehnung dieser beiden Anträge. Besten Dank, Herr Kuprecht. Das Wort hat Herr Salzmann. Besten Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Mein geschätzter Kollege Hefte kritisiert eigentlich, dass wir jetzt einen Kredit planen, der die Möglichkeit der Überdeckung plant. Wenn die Überdeckung im Projekt erwähnt ist und der Kredit nicht eingestellt würde, hätten Sie kritisiert, hat man an das überhaupt gedacht? Und da frage ich mich schon, ist es transparent, wenn wir sagen, es ist die Möglichkeit da, dass die risikoreiche Entfernung der Munition nicht möglich ist und man zur Überdeckung greifen muss und diesen Kredit eigentlich jetzt schon erwähnt. Das ist transparent. Und deshalb ist für mich dieser Antrag nicht konsistent. Ich bitte Sie, ihn abzulehnen. Besten Dank, Herr Salzmann. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission. Monsieur Juart, vous avez la parole? Und dann, die zweite tranche ist ebenso, dass die Begründung des munitions von der Caverne auf der Mitte des Mittels. Der Begründung auf die zweite tranche ist ein drögeres Signal, dass man die Bevölkerung des Mittels gibt. Wir wollen aber auch die Begründung machen, aber für die Begründung, für die Situation definitivität, bei diesem DEPOT, wir sehen. Wir sehen, wenn es gut ist, oder wenn es noch andere Lösungen ist. Ich glaube, wir können nicht so spielen. Wir müssen heute akzeptieren, den Projekten in unserem Ensemble. Insofern der finanziellen Projekte, ich lasse unsere Kollegen Efti mit seinen Appräciations über die Qualität des Entscheidungen prises über den Parlement oder den Conseil Fédéral. Wir können darüber diskutieren, aber ich sehe, dass die Kommission des Finances nicht erinnertet, was die Kommission des Finances vermittelt, hat die Kommission des Finances nicht erinnertet, was in der Lage, wie es in der Lage ist, in der Kommission der Sicherheit und in der Kommission des Finances vermittelt. Also, ich denke, dass es in der Lage ist, warum 550 Millionen, warum nicht 500, warum nicht 350 Millionen, warum nicht 350 Millionen? Voilà, j'entends, ça tombe de je ne sais où, puisque nous n'avons pas non plus pu en discuter. Mais cela dit, je crois qu'aujourd'hui, nous devons donner un signal clair. Cette situation ne peut pas durer, mais nous devons donner un signal clair, y compris à la population et aux autorités de Mitholtz, du canton de Berne et des régions voisines, pour dire qu'on veut réellement assainir cette situation. On veut accepter ce projet qui a été examiné sous plusieurs angles, comme ça a été indiqué dans l'entrée en matière. Et je vous invite vraiment à refuser les deux propositions individuelles de notre collègue Efti. Merci, M. Gia. La parole est à la seconde pour les membres de la Commission. M. François, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Je pense que les deux propositions de notre collègue M. Efti, membre de la Commission des Finances, c'est l'inquiétude que nous avons d'une dépense aussi conséquente, avec, il faut le reconnaître, quand même des incertitudes. Si la première tranche est assez claire, comme vient de le dire M. Gia, c'est des mesures dites préparatoires, il y a quand même passablement d'incertitudes, d'ailleurs, qui sont exprimées dans le message. Le montant qui est exprimé par M. Efti résulte tout simplement d'un montant qui est mis dans le message, au chapitre 1, 2, je ne sais plus combien, mais enfin, qui existe. Donc ce montant de 190 millions, c'est au cas où ça ne fonctionne pas, on pourrait faire, on va dire, le confinement. Ça, c'est pour lever toute ambiguïté par rapport aux 550 millions et les 740 millions qui sont exprimés dans le message. Maintenant, ce qu'on a bien entendu, c'est qu'il y a un degré de préparation assez conséquent par les spécialistes qui vont œuvrer, mais ils ont encore aussi beaucoup d'incertitudes. Voilà. Maintenant, la question fondamentale qui se pose, c'est est-ce que notre Parlement doit participer à ces décisions ? Est-ce que c'est dans sa responsabilité ou pas ? Là, il faut faire très, très attention dans la notion de nos responsabilités. Notre responsabilité, elle est exclusivement financière par rapport aux informations qui peuvent nous être données par les spécialistes. Il faut s'arrêter là. Voilà. On a bien vu en commission, moi-même, d'ailleurs, le premier, jouer un petit peu le spécialiste, la mécanique des roches et tout. Mais après, il faut juste revenir à un autre rôle. Et quand on a entendu, entre autres, les propositions par le professeur de l'EPFL pour l'encalpus... L'encalpus, c'est plus long, j'arrive même pas à le dire, moi. Vous comprenez pourquoi j'ai quelques difficultés à m'exprimer dans d'autres langues. Bref, cette technologie, par exemple, elle est acceptable, mais elle a des conséquences, entre autres, sur le cycle de l'eau. Et ce qui nous a fait prendre cette décision, après réflexion, on ne va pas plus loin. On a commencé à prendre un risque entre nous, ou on n'a pas pris de risque du tout, parce qu'on nous a exprimé par l'évaluation de l'analyse OPAM que c'était délicat. Maintenant, est-ce qu'on fera ou on ne fera pas ? C'est la prochaine édition qui le décidera. Si on fait un comité de surveillance. Si ça a été demandé au sein de la Commission, c'est parce qu'il y a volonté de suivre le processus et l'engagement. Et c'est pour ça que la proposition de M. Efti, on libère, par le bien d'un arrêté fédéral simple, cette tranche, entre guillemets, pourquoi pas ? On ne l'a pas prise pour l'NLFA. On a accepté un crédit très conséquent de plus de 20 milliards. Et on a suivi progressivement cela par la Commission des finances, par le contrôle fédéral des finances et tout. C'est vrai que la proposition Efti, quand il dit qu'il faut libérer par un arrêté simple, non soumis au référendum, ça alourdit le processus législatif. Et comme vous avez raison, M. Jérard, ça pourrait retarder peut-être le cycle de décision et de repartir sur une perte de peut-être une année dans le processus. Je trouve que le processus étant déjà tellement lent, je pense que la proposition de l'arrêté fédéral proposée par notre collègue n'est peut-être pas la bonne solution. Par contre, se poser la question, si aujourd'hui il faut déjà dégager les 740 millions, alors qu'il est exprimé que théoriquement, si tout se passe bien avec le scénario tel qu'il est proposé, c'est-à-dire qu'on enlève la totalité du produit sur la méthode préconisée, ça c'est un risque financier qu'on peut prendre. C'est-à-dire que si, pendant l'opération, on se rend compte qu'il y a un problème, là le Parlement pourrait voter le crédit supplémentaire, parce qu'il pourrait le voter en crédit supplémentaire. C'est-à-dire que je suis assez favorable à la proposition de M. Efti, la deuxième trance de 550 millions pour l'évacuation. Je trouve que c'est une proposition qui permet, qui permettra au Parlement, de suivre l'évolution et de voir si finalement on peut se dégager de ces 109 millions qui ne seront pas utilisés, parce que cette sous-variante ne sera pas utilisée. Par contre, le passage par le Parlement est plus critiquable et personnellement je ne soutiendrai pas. Je vous remercie. Vizepräsidentin des Bundesrates, c'est-à-dire qu'il y a de la question de M. Efti. Il s'agit de車. Il s'agit d'un seconde p'biotant, d'un seconde p'biotant, d'un seconde p'biotant à 550 million de france. La seconde p'biotant est dans le bavement du Beton, d'un seconde p'biotant, d'un seconde de therefore pour la protection. In dieser Kreditranche sind für die Materialbewirtschaftung, die Beseitigung der Schadstoffe für Schutzmassnahmen gegen Naturgefahren und weitere Massnahmen im Bereich Umweltkosten von rund einer Viertel Milliarde Franken eingerechnet. Die Kürzung würde den Kern der Vorlage betreffen, die umweltgerechte Räumung und Entsorgung der Munition, die Beseitigung der Schadstoffbelastung im Baustellenbereich, die Umweltkompensationsmassnahmen und die umweltgerechte Wiederherstellung des Baustellenbereichs nach Abschluss des Projektes. Herr Hefti hat in der Begründung seines Antrags festgehalten, dass es ihm darum geht, die Kosten für eine allfällige Überdeckung hier jetzt im Moment herauszustreichen. Das könne man dann in einem späteren Zeitpunkt, wenn tatsächlich klar sei, ob es eine Überdeckung brauche oder nicht. Ich kann hier bestätigen, die Überdeckung ist nicht das Ziel. Das Ziel ist die vollständige Räumung, damit wir nicht künftige Generationen mit denselben Problemen belasten, die wir heute haben. Sollte aber aus irgendwelchen technischen Gründen das nicht möglich sein, dann wäre die Rückfallposition die Überdeckung nicht eine gute Lösung, aber falls es nicht anders möglich ist, die einzige. Und deshalb wollen wir das hier in dieser Botschaft jetzt schon so vorsehen und nicht warten und schauen, geht es, geht es nicht. Wenn es nicht geht, dann wieder einen ganzen Entscheidprozess in die Wege leiten und wieder Monate und Jahre brauchen, bis wir zu einem Entscheid kommen. Kommt dazu, dass die Kosten für eine allfällige Überdeckung nicht speziell ausgewiesen sind. Das heisst, dies würden nicht zusätzlich anfallen. Wenn Sie die Botschaft sorgfältig lesen, sehen Sie, dass allfällige Kosten für eine Überdeckung mit den Minderkosten der Nichträumung, die Räumung würde ja dann nicht stattfinden, weil nicht möglich, da würden dann Einsparungen generiert, selbstverständlich, und die Kosten für die Überdeckung würden hier verrechnet. Das ist in der Botschaft auch so vorgesehen. Es würde höchstens durch eine Umstellung der Variante, würden Anpassungskosten anfallen, von rund 22 Millionen Franken. Aber die Höhe, die hier beantragt wird, zu reduzieren, trifft wirklich den Kern der Vorlage. Es wurde auch verwiesen auf die Schuldenbremse für kommende Generationen von Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Wenn Sie die Botschaft anschauen, sehen Sie auch, dass diese Beträge, die wir hier jetzt vorsehen, der Verpflichtungskredit, der gesprochen wird, nicht Schuldenbremsen wirksam ist, weil er schon vergangenen Budgets belastet wurde. Das heisst, die Schuldenbremse ist hier auch kein Argument, um dem Einzelantrag von Herrn Stenderath-Hefti zuzustimmen. Also insgesamt bitte ich Sie, diesen Antrag 1 abzulehnen, weil er eben genau das, was man machen muss, zum Teil verhindern würde. Und stellen Sie sich vor, ich meine, der Bundesrat wird über die Freigabe der Tranche entscheiden, wenn Sie jetzt nicht etwas anderes beschliessen, unter natürlich Begleitung einer Aufsichtsdelegation. Damit sind wir einverstanden, das haben wir in der Kommission explizit auch gesagt, dass wir einverstanden sind, dass eine Aufsichtsdelegation geschaffen wird, analog, näht. Das ist auch im Interesse des Departementes, weil das ist ein sehr schwieriges Projekt, das sehr lange dauert und das hohe Risiken birgt. Und deshalb sind wir sehr froh, wenn wir hier auch eine parlamentarische Begleitung selbstverständlich haben. Aber stellen Sie sich vor, wenn wir jetzt hier einen Betrag kürzen, den wir dann in einem späteren Zeitpunkt mit neuem bürokratischem Aufwand, mit Zeitverlust beschliessen müssten und das Projekt müsste unterdessen, ich sage, gestoppt werden, bis die neuen Entscheide da sind. Aus meiner Sicht ist das nicht zu rechtfertigen und entsprechend bitte ich Sie, den Antrag abzulehnen. Es ist nicht im Interesse des Bundesrates und wird auch nicht im Interesse eines künftigen Bundesrates sein, dem ich 2035 oder 2040 dann sicher auch nicht mehr angehöre. Aber der Bundesrat wird sicher nicht Gelder ausgeben, die nicht notwendig sind. Wenn es keine Überdeckung braucht, Gott sei Dank, umso besser, dann können wir die gute Lösung realisieren. Entsprechend werden dort auch keine Gelder ausgegeben. Bitte Sie also hier den Einzelantrag 1 abzulehnen. Ich äußere mich jetzt noch kurz zum Einzelantrag 2, der verlangt, dass die zweite Kredittranche durch das Parlament statt durch den Bundesrat freigegeben werden soll. Wir haben hier ein Gesamtkonzept und es wird ein gesamter Verpflichtungskredit gesprochen für das totale Konzept und Projekt. Wenn wir jetzt hier bei der zweiten Tranche noch einmal eine parlamentarische Beratung durchführen wollen, braucht das Zeit. Es wurde von Vorrednern bereits gesagt, es wird wieder Zeit verloren, was eigentlich nicht gerechtfertigt ist. Und der Bundesrat als Exekutive würde dann entscheiden, die Tranche freizugeben. Ja, aber der Bundesrat ist begleitet durch zwei sicherheitspolitische Kommissionen, Ständerat und Nationalrat, zwei Finanzkommissionen, durch die FINDEL, zwei GPK, GPDEL und dann noch die eidgenössische Finanzkontrolle plus die Aufsichtsdelegation, die sie schaffen wollen. Ich denke, es gibt dort ein genügend grosses Korrektiv für den Bundesrat, sollte es denn notwendig sein. Ich gehe als Mitglied dieser Behörde davon aus, dass der Bundesrat sorgfältig beschliesst und nicht einfach irgendeinen Entscheid aus dem Ärmel schüttelt. Und wir sind froh um all die Begleitung der Delegationen und Kommissionen, die ich hier jetzt aufgeführt habe. Ich erlaube mir auch noch, zum Abschluss darauf hinzuweisen, dass diese beiden Einzelanträge in der Finanzkommission des Ständerates nicht diskutiert wurden. Die wurden dort auch nicht aufgeworfen. Und die Finanzkommission des Ständerates hat auch in einem Mitbericht an die SIG festgehalten, dass man dem Projekt, wie es jetzt vorliegt und auch vom Nationalrat beschlossen wurde, zustimmen sollte. Das bitte ich Sie ebenso und entsprechend bitte ich Sie, diese beiden Einzelanträge abzulehnen. Besten Dank. Besten Dank, Frau Vizepräsidentin des Bundesrates. Wir entscheiden über den ersten Antrag. Ja bedeutet Antrag der Kommission folgen. Nein bedeutet Antrag Hefti. Über 55 Millionen anstelle 740 Millionen zustimmen. Ja Kommission. Nein zum Antrag Hefti. Sie können stimmen. Sie haben sich für die Kommission entschieden mit 29 gegen 13 Stimmen bei 0 Enthaltungen. Wir entscheiden über den zweiten Einzelantrag von Herrn Hefti. Es geht hier Ja bedeutet Antrag der Kommission. Nein heisst Antrag Hefti betreffend Freigabe durch das Parlament. Sie können stimmen. Ich beschleunige. Sie haben sich für die Kommission entschieden mit 26 gegen 17 Stimmen bei 0 Enthaltungen. Wir fahren weiter auf der Fahne und bereinigen jetzt Artikel 2 Buchstabe A. Herr Berichterstatter, haben Sie dazu eine Bemerkung? Monsieur Francais, vous avez un... Die Kommission der Rat, Frau Vizepräsidentin des Bundesrates, dann haben wir diesen Artikel so beschlossen. Jetzt kommen wir zurück zu Artikel 1. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall, Frau Bundesrätin nicht. Dann müssen wir jetzt die Ausgabe... So beschlossen. Und jetzt müssen wir dort die Ausgabenbremse lösen. Wer die Ausgabenbremse lösen will, stimmt ja. Wer dies nicht tun will, stimmt nein. Sie können stimmen. Ich beschleunige. Wir haben die Ausgabenbremse gelöst mit 42 gegen 0 Stimmen bei einer Enthaltung. Wir kommen zu Artikel 3 in Globo, sind Bemerkungen des Berichterstatters, ist nicht der Fall, der Kommission des Rates, Frau Vizepräsidentin des Bundesrates, so beschlossen. Artikel 4 ebenso beschlossen, Artikel 5 in Globo, so beschlossen, Artikel 6 in Globo, so beschlossen, Artikel 7 so beschlossen. Wir kommen zur Gesamtabstimmung. Wer die Vorlage annimmt, stimmt ja. Wer sie ablehnt, stimmt nein. Sie können stimmen. Ich beschleunige. Sie haben die Vorlage mit 39 gegen 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen. Das Geschäft ist somit bereinigt. 23, 35, 94, Motion Salzmann, keine Verteuerung der Munition für die Schützen, keine Schwächung des Wehrwillens. Ich gebe das Wort dem Motionär, Herr Salzmann. Ja, besten Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Mit der vorliegenden Motion möchte ich verhindern, dass der Bundesrat die Schiessverordnung per 1. Januar 2024 ändert und somit den Preis für die Munition, Gewehrpatrone 11 oder kurz GP11 für das Sturmgewehr 57, den Karabiner und das Langewehr verwendet werden, erhöht. Der Bundesrat subventioniert die Munition für die Schützen, um die außerdienstliche Schießtätigkeit, die Schießfertigkeit und den Wehrwillen zu stärken und in unserer Milizarmee zu verbessern. Die eidgenössische Finanzkontrolle hat in ihrem Bericht nun empfohlen, die Munition GP11 nicht mehr zu subventionieren, weil für die heutige Armeewaffe das Sturmgewehr 90 nur GP90 verwendet würden. Der Bundesrat will nun diese Empfehlung übernehmen und den Preis für die GPF in einem ersten Schritt verdoppeln. Weitere Preiserhöhung behält er sich vor, gemäß meinen Informationen. Der Bundesrat begründet den Schritt damit, dass er das Schiessen mit dem Sturmgewehr 90 fördern will. Einsparungspotenzial mit dem Kompromiss 1 Million Franken. Das gleiche Departement hat aber in den letzten Jahren eine ganz andere, wenn nicht gegenteilige Politik betrieben. So hat die Sektion Schiessen außerdienstliche Tätigkeit, kurz SAT, welche notabene dem Kommando ausbilder der Armee unterstellt ist, in den letzten Jahren diverse teure Hilfsmittel für das Sturmgewehr 57, den Karabiner und das Langewehr bewilligt, die zu einer höheren Präzision der Waffen, die GPF-11 verschießen, geführt haben. Sehr viele Schützinnen und Schützen haben nun diese Möglichkeit wahrgenommen, um vom Sturmgewehr 90 wieder auf das Sturmgewehr 57 oder den Karabiner umzustellen. Denn der Reiz, mit einer präziseren Waffe zu schießen, liegt auf der Hand. Entsprechend haben auch viele junge Schützen und Schützinnen ein Sturmgewehr 57 angeschafft. Auch wenn sich der Bundesrat zusammen mit dem Schweizerischen Skisportverband auf eine Teilkompensation für die Durchführung von Jungschützenkursen, von Michael-Lösschen-Feldschießen und obligatorischem Programm besser entschädigen will, führt die Verteuerung der Munition GPL von 30 auf 60 Kappen pro Patrone unweigerlich zu einer Abnahme der Schießtätigkeit und sicher zu einer Abnahme der Schützinnen und Schützer in den Vereinen. Es ist doch nicht im Interesse der Armee und unseres Landes, wenn in einer Zeit, in der wir auf jeden Schützin und jede Schützin und Soldaten in unserem Land angewiesen sind, mit solchen Maßnahmen den Wehrwillen zu schwächen. Die SAT hat die neuen Hilfsmittel der GPL-Waffen in der Absicht bewilligt, dass die außerdienstliche Schießtätigkeit gefördert und nicht abgebaut wird. Im Interesse des Wehrwillens in der Schweiz und als Wertschätzung gegenüber den Schützinnen und Schützen bitte ich Sie, meiner Motion zuzustimmen. Dafür danke ich Ihnen bestens. Besten Dank, Herr Salzmann. Das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Herr Engler. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, Kolleginnen und Kollegen. Ich bedanke mich bei dem Kollegen Salzmann für diese Initiative, für das Einreichen dieses Vorstoßes, den ich gerne mit unterstützt habe, und zwar aus drei zusätzlichen Gründen, die ich kurz anführen möchte. Es wurde zu Recht gesagt, das Schießwesen hat in unserem Land eine große Tradition, gerade in diesem Jahr, in welchem wir die moderne Schweiz feiern, 175 Jahre Bundesverfassung, wäre es ein schlechtes Zeichen, jetzt mit diesem Entscheid hier das Schießwesen etwas abzuwerten. Es ist nämlich so, dass ein Jahr nach Gründung des Bundesstaates 1849 bereits ein erstes eidgenössisches Schützenfest durchgeführt wurde und genau dort wurden die neuen Errungenschaften dieser neuen Staatsform gefeiert und es war die Gelegenheit, die Schweiz auch nach dem Sonderbundskrieg wieder zusammenzuführen. Also insofern, ich weiß, dieses Argument mag Sie vielleicht noch nicht überzeugen, wäre es ein falsches Zeichen, gerade in diesem Jahr hier die Schützinnen und Schützen zu bestrafen. Das viel wichtigere Argument ist aber, dass gerade Karabiner Schützinnen und Schützen, Standardgewehr Schützinnen und Schützen und diejenigen Schützen, die das Sturmgewehr 57 benutzen, eigentlich das Rückgrat unserer Vereine darstellen. Wenn die nicht mehr sind, dann werden sie die Strukturen unserer Schießvereine beeinträchtigen. Es wird dazu führen, dass dann vielleicht wirklich nur noch die Pflichtigen dazugehören und sich die anderen zurückziehen. Wenn wir also lebendige Vereine möchten und das wiederum dient auch dem außerdienstlichen Schießwesen, dann dürfen wir das Schießen nicht unattraktiv machen, indem man genau bei diesen Waffenarten die Munition so verteuert, dass es unattraktiv wird. Wer also etwas am Schützenwesen, an diesem Verein gelegen ist, der darf jetzt nicht hingehen und einen wesentlichen Teil dieser Schützenfamilie hier bestrafen, indem man die Munitionspreise verdoppelt. Das zweite Argument der Breitensport, was wir hier unterstützen, ist Breitensport. Und zwar durch viele Generationen hinweg Schützinnen und Schützen und zunehmend auch Jugendliche, die sich dafür interessieren und das ausüben und haben auch andere Bereiche des Breitensports, indem der Bund eine Breitensportförderung praktiziert, was sehr berechtigt ist und es gibt keinen Grund jetzt hier bei den Schützinnen und Schützen genau ins Gegenteil zu verkehren. Wir Politiker, aber auch Bundesrätinnen und Bundesräte gehen gerne an eidgenössische Schützenfeste, halten dort Ansprachen, rühmen die Bedeutung des Schiesswesens und insofern, glaube ich, sind wir hier auch verpflichtet, diesen großen gesellschaftlichen Anlass, welcher sich in kantonalen, regionalen, eidgenössischen Schützenfesten manifestiert, zu unterstützen und so gesehen wäre es ein völlig falsches Signal, jetzt hier einen Grossteil der Schützinnen und Schützen damit zu bestrafen, dass die Munition doppelt so teuer wird. Ich bitte Sie deshalb mit Überzeugung, dem Vorstoss von Kollege Salzmann hier zuzustimmen. Vielen Dank, Herr Engler. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder des Rates. M. Buer, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Madame la Conseillère fédérale, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi aussi de rompre rapidement une lance en faveur de la motion déposée par M. Salzmann. M'il y a un intérêt peut-être tout d'abord. L'année passée, j'ai présidé le tir katonal Neuchâteloi. Et je dois dire que je suis un peu surpris de voir le contrôle fédéral des Finances simplement opposer le fusil d'assaut Nonnate au fusil d'assaut 57. Le tir, la pratique du tir, c'est autre chose. On a parlé de bousquetons, on a parlé de carabines standards. On a aussi, pas encore, mais on peut aussi l'évoquer, c'est l'évolution du fusil d'assaut 57, le fusil d'assaut 57-2000. Et toutes ces armes sont utilisées. Et aujourd'hui, pour avoir effectivement présidé ce tir katonal, je dois dire que j'ai été estomaqué par l'esprit qui l'y règne, l'esprit confédéral qui l'y règne. Et finalement, le plaisir que ces tireurs ont de se retrouver et de participer à quelque chose qui concerne toute la Confédération. On voit le nombre de tireurs qui viennent tirer la maîtrise katonale parce qu'elle fait partie de leur collection. On voit aussi le nombre de tireurs lors du tir en campagne, par exemple, qui viennent tirer pour avoir la médaille. Et je ne crois pas qu'avec cette proposition qui est aujourd'hui faite par le contrôle fédéral des Finances, on va faire du bien à notre cohésion nationale. Et aujourd'hui, après ce qui s'est passé durant ces dernières années, nous avons besoin de garder un esprit fédéral, un esprit confédéral et de garder un certain nombre d'occasions de se retrouver et de partager des moments ensemble. Alors certes, on peut en trouver dans d'autres occasions, dans d'autres fêtes, mais ces fêtes-là sont souvent aidées, le financement de ces fêtes est souvent aidé par les pouvoirs publics. Dans le cas d'espèce, on peut continuer de faire la même chose. Je vous encouragez vous d'adopter la motion de notre collègue Salzman. Bestes d'amour, M. Boer. Das Wort hat Herr Josic. Ja, Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen et Kollegen, Im Unterschied zu dem Kollegen Engler werde ich nicht an Schützenvereine zu reden eingeladen und deshalb kann ich vielleicht hier auch, dass diese harmonische Stimmung etwas brechen und ihn beliebt machen, der Motion nicht zuzustimmen und dies aus folgenden Gründen. Ich bin mir natürlich bewusst, dass ich mich damit nicht überall beliebt mache und dass Schützenvereine eine große Unterstützung in der Bevölkerung haben und das auch zu Recht. Also ich kann dem durchaus beipflichten. Aber ich finde die Diskussion in zweierlei Hinsicht etwas seltsam. Also das eine ist, wenn ich Kollege Engler zuhöre, dann geht es vor allem darum, das Schützenwesen und die Schützenvereine zu unterstützen. Das ist durchaus lobenswert und das machen wir ja auch so. Allerdings muss man sich, man könnte sich auch die Frage stellen, warum man das tun muss. Also das Schützenwesen per se, also das Schießen ist grundsätzlich außerhalb der Dienstpflicht, ist das ein Hobby, das ich jedem gönne und das natürlich bis zu einem gewissen Grad den Wehrwillen stützt. Aber wenn ich, was ich regelmäßig tue, ins Fitnessstudio gehe, dann sehe ich da auch junge Leute, die sich im Fitnessstudio trainieren und damit gewissermassen auch den Wehrwillen stärken. Also müsste man die Fitnessstudios auch unterstützen. Also wenn es nur darum geht, dass Sie sagen, das Schützenwesen ist eine kulturelle Angelegenheit und deshalb wollen wir es unterstützen, können wir das machen, aber dann müssen wir das nicht im Zusammenhang mit dem VBS diskutieren, sondern zum Beispiel im Rahmen der Kulturbotschaft von mir aus oder sonstiger Förderung von Traditionen und Gebräuchen in diesem Land. Und es steht ja auch nicht zur Diskussion hier, dass überhaupt keine Unterstützung mehr erfolgt, sondern es geht mehr um eine Gewichtung. Und damit komme ich zum zweiten Argument, das Kollege Salzmann ja erwähnt hat. Er sagt, es gehe quasi die Verteidigung der Schweiz, für die Verteidigung der Schweiz sei es wichtig, dass diese Patronen nach wie vor gleich subventioniert werden, wie die vom Sturmgewehr 90. Und da muss ich Ihnen sagen, dass der Bundesrat jetzt das Konzept hat zu sagen, ja, für die optimale Verteidigung unseres Landes müssen die Angehörigen der Armee vor allem auch mit dem Sturmgewehr 90 arbeiten, das macht ja Sinn, sonst hätte man es nicht einführen sollen, sondern beim Sturmgewehr 57 bleiben, was offenbar nicht der Fall ist. Und dass man jetzt versucht, hier eine gewisse Steuerung zu machen, vom veralteten Sturmgewehr zum neuen, das scheint mir sinnvoll zu sein. Und ich glaube, das fördert, oder das dient der Verteidigungsfähigkeit unseres Landes mehr als jetzt noch das Beibehalten gewissermassen des alten Sturmgewehres zu fördern. Und deshalb beantrage ich Ihnen, die Motionen abzulehnen. Vielen Dank, Herr Josic. Das Wort hat Herr Schüer. Vielen Dank, Herr Schüer. Ich möchte sagen, Herr Schüer. Ich möchte auf ein Punkt, das die Behörden des politikas publikas. Wir können nicht, von der Seite des Aktivitäten Hors-Service, unterstützen die modernisation des Fusils d'Assaut 57 mit den moyens auxiliern, für die diese Arme noch immer noch kompetitive. Und dann, von der Seite, Dr. Schüer. wir wollen uns die Munition mehr benötigt, denn wir wollten, dichte die Fas 90 machen, Wirkliche, ich verstehe, dass wir in der Richtung der Fas 90 machen wollen, aber wir wollen nicht von den Anwesüternen an den modernisationen des Fusils d'Assaut 57, die, wie man steht, die, wie wir wissen, die Gp11 und nicht die neue Munition. Für den Namen, weibat ich ja, in der Coolheit, de cohä binary und der politikasie, Ich bitte Sie, die Motion unserer Kollegen. Das soll nun umgesetzt werden. In Absprache mit dem Schweizer Schiesssportverband erhalten Schiessvereine in Zukunft mehr direkte finanzielle Mittel. Wenn wir diese Patrone ein wenig senken in der Subventionierung, erhalten die Schiessvereine unter einem anderen Titel mehr Unterstützung. Beispielsweise erhalten Sie höhere Beiträge, um das obligatorische Schiessprogramm, das Feldschiessen und die Jungschützenkürse durchzuführen. Im Gegenzug wird die Subvention für die Munition Gewehrpatrone 11 reduziert. Ich betone, sie wird nicht aufgehoben, sie wird reduziert. Der Bund unterstützt damit die Schiessvereine weiterhin mit dieser Munition, obwohl sie für die Armee keinen Trainingseffekt bringt. Mit diesen Massnahmen wird der Zweck des Schiesswesens ausser Dienst mehr in den Vordergrund gerückt, nämlich die Förderung der Schiessfertigkeit der Armeeangehörigen, die regelmässige Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der persönlichen Waffe und die Ergänzung und Entlastung der Schiessausbildung in den militärischen Kursen und Schulen. Entsprechend bitte ich Sie, dem Antrag des Bundesrates zu folgen und die Motion abzulehnen. Besten Dank. Besten Dank, Frau Bundesrätin. Wir entscheiden. Ja heisst Antrag des Motionärs unterstützen und die Motion annehmen. Nein bedeutet Antrag des Bundesrates folgen und die Motion ablehnen. Sie können stimmen. Sie haben die Motion angenommen mit 28 gegen 10 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Sie geht an den Nationalrat. Nächstes Geschäft, bitte um Aufmerksamkeit. Nächstes Geschäft auf der Tagesordnung 23 39 51. Interpellation Chiesa, Demontage der Feldanschlusskasten und der zugehörigen Leitungen. Der Interpellant hat sich von den Antworten des Bundesrates teilweise befriedigt erklärt. Er verlangt keine Diskussion. Das Geschäft ist erledigt. Wir können uns damit von der Vizepräsidentin des Bundesrates verabschieden. Es ist keine Diskussion gewünscht. Das Geschäft ist erledigt und ich kann Sie bereits verabschieden. Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Geschäft auf der Tagesordnung 21 047. Sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Bundesgesetz Differenzbereinigung. Dazu begrüsse ich Herrn Bundesrat Rösti bei uns. Er musste etwas länger warten. Ich entschuldige mich dafür, Herr Bundesrat, und begrüsse Sie herzlich. Wie bereits erwähnt sind wir in der Differenzbereinigung. Der Berichterstatter ist Herr Rieder. Wir werden wahrscheinlich, Herr Rieder, Sie sind einverstanden, direkt zu Seite 2 schreiten und dort Energiegesetz, Ziffer 1, Artikel 2a. Es gibt eine Mehrheit, eine Minderheit 1, Fessler, eine Minderheit 2, Zanetti. Herr Berichterstatter, Sie haben das Wort zur Begründung der Mehrheit. Besten Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen, geschätzte Kollegen. Ich sehe, die Präsidentin rückt aufs Tempo. Ich versuche mitzuhalten. Dieser Artikel 2a war von Beginn weg umstritten. Reflektiert er vielleicht am besten die grundverschiedenen Einschätzungen des Risikos einer drohenden Mangellage auf dem Schweizer Strommarkt. Ursprünglich wollte dieser Artikel die Restwassermengen im Status quo einfrieren und drohende Ausfälle bei der Wasserkraft verhindern. Zur Erinnerung an alle Anwesenden. Falls wir nichts entscheiden, wird bis 2025 minus 100 Gigawattstunden pro Jahr ausfallen, bis 2035 minus 350 Gigawattstunden pro Jahr und bis 2050 minus 1,9 Terawattstunden pro Jahr. Davon rückte der Rat ab und nahm letztes Mal einen Kompromissvorschlag Engler an. Den finden Sie in der Minderheit 1. Dieser Kompromissvorschlag ging dem Nationalrat zu weit. Dieser Kompromissvorschlag wurde angebunden an die Kompetenz, an Produktions- und Importziele anzuknüpfen und an drohende Mangellagen anzuknüpfen. Das eigentliche Problem wurde mittels Postulat in die Umlaufbahn des Parlaments geschickt. Der Nationalrat hat dann die Fassung noch einmal zurechtgekürzt. Die Mehrheit möchte eigentlich die Kompetenz des Bundesrates, die er bereits gestützt auf das Gewässerschutzgesetz, die Verordnung und das Landesversorgungsgesetz hat, ihm Erlass in diesem Gesetz verankern. Damit hätte der Bundesrat, wie bereits im letzten Winter 2022, 2023 die Möglichkeit, im Notfall hier die Restwassermengen zu beschränken. Eine Minderheit 1 übernimmt das Konzept von Kollege Engler, das der Ständerat letztes Mal angenommen hat. Und eine Minderheit 2 möchte weiterfischen wie bisher. Die Minderheiten und die Mehrheiten werden sich äußern. Besten Dank, Herr Berichterstatter. Zur Begründung der Minderheit 1 hat Herr Fessler das Wort. Besten Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich beantrage Ihnen, der Minderheit 1 zu folgen und damit am Beschluss unseres Rates festzuhalten. Der Titel des Erlasses, den wir heute in der dritten Runde beraten, lautet Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Damit wir uns keinen Titelschwindel vorwerfen lassen müssen, sind wir gefordert, das Mögliche zu machen, um die Stromversorgung tatsächlich zu sichern. Gemäß dem bereinigten Artikel 2 muss die Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien inklusive Wasserkraft bis 2035 von heute 42 Terawattstunden auf neu 73 Terawattstunden erhöht werden. Meine Damen und Herren, das sind 21 Terawattstunden zusätzliche Produktion. Das entspricht einer Steigerung um über 70 Prozent und das in gut zehn Jahren. Ich habe in diesem Rat noch niemand gehört, der gesagt hat, natürlich, das erreichen wir. Dass wir für längere Zeit mit drohenden Strommangellagen konfrontiert sein werden, bestreitet eigentlich niemand. Deshalb führen wir überhaupt diese Diskussion. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, damit komme ich zum Problem. Der Runde Tisch Wasserkraft hat 15 Projekte der Speicherwasserkraft identifiziert, die bis 2040 gesamthaft eine saisonale Speicherproduktion im Umfang von zwei Terawattstunden bringen könnten. Wenn es dann so weit kommt, wäre dies zwar ein wichtiger Beitrag, aber zu spät und auch viel zu wenig. Denn wir wissen auch, dass zwischen 2030 und 2050 bei vielen Großwasserkraftwerken die Wasserrechtskonzessionen auslaufen werden. Müssen diese nach der Rekonzessionierung die bestehenden Umweltvorschriften umsetzen, resultiert eine Produktionseinbuße von mindestens zwei Terawattstunden. Es gibt auch deutlich höhere Schätzungen. Vor diesem Hintergrund haben wir in der letzten sehr ausführlich geführten Beratungsrunde einen Einzelantrag von Kollege Stefan Engler angenommen, der sagt, dass der Bundesrat zur Erreichung der in Artikel 2 festgelegten Produktions- und Importziele sowie bei einer drohenden Mangellage die Betreiber von Wasserkraftwerken verpflichten kann, ihre Produktion unter Einhaltung der minimalen Restwasservorschriften befristet zu erhöhen. Der Nationalrat, der Berichterstatter hat es gesagt, ist unserem Rat im Grundsatz gefolgt, möchte dem Bundesrat die Kompetenz aber nur geben, wenn eine Mangellage droht. Von Maßnahmen bei Nichterreichung der Produktions- und Importziele möchte der Nationalrat und nun auch die Kommissionsmehrheit nichts mehr wissen. Herr Kollege Zanetti, der die Minderheit 2 vertritt, möchte mit seiner Minderheit sogar ganz auf eine Regelung verzichten. Entscheidend in der Frage, die wir heute zu entscheiden haben, ist bei der drohenden Mangellage die Frage, zu welchem Zeitpunkt diese festgestellt wird und mit einer Erhöhung der Produktion aus Wasserkraft vorgebeugt wird. In der Kommission hat uns die Verwaltung dargelegt, dass die Mangellage unmittelbar drohen müsse. Es könne zwar sein, dass der Bundesrat drei, vier oder fünf Jahre hintereinander entsprechende Maßnahmen beschließe, aber nie für eine längere Zeit im Voraus, man schaue von Jahr zu Jahr. Meine Damen und Herren, das ist keine vorausschauende Energiepolitik. Wir wissen schon jetzt, dass 2025 und auch in den folgenden Jahren eine Mangellage droht. Wir wissen schon jetzt, dass wir die Produktionsziele nicht erreichen, um eine sichere Stromversorgung zu gewährleisten. Wir wissen schon jetzt, dass bei der Wasserkraft ab 2030 im Rahmen von rekonsessionierenden Produktion verloren geht. Und wir wissen schon jetzt, dass der Zubau gemäß dem runden Tisch höchstens diese Produktionsverluste zu decken vermag. Wenn Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bei dieser Ausgangslage ein Minimum an Planungssicherheit und Versorgungssicherheit gewährleisten wollen, dann müssen Sie der Minderheit eins folgen. Auch so lassen sich effektive Mangellagen nicht ausschliessen, aber wir verschliessen immerhin wenigstens nicht die Augen vor den Tatsachen. Ich empfehle Ihnen in diesem Sinne, die Minderheit eins zu unterstützen. Besten Dank, Herr Fessler. Das Wort zur Begründung seiner Minderheit hat Herr Zanetti. Ja, Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Sie sehen, das ist eine einstimmige Minderheit, nämlich meine eigene und einzige Stimme. Wieso habe ich diesen Streichungsantrag gestellt? Ich muss Ihnen sagen, wenn die Minderheit, also in der Kommission haben wir folgendes Abstimmungsverfahren gehabt, Variante, die jetzt Minderheit eins ist, gegen die Variante, die jetzt Mehrheit ist, und dann das Obsiegende gegen meinen Streichungsantrag. Wenn die Minderheit eins durchkommt, dann ist das, Sie müssen Entschuldigung haben, dann ist das wahrscheinlich der Sargnagel bei dieser Vorlage. Ich habe es in der Kommission ausdrücklich gesagt, Sie wissen, zu meiner Interessenlage, ich bin Präsident des Fischereiverbandes, ich werde mich hüten, dem Fischereiverband zu sagen, ergreift das Referendum, aber ich werde es nicht verhindern können, wenn irgendjemand anderes das Referendum ergreifen würde, dass dann mein Verband da wacker mitmachen würde. Und das Risiko, dass dies passiert, ist relativ gross. Und ich bitte Sie, am letzten oder vorletzten Sonntag zurückzudenken, Wir haben hier gross mehrheitlich den Solarexpress verabschiedet, waren da ziemlich mutig und euphorisch. Und es gab heilige, unheilige und unheimliche Allianzen, die dieses Projekt vorangetrieben haben. Eine unheimliche, nicht unheilige, unheimliche Allianz, ein nicht ganz unbedeutender Ständerat, mit einem nicht ganz unbedeutenden ehemaligen Nationalrat und Hotelier, haben sich zusammengetan. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich fand diese Kombination, also die ist panzerbrechend, war sie auch, ja, aber auf relativ engem Territorium, nämlich im Oberwallis. Und allein schon im Unterwallis hat diese Allianz nicht mehr getragen. Also ich würde übermütige, allzu grosse Schritte hier im Ratssaal nicht überbewerten, wenn sie dann in Stahlbater Referendumsabstimmung geschickt werden. Also deshalb bin ich der Meinung, dass Minderheit ziemlich fatal wäre, Mehrheit, ja, das ist im Wesentlichen Status Quo, der Bundesrat hat das letzten Winter so gemacht, jetzt, Sie wissen, dass ich Montesquieu-Fan bin, soll man etwas, das man jetzt bereits machen kann, mit den gegebenen rechtlichen Voraussetzungen, soll man das noch ausdrücklich ins Gesetz schreiben. Ich bin der Meinung, ist weder nötig noch nützlich, also streichen wir das, aber das ist jetzt nicht die entscheidende Frage. Ich würde da keinen Streit um das Kaisersbad machen. Also wenn die Minderheit, wenn die Mehrheit durchkommt, dann braucht es eigentlich diese Regelung gar nicht, sie bringt nicht so viel, wie man sich versprochen hat und ist an sich unnötig, deshalb könnte man sie ja auch streichen. Wenn aber die Minderheit durchkommt, dann muss ich Ihnen sagen, ist meine Minderheit 2 quasi der Notausgang, der verhindert, dass diese Vorlage vom Absturz bedroht ist. Ich, Frau Präsidentin, hat mir gesagt, dass sie das gleiche Abstimmungsverfahren wie in der Kommission anwenden wird. Ich behalte mir vor, nach Vorliegen des Ergebnisses der ersten Abstimmung, allenfalls meine Minderheit 2 zurückzuziehen, und zwar einfach, um, denn ich finde sie nach wie vor vernünftig, wie fast alle Anträge, die ich irgendwann definiert habe, grundsätzlich vernünftig, aber ich möchte einfach den Sack zumachen. Dann hätten wir keine Differenz mehr, die Sache wäre gegessen und es gibt keine Turbulenzen, unnötige Turbulenzen. Also es wäre einzig ein Akt der politischen Vernunft und nicht der inneren Überzeugung, wenn ich diese Minderheit 2 zurückziehen werde. Aber ich werde das erst machen, wenn der erste Zwischenentscheid gefällt worden ist, eben damit man noch einen Notausgang hat, um Schlimmeres zu verhindern. Erlauben Sie mir noch, Kollege Dani Fessler schaut sehr ernst, erlauben Sie mir noch eine Bemerkung. Letzte Woche im Rahmen der RPG-2-Debatte habe ich ja da ziemlich lauthals einen Brief der BPUG und der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz zitiert. Und dann hat Kollege Fessler diesen Brief, ja, also ziemlich happig relativiert. Und eigentlich hätte ich ihm letzte Woche am liebsten widersprochen. Seit Sonntagabend, muss ich sagen, ja, wo er recht hat, hat er recht. Sie haben am Sonntagabend ein Schreiben der Gebirgsdirektorenkonferenz erhalten. Da muss ich, also erstens mal habe ich gestaunt, dass die da einen Brief verfasst haben, bevor die Fahne aufgeschaltet war, aber meinetwegen. Aber der gute Mensch, der diesen Brief geschrieben hat, hat völlig an der Sache vorbeigeschrieben. Völlig an der Sache vorbeigeschrieben. Er hat einen Sachverhalt näher untersucht, der von Artikel 31.1 Gewässerschutzgesetz erfasst wird. Wir sprechen hier über 31.2 und über 33 und über nichts anderes. Und so gesehen hoffe ich, dass auch diesen Brief der Regierungsrat, der ihn unterschrieben hat, diesen Brief nicht gesehen hat. Sonst müsste man dem Regierungsrat sagen, er sei da, ja, unkorrekt instruiert worden. Das noch eine Schlussbemerkung in Anlehnung der Bemerkung von Kollege Fessler von letzter Woche. Also ich bitte Sie in der ersten Abstimmung der Mehrheit zuzustimmen und dann werde ich bei mir Vernunft einziehen lassen und die Minderheit 2 allenfalls. Nein, ich ziehe Sie zurück, wenn die Mehrheit gewinnt. Vielen Dank, Herr Zonetti. Ich informiere Sie jetzt schon über das Abstimmungsprozedere. Erste Abstimmung wird dann lauten, Mehrheit gegen Minderheit 1 und das Obsiegende gegen Minderheit 2, falls der Antrag nicht zurückgezogen wird. Jetzt sind wir aber mitten in der Debatte. Das Wort ist frei für die Mitglieder der Kommission. Herr Stark. Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen kurz in drei Punkten darlegen, weshalb Sie die Mehrheit unterstützen sollten. Der erste Punkt, der Unterschied dieser beiden Mehrheiten und Minderheiten ist ja in den Punkt, dass die Minderheit beantragt, dass die Restwassermengen eingeschränkt werden können, wenn die Ziele nach Artikel 2 Absatz 2 nicht erreicht werden. Sie finden diese Ziele nicht mehr in der Fahne, da haben wir uns ja geeinigt, das haben wir sogar höher gesetzt. Es heißt also, die Nettoproduktion von Elektrizität aus Wasserkraft im Jahr 2035 muss mindestens 37.900 Gigawattstunden betragen und im Jahr 2050 mindestens 39.200 Gigawattstunden. Was heißt das, wenn sich die Lösung der Minderheit durchsetzt? Wenn zum Beispiel ab 2030 sich abzeichnet, und dass die Ziele nicht erreichbar sind, dann könnte man also einfach die Restwassermengen einschränken. Und das womöglich 20 Jahre lang bis 2050. Und, wohlgemerkt, statt neue Stauseen zu bauen und die Leistung der bestehenden Wasserkraftwerke zu erhöhen, wenn Sie die Restwassermengen einfach so einschränken, wer hat dann noch einen Anreiz, neue Wasserkraftwerke zu bauen und die Stauseen zu erhöhen. Es ist wichtig, wir müssen den Druck hochhalten auf allen Beteiligten, auf den Kraftwerkbetreibern, auf den Konzessionsgebern, auf den Umweltverbänden. Es muss etwas gehen, selbstverständlich über den runden Tisch hinaus. Und da dürfen wir nicht mit einschränkenden Restwasserbestimmungen den ganzen Druck herausnehmen. Zweiter Punkt. Die Mehrheit beschränkt sich auf eine Restwassersenkung bei drohenden Mangellagen. Das ist sehr sinnvoll und grundsätzlich bereits heute möglich. Die Erwähnung hier aber in diesem Gesetz verstärkt diese Maßnahme. Eine drohende Mangellage kann man auch mit etwas weiterem Horizont sehen, als dies das Landesversorgungsgesetz definiert. Und das ist auch sehr wichtig. Wenn aber, und das ist wichtig, wenn aber die Restwassermengen schon eingeschränkt sind, um die ordentlichen Produktionsziele gemäß Artikel 2 Absatz 2 und Absatz 2 bis zu erreichen, war es dann, wenn wir eine drohende Strommangellage haben? Wir haben ja die Restwassermengen schon eingeschränkt, wir können gar nicht mehr machen. Also wenn Sie die Produktionsziele anstreben mit eingeschränkten Restwasserbestimmungen, dann setzen Sie das Instrument außer Kraft, um in einer Strommangellage eben die Restwassermengen einschränken zu können. Das Instrument, das wir wirklich brauchen, wird wirkungslos. Und mein dritter Punkt. Das Restwasser wird in Folge warmer Sommer immer kostbarer. Für die Fische und alle anderen Lebewesen, die nicht gern auf dem Trockenen sind. Aber auch für die Pflanzenwelt und für jene, die von den Pflanzen leben, die Alpwirtschaft und die Landwirtschaft. Auch daran bitte ich Sie zu denken. Ich komme zum Fazit. Meine Damen und Herren, langfristige Ziele erreicht man nicht mit kurz, mit befristeten Lösungen, mit einem Providurium. Das ist ein Widerspruch und ist nicht zielführend. Und langfristige Ziele erreichen wir nur mit langfristigen Massnahmen, mit klaren Rahmenbedingungen, mit Stromunternehmen, die investieren und Umweltverbänden, die kooperieren. Ich beantrage Ihnen deshalb der Mehrheit zu folgen. Vielen Dank. Besten Dank, Herr Stark. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission. Herr Schmid, Sie haben es. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Sie bitten, an unserem Entscheid des Ständerates festzuhalten, um mit der Minderheit 1 zu stimmen und den Antrag Engler von der letzten Debatte nochmals zu bestätigen. Wenn Kollege Stark sagt, diese Vorlage würde dazu führen, dass keine Wasserkraftwerke mehr gebaut würden, weil der Anreiz fehle, dann verstehe ich das nicht. Weil die Minderheit 1, die will ja nur dem Bundesrat die Kompetenz geben, in den genannten Fällen, allenfalls, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, davon abzuweichen. Es ist nicht ein Entscheid des Rates heute. Es ist der Bundesrat, der gemäß Minderheit 1 aufgrund der dann zumaligen Situation einen Entscheid treffen kann. Und der Bundesrat, Herr Kollege Stark, der hat gemäß diesem Gesetz auch die Verpflichtung, dem Rat, also unseren Räten, neue Vorlagen zu präsentieren, wenn die Ziele nicht erreicht werden. Deshalb ist Ihre Bemerkung falsch. Längerfristig ist das nie ein Instrument. Das zeigt ja gerade hier, dass das Instrument in der drohenden Mangellage, da sind wir gleicher Meinung, oder eben auch bei nicht reichen der Produktionsziele angewendet werden kann. Es liegt aber in der Entscheidungsgewalt des Bundesrates. In unserem Rat haben wir sonst den Grundsatz Gouverneuse-Prévoire. Das macht die Minderheit 1. Wir geben dem Bundesrat eine Kompetenz, dass wenn sich die Situation in Bezug auf die Versorgungssicherheit noch einmal fundamental verändert, die Versorgungssicherheit der Schweiz mit Strom gefährdet ist, dann kann der Bundesrat gemäß der Minderheit 1 solche Massnahmen ergreifen. Das ist der Vorteil. Der Bundesrat wird nicht leichtfertig auf diese Instrumente greifen. Wenn Sie das aber ausschließen, wie das die Mehrheit oder die Minderheit Sanetti will, dann hat der Bundesrat diese Kompetenz nicht. Ich traue dem Bundesrat offen zu, dass er am besten für die Versorgungssicherheit des Landes beurteilen kann. Ich möchte nicht, dass der Bundesrat wieder ein Ölkraftwerk wie in Birr baut, eine halbe Milliarde ausgibt, weil er eben keine Kompetenzen hat, sich in einer solch drohenden Mangellage richtig zu verhalten. Und wir entscheiden jetzt darüber, ob wir ihm diese Kompetenzen geben wollen oder nicht. Und aus dieser Sicht ist einzig die Minderheit 1 Fessler, das ist die vernünftige Alternative, das ist der vernünftige Vorschlag. Der Bundesrat wird nur, wenn eben die Voraussetzungen gegeben sind und wenn er es für notwendig erachtet, diesen Entscheid zu treffen. Und sonst wird er es nicht tun. Ich bitte Sie deshalb mit der Minderheit 1 zu stimmen. Vielen Dank, Herr Schmid. Das Wort ist weiterfrage für die Mitglieder der Kommission. Mme Masone, Sie haben die Wort. Vielen Dank, Herr Schmid. Herr Schmid, Herr Schmid, Herr Schmid. Vielen Dank, Herr Schmid. Ich glaube, dass er mit seiner Proposition versucht, eine Formel-Sortie der Krise zu dieser Frage war, die sich öffnet und weitestetigte in unserem Conseil gestellt hat. Die Proposition hat sich als Individuen gegeben. Wir haben in Kommission, die Möglichkeit zu analysieren, und zu diskutieren, was sie bedeutet. Ich glaube, dass es wichtig war, zu analysieren, was sie genau bedeutet. Und in diesem Kontext, das ist es, was er gemacht hat, und in diesem Kontext, es muss klarer, warum wir dieses Instrument wollen. Wir wollen dieses Instrument, die Räduktion des débits résiduels, als eine Soupabe der Sécurität, im Fall des Besoins, wie wir das letzte Mal haben, dass wir ein Besuch haben, wir sind in eine Situation d'urgence, also wir benutzen die Soupabe der Sécurität. Und da ist sie, und sie hilft, und sie hilft, oder wollen wir ihn nutzen, wie ein Instrument, die sich an der Produktion, um zu erreichen, um zu erreichen. Und dann, wir sagen, wir sagen, dass wir unsere Objekte, wir prenen in Bezug auf diese Säteinung des débits résiduels. Aber wir können nicht die beiden in der gleichen Zeit. Denn wenn wir die Säteinung des Objekte, sagen, dass wir die Säteinung des débits résiduels haben, wie die Aufmerksamkeit für die Aufmerksamkeit haben, dass wir keine Sicherheit haben, in der Situation, um eine Situation zu beurteilen. Und das ist die Frage, die sich auf den Conseil nationalen hat, und das ist auch für das, und bei der Führung, für den Führung, dass wir die Führung der Marke, der manövren, dass wir ihm genauer sagen, dass wir ihm das wollen. Und das war, das war, dass wir die Mehrheit der Mehrheit haben, und das ist, dass wir in der Kommission, in Kommission, dass es die EU-K년zeit 아니야, dass wir an Usher haben, die Möglichkeit zu reduzieren, die Risid sided, und dass das Ihr Preis PIB, das zu Ende war, das zu uns in Kommission wurde, relativamente Bas gegeben. Liste des Rieder, die Risidologie, in Realität, ist das Abforderungen bei 2035, mit den Nouvellen zuerstellen. Die Konkurrenz des Konkurrenz. Und für später 2035, wir wissen, dass wir ein Postulat haben, mit dem Objektiv zu studieren, wie wir diese Situation können. Und ich bin absolut sicher, dass wir in detail folgern werden, dass wir die Aufstellung des Objektivs mit den anderen Instruments, die wir entschieden haben, um zu agieren, schon einige Jahre vor. Aber ich glaube, dass wir wissen, warum wir diesen Instrumenten wollen, dass wir uns in den letzten Jahren wiederholfen haben, dass wir die Produktionen haben, dass wir die Produktionen haben. Es ist nicht die Instrumenten, wie wir unser Fiedel-Rapporteur-Majorität erzählen haben, dass wir die Grundixenten haben. Das war die Diskussion am Anfang. Wir sind in ein Nummer zu zwei Chiffen, de Gigawatt de Produktion par année. Und c'est de cette heure de grandeur là que l'on parle. Et pour ça, on a déployé tout le reste des instruments. Et pour la soupape de sécurité, on a besoin de pouvoir justement l'employer que en cas d'urgence. Et c'est ce que propose le National après Analyse. Je vous remercie de suivre la majorité. Vielen Dank, Frau Masson. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission. Herr Noser. Herr Präsident, Herr Bundesrat, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin eigentlich froh um das Votum vom Kollegen Masson, weil sie hat in einer sachlichen Weise die beiden Unterschiede der beiden Anträge auseinander dividiert. Und das hat nichts mit der Tragik, die er stark da bringen möchte, nach dem Motto, es werden Wasserkraftwerke nicht gebaut, wenn man der Minderheit 1 zustimmt und wenn man der Mehrheit zustimmt, werden sie gebaut. Das ist etwas weit hergeholt. Frau Masson hat richtig ausgearbeitet. Es geht eigentlich darum, wird man in einer absoluten Notlage, das ist die Mehrheit, auf dieses Instrument zurückgreifen können oder kann man auch etwas, bevor eine absolute Notlage ist, schon auf dieses Instrument zurückgreifen. Das ist das, was die Minderheit 1 möchte. Das ist der Unterschied. Was heisst jetzt das? Und da ist ein gewisser Zynismus dabei, wenn sie mit der Mehrheit stimmen. Eine absolute Notlage heisst, wenn der Strompreis sich schon verzehnfacht hat, Gerlafingen die Tore schliessen muss vielleicht, weil der Strom so teuer ist, dann darf der Bundesrat diese Massnahme ergreifen. Aber bevor der Strompreis explodiert, darf er ihn nicht ergreifen. Das heisst in der Praxis, für die Konsumentinnen und Konsumenten, für die Wirtschaft. Die Minderheit gibt dem Bundesrat mehr Flexibilität, dass er früh diese Massnahmen ergreifen kann und früh dämpfend einwirken kann auf dem Markt, während die Mehrheit will ultimativ vor der Notlage nur das zulassen. Das ist der einzige Unterschied. Und darum bin ich ganz klar für die Minderheit eins. Vielen Dank, Herr Noser. Gibt es weitere Wortmeldungen aus der Kommission? Herr Reichmuth, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir in dieser Sache nicht nur das Schwarze heraufbemalen. Allerdings muss ich eigentlich sagen, in der Diskussion, wir werden hier, oder es ist ein Schicksalsartikel, der am Schluss über die Gesamtvorlage allenfalls entscheidend sein kann. Was liegt uns hier vor? Wir haben die Version Engler am letzten Mal eingeführt und damit eigentlich eine massive Schwächung, was ursprünglich vorgesehen haben, bezüglich Eingriff ins Restwasser ergriffen. Der Nationalrat hat es jetzt nochmals etwas abgeschwächt, und wenn wir das jetzt genau analysieren, dann ist der Eingriff noch möglich, was heute schon ist, aber der wird jetzt im richtigen Gesetz richtig verankert, dann noch möglich, wenn eine Mangellage bevorsteht. Die Mangellage, so meine ich, kann der Bundesrat, wenn auch eher kurzfristig, aber die kann er irgendwie noch abschätzen. Er kann abschätzen, wie die umliegenden Länder positioniert sind bezüglich ihrer Stromversorgung, kann er es abschätzen bezüglich der eigenen Stromversorgung, der Füllstände der Seen, was er sicher nicht kann. Ich nehme an, da wir keine Mordertaler im Bundesrat haben, dass er das Wetter nicht abschätzen kann und die Temperaturen im Winter. Aber dieses Risiko muss er mit einkalkulieren. Also er wird jedes Jahr feststellen können, laufen wir in eine Mangellage oder nicht. Und da ist das Instrument richtig, dass er eben kurzfristig hier entscheiden kann, dass der entsprechende Eingriff ins Restwasserregime geschehen kann. Die Ziele, die wir definiert haben, ich bin vielleicht einer der einzigen, der noch daran glaubt, sie sind sehr ehrgeizig, das weiß ich, ich bin aber nicht sicher, ob sie richtig festgesetzt sind, ob wir diese ehrgeizigen Ziele zu diesem Zeitpunkt dann auch brauchen oder nicht. Das wird auch von vielen anderen Faktoren abhängig sein. Wenn wir jetzt bereits definieren, ja wir greifen in dieser Stärke auch ins Restwasser rein, weil wir ein Ziel, das wir heute definiert haben, und dass wir nicht wissen, ob es zu hoch oder zu tief ist, auch dieses Regime anwenden wollen, dann meine ich, machen wir es, oder das ist aus meiner Sicht eben nicht zwingend. Und dann der Zeitpunkt, müssen wir beachten, wenn wir jetzt davon reden, unter dem neuen Regime der EU ab 2025 hätten wir eine Strommangellage. Das kann sein, das wird vielleicht sogar so sein, das kann ich heute nicht beurteilen. Nur, was nützt es, wenn wir jetzt die Restwassermenge dieses Jahr aufgrund dieser Aussicht kürzen würden? Diesen Strom, den wir Dachdor durchgewinnen, den haben wir längst vor 2025 verbraucht, auch da wir nicht in der Lage sind, diesen zu speichern, also nützt dieser Einsatz eigentlich nichts. Also insofern plädiere ich hier ganz klar dafür und ich glaube, wir können diesen Schritt auf den Nationalrat zugehen und damit eine Risikoposition dieser Vorlage schliessen und hier dem Nationalrat und damit der Mehrheit folgen. Besten Dank. Besten Dank, Herr Reichmuth. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder der Kommission. Wird nicht mehr benutzt für die Mitglieder aus dem Rat. Herr Hefti, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, dass ich in der Wasker Kraft tätig bin. Hier entscheiden wir auch darüber, ob wir mehr CO2-freie Energie produzieren können oder nicht und damit weniger CO2 emittieren. Das ist eine Frage, die Sie hier entscheiden müssen. und vielleicht müssen wir darüber auch in einer Volksabstimmung antreten. Aber es ist ein wichtiges Ziel. Vielen Dank, Herr Hefti. Die minimalen Restwassermengen müssten auch nach der Version des Ständerates immer eingehalten werden. Das heißt, wir vernichten hier nicht die Ökologie. Und zum Zweiten, ich muss Ihnen schon sagen, das Parlament trägt seine Verantwortung für die Sicherheit und das Volk trägt seine Verantwortung dann zu entscheiden, ob es damit einverstanden ist oder nicht, was das Parlament entscheidet. Und die Zeichen an der Wand sind relativ klar. Wenn uns Stromexperten sagen, dass wir zukünftig abhängig sind von milden Wintern, funktionierenden AKWs in Frankreich und dass Deutschland nicht zu einem Importland wird, sondern zu einem Exportland, dann ist das alarmierend, weil gerade dieser Schritt Deutschland dieses Jahr gemacht hat. Deutschland importiert zum ersten Mal Strom aus Frankreich 2023. Und schlussendlich werden Sie dann entscheiden müssen. Sie müssen entscheiden, ob Sie einen Mantel erlassen oder einen Bikini erlassen. Das ist Ihre entsprechende Entscheidung. Vielen Dank, Herr Rieder. Gibt es weitere Voten? Ja, Herr Zanetti. Vizepräsidentin der Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Auch eine ganz kurze Antwort an den Kollegen Rieder. Natürlich habe ich die Texte gelesen, ich habe sogar die Gesetzestexte gelesen. 31 Absatz 2 besagt, die Restwassermenge muss erhöht werden, unter anderem um die Grundwasservorkommen zu speisen, damit die Trinkwassergewinnung sichergestellt ist und der Wasserhaushalt landwirtschaftlich genutzter Böden nicht wesentlich beeinträchtigt wird. Das hat, glaube ich, Köpi Stark schon erwähnt. Also es geht auch um Landwirtschaft, es geht um intakte Lebensräume. Die Fischgeschichte will ich gar nicht erwähnen. Natürlich werden die auch im Artikel 33 erwähnt. Es geht also um relativ viele Sachen. Jetzt vielleicht, Rudi Noser hat mich noch auf eine Idee gebracht, wenn es sagt, ja Stahlwerk Gerlafingen steht still, weil der Strom zu teuer ist. Wir haben in der Kommission gehört, was die Massnahme von letzten Winter effektiv gebracht hat. Und da hiess es, oder irgendwann wird jetzt noch evaluiert und so, aber man hat das bezeichnet mit einem tieferen zweistelligen Produktion, also zweistellige Gigawattstunden. Tiefe zweistellig, das heisst 0 bis 33, mittere heisst 33 bis 66 und hohe wäre 66 bis 100. Wenn es also heisst tiefere, dann würde ich sagen maximal 30 Gigawattstunden. Wenn das Stahlwerk in Gerlafingen in einer drohenden oder akuten Mangellage während einem Monat stillgelegt wird, spart dieses Stahlwerk rund 30 Gigawattstunden ein. Also die ganzen ökologischen Risiken mit dieser Variante der Minderheit könnten aufgefangen werden, indem man sagt, das Stahlwerk in Gerlafingen wird während einem Monat also wird der Betrieb eingestellt. Selbstverständlich müsste man da eine Stillstandsprämie bezahlen, aber ich garantiere Ihnen, Herr Bundesrat, und ich werde Sie darauf noch ansprechen, diese Stillstandsprämie wäre wesentlich günstiger, wesentlich günstiger als die Entschädigung, die man den Wasserkraftbetreibern für ihre Winterreserve bezahlt hat. Also da kann ich Ihnen garantieren, würde die Eidgenossenschaft ein relativ gutes Geschäft machen. Aber einfach damit wir von den Mengen auch noch wissen, das Problem der Stromversorgung und der Stromversorgungssicherheit wird mit diesem Artikel 2a, sei es nun Mehrheit oder Minderheit, wird nicht wesentlich entschärft. Das einfach auch, damit man das im Hinterkopf hat, will man ein politisches Risiko in Kauf nehmen, um den Preis eines hohen ökologischen Risikos und einer relativ geringen Mehrproduktion. Also diese Abwägung müssen Sie vornehmen und ich bitte Sie, diese realistisch vorzunehmen und der Mehrheit zu folgen. Besten Dank, Herr Zanetti. Sind weitere Wortmeldungen aus dem Rat? Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Herr Bundesrat, Sie haben das Wort. Danke, Frau, geschätzte Frau Ständeratspräsidentin, sehr geehrte Damen Ständerätin, Herren Ständeräte. Ich nehme gerne Stellung und werde mich, wie Sie wahrscheinlich erwarten, für die Mehrheit aussprechen, obschon ich verstehe, alle Voten verstehe, die sich für eine höhere Stromproduktion hier einsetzen und ich müsste das ja als Energieminister auch tun. Und deshalb will ich nochmals festhalten, wie es so eben oder verschiedentlich schon genannt wurde. Wir sind bei der Reduktion der Restwassermengen im letzten Winter von einem Potenzial von 150 Gigawattstunden ausgegangen und es ist richtig, dass wir heute feststellen müssen, die genaue Zahl liegt noch in der Auswertung, dass wir von einer tieferen zweistelligen Zahl an Gigawattstunden ausgehen müssen, aus der heutigen Situation. Das ist natürlich dann später, ab 2030, 35, wenn dann die Neukonzessionierenden kommen, eine andere Situation. Aber heute und kurzfristig, wenn wir von 24, 25 folgende sprechen, sprechen wir über eine relativ kleine Zahl. Jetzt müsste ich sagen, auch eine kleine Zahl ist Strom, auch eine kleine Zahl, das ist richtig, spart CO2. Aber wenn sich an dieser, und von daher kann ich nachvollziehen, oder würde ich sogar auch die Minderheit verstehen, aber wenn wir damit, und jetzt ist es einfach hochpolitisch, wenn wir damit, der Hefte hat das gesagt, dann gehen wir Hals vor das Volk, das ist eine Möglichkeit. Aber wenn wir damit, und das befürchte ich, in einer Volksabstimmung, in einer allfälligen, diese Vorlage gefährden, dann werden wir am Schluss nicht 0,3 Gigawattstunden, äh, 30 Gigawattstunden mehr produzieren, sondern wir werden einfach Status quo haben und einen Stillstand. Weil dann alle anderen Vorzüge dieser Vorlage, mit den geeigneten Gebieten für Solaranlagen, für Windanlagen, die 15 Wasserkraftprojekte, die jetzt drin sind, die in der Summe doch, ich gehe immer davon aus, in den nächsten 5 bis 10 Jahren etwa 4, 5 Terawattstunden Winterstrom geben sollte und uns effektiv aus der Mangellage bringen. Und dann ist einfach diese Menge, die wir hier gewinnen, gegenüber der Menge, die wir verlieren könnten. Und, äh, Herr Zanetti hat, er hat gesagt, ich traue kein Referendum an, aber ich kann es nicht verhindern, wenn ein solches Referendum, ist es das meiner Ansicht nach, einfach nicht, einfach nicht wert. Und deshalb bitte ich Sie, im Verständnis, dass man jede Kilowattstunde braucht, hier der Mehrheit zuzustimmen. Es wird nicht einfach, diese Vorlage beim Volk, äh, für diese Vorlage einzustehen. Ich werde das, wenn es nötig ist, mit allem Engagement tun. Aber es kommen dann Windgegner, alpine Solargegner, äh, jene, die gegen die Solarpflicht, über 300, die kommen dann alle zusammen. Es sind am Schluss Hauseigentümer mit dem Fischereiverband, äh, SVP mit Grün, ich, ich, ich betreibe viele, die plötzlich ein Konglomerat geben, die es dann sehr schwierig macht. Und ich meine, wir sind heute jetzt in der Differenzbereinigung mit der Vorlage, eben im Sinne eines Kompromisses, und ein Kompromiss ist nie das Optimum, äh, unterwegs, und deshalb bitte ich Sie hier, der Mehrheit zuzustimmen. Und ich, äh, garantiere Ihnen, und Sie können mich beim Wort nehmen, dass wir das Postulat, das der Nationalrat eingereicht hat, Nummer 23.307, wo wir einen Umgang mit Restwassermengen in der langfristigen Optik, und da verstehe ich das gut, oder die Berechnungen sind klar, längerfristig bei der Neukonzessionierung könnten 2 bis sogar 2,7 Terawatt verloren gehen. Aber das ist ab 30, 2030 plus, dass wir das überprüfen, wir haben auch eine Schwalsung-Thematik, die wir überprüfen müssen, und dort kommen wir mit einer Lösung, dass wir dies, das möchte ich Ihnen garantieren, dass wir diese Verluste nicht haben. Aber wenn wir das, wenn Sie uns diese Zeit lassen, und jetzt den Mantlerlass in der Mehrheit durchlassen, dann können wir rasch produzieren, und das andere, völlig berechtigte Problem, der Restwasser auch lösen, und da werden wir eine Lösung finden. Natürlich braucht es dann auch dort eine Mehrheit im Rat am Schluss, weil es wahrscheinlich eine gesetzliche Anpassung braucht. Ich finde, wenn ich die Gesamtvorlage jetzt anschaue, möchte ich danken der Kommission für die Vorschläge. Wir sind jetzt wirklich auf dem Weg für einen guten Kompromiss. Wir haben schon zu Beginn gesprochen, von den zwei Seiten beim Restwasser etwas entgegenkommen, und dafür auf der anderen Seite beim Solarobligatorium nicht so streng sein. Da werde ich mich dann im Nationalrat ebenso vehement für Ihre Mehrheit einsetzen, dass wir auf Parkplätzen nicht ein Obligatorium machen, wie es auch hier Ihre Kommissionsmehrheit vorschlägt. Und dann bin ich der Meinung, haben wir eine austarierte Vorlage. Und deshalb bitte ich Sie nicht diesen eher symbolischen Kampf. Entschuldigen Sie, ich will niemandem etwas unterstellen, den Sie hier führen. Aber wenn es um 30 Gigawattstunden pro Winter geht, und auf der anderen Seite, ich wiederhole mich, ein Infragestellen allen anderen Vorteilen, die wir jetzt gemacht haben, mit dem Vorrang. Wir haben in allen Stromproduktionsbereichen einen Vorrang gegenüber dem Naturschutz. Das ist ein Riesenfortschritt, dass wir 15 oder 16 mit der Klus Projekte hier drin haben, bei denen gesagt wird, in der Güterabwägung ist die Stromproduktion vor dem Schutzbereich, vor dem Naturschutz, vor der Ökologie zu werten. Das ist eine Riesenleistung dieses Parlaments im Interesse der Stromproduktion. Und es wäre wirklich schade, das, was wirklich Strom gibt, jetzt mit dieser Frage hier in Frage zu stellen. Deshalb plädiere ich dafür, in allem Verständnis, dass Sie hier für die Minderheit, aber dass Sie hier der Mehrheit zustimmen. Besten Dank, Herr Bundesrat. Wir entscheiden. Ja bedeutet Antrag der Mehrheit unterstützen. Nein heisst Antrag der Minderheit. Fessler unterstützen. Sie können stimmen. Sie haben sich mit 30 gegen 14 Stimmen bei Null Enthaltungen für die Mehrheit entschieden. Herr Zanetti, Sie haben das Wort. Sie bringen ja jetzt Minderheit 2, nehme ich an, aufs Tapet. Ist vorgesehen Mehrheit gegen Minderheit 2? Ich habe es ja angekündigt, und Montesquieu wird sich im Grab drehen, aber ich entschuldige mich bei ihm. Ich habe es angekündigt, ich ziehe die Minderheit 2 zurück, damit die Differenz aus der Welt geschaffen worden ist und wir zu einem guten Ende kommen, gemeinsam mit dem Nationalrat als zurückgezogen. Besten Dank, Herr Zanetti hat seine Minderheit 2 zurückgezogen. Somit haben wir hier für die Mehrheit definitiv entschieden. Wir fahren weiter auf Seite 6 der Botschaft, Herr Berichterstatter, Artikel 36, Absatz 3. Hier geht es darum, was passiert, wenn die Mittel im Netzzuschlagsfonds trotz der neuen Verschuldungsmöglichkeiten, welche wir geschaffen haben, knapp werden. Der Nationalrat möchte dem Bundesrat die Freiheit geben, sowohl bei der Vergabe von Investitionsbeiträgen als auch beim Neueintritt in die gleitende Marktprämie-Wartelisten vorzusehen. Anlagen, die bereits im System der gleitenden Marktprämie sind, werden davon nicht betroffen. Es geht um neue Anlagen. Die UREG-S stimmt dem Nationalrat zu und gibt damit dem Bundesrat die Möglichkeit, rasch auf die Situation zugeschnittene Maßnahmen zugreifen zu können. Die Erwartung der UREG-S an den Bundesrat ist die, dass er bei der Einführung von Wartelisten dies der einst nicht einseitig zu Ungunsten der gleitenden Marktprämie machen wird. Ich habe den Auftrag der Kommission, dem Bundesrat mitzuteilen, dass wir ausdrücklich keine Diskriminierung der gleitenden Marktprämie in diesem Bereich wollen. Es gibt keine Minderheit. Besten Dank, Herr Berichterstatter. Sind dazu Wortmeldungen aus der Kommission? Dem, ja, Herr Stark. Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich erlaube mir, ganz kurz hier noch zu bekräftigen, was der Kommissionssprecher schon gesagt hat. Es gab bisher eine Grenze des Netzzuschlagsfonds, der konnte sich nicht verschulden. Der kann sich jetzt im doppelten Jahresertrag verschulden. Und es muss verhindert werden, dass neu mit Investitionsbeiträgen dieser Verschuldungsbereich alimentiert wird. Mit anderen Worten, bisher gab es eine Warteliste, sobald die Investitionsbeiträge eben nicht mehr ausbezahlt werden könnten. Und ich möchte Herrn Bundesrat anfragen, ob das auch so gedacht ist, dass auch in Zukunft keine Investitionsbeiträge gesprochen werden, wenn dieser Netzzuschlagsfonds nicht im Plus ist. Das ist die Erwartung, weil die Verschuldung hat die Kommission eingeführt, damit die gleitende Marktprämie ermöglicht wird, die in Lagen mit tiefen Preisen eben Jahre resultieren können, wo es Verschuldung gibt. Nachher gibt es wieder gute Preislagen, damit wirklich beide Instrumente zum Fliegen kommen und nicht einseitig nur die Investitionsbeiträge, die volkswirtschaftlich gesehen und auch für die Kosten, die resultieren, eben suboptimal sind. Besten Dank. Besten Dank, Herr Stark. Weiter ist das Wort frei für die Mitglieder der Kommission. Des Rates wird nicht mehr benutzt. Herr Bundesrat. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Präsidentin. Was wir zusagen können, ist, dass wenn jemand in Unternehmung die gleitende Marktprämie zugesprochen bekommt, dass man das nicht plötzlich dann unterbricht, wenn man zu wenig Geld hätte. Ich glaube, das ist klar. Aber so wie es jetzt formuliert ist und auch wie wir das verstehen oder umsetzen möchten, ist die Frage bei einer Verschuldung, welche Beiträge wir priorisieren beim Bundesrat. Also ich könnte Ihnen nicht zusagen, dass wir dann keine Investitionsbeiträge mehr geben. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage richtig verstanden. Also wir würden für neue Beiträge, auch wenn der Fonds verschuldet werden muss, abwägen, was ist die beste, welches sind die besten Projekte in Bezug auf die Stromproduktion. Das Anliegen, dass wir keine Diskriminierung machen der gleitenden Marktprämie, also dass wir das wirklich abwägen und nicht von vornherein sagen, es gibt keine gleitende Marktprämie mehr, habe ich natürlich auch aufgenommen. Und das gilt natürlich. Besten Dank, Herr Bundesrat. Dann haben wir diesen Artikel so beschlossen. Wir kommen auf Seite 9 der Fahne. Hier haben wir eine Mehrheit und eine Minderheit Knecht. Ich muss Ihnen noch zuerst einen kurzen Bericht über Artikel 45a und 45a bis abgeben. Bei Artikel 45a zu Handen der Redaktionskommission bei Artikel 45a Energiegesetz mit dem Titel Pflicht zur Nutzung von Solarenergie bei Gebäuden ist es wichtig, dass der Gesetzestext Wort für Wort mit der bereits in Kraft befindlichen Fassung übereinstimmt. Artikel 45a Energiegesetz stammt aus der Änderung vom 30. September 2022 dringliche Massnahmen zur kurzfristigen Bereitstellung einer sicheren Stromversorgung im Winter. Und bei Artikel 45a bis, hier hat Ihre Kommission mit 7 zu 4 Stimmen bei einer Enthaltung am Streichungsantrag festgehalten. Das heisst, wir wollen weder auf neuen Abstellplätzen noch auf bestehenden Abstellplätzen eine Pflicht zur Installation von Solaranlagen. Der Bundesrat hat es bereits vorher erwähnt. Hier ist eine Differenz dann zum Nationalrat. Besten Dank, Herr Berichterstatter. Das Wort ist frei für die Mitglieder der Kommission. Frau Mazzone, Sie haben es. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Conseil fédéral, chers collègues, le rapporteur vient de le mentionner. Il y avait évidemment une discussion en commission et une minorité. Et c'est en tout cas, de mon point de vue, le grand regret que j'aurais sur ce projet de sécurité de l'approvisionnement en électricité, c'est qu'effectivement, tout le potentiel du solaire n'est, de mon point de vue, pas suffisamment pris en considération et reste déconsidéré ou pas suffisamment considéré comme vraiment le pilier à côté de l'énergie hydraulique et de ses capacités de réserve pour assurer la production et la sécurité de l'approvisionnement en Suisse. Et c'est le grand regret que j'aurais sur ce projet. Et je pense que nous aurons certainement l'occasion d'en rediscuter. C'est visiblement ici la limite que l'on a trouvée pour un dénominateur commun au sein de la commission. Et c'est aussi pour cette raison que je n'ai pas poursuivi le combat ici, même si je reste convaincue que le potentiel du solaire devrait être mieux exploité, mieux considéré dans nos réflexions à l'avenir. Bestes Dank, Frau Mazzone. Wir sind jetzt bei Artikel 45a bis. C'est juste. Gut. Bestes Dank. Weitere Wortmeldungen von den Mitgliedern der Kommission des Rates, Herr Bundesrat dazu. Dann haben wir diesen so beschlossen. Artikel 46a, Absatz 1 bis, Herr Berichterstatter. Nur ganz kurz, Frau Präsidentin, der Ständerat möchte hier nicht, dass wir die Vorbildfunktion von der zentralen Bundesverwaltung auch noch auf die zentralen Kantonsverwaltungen ausdehnen. Das ist Sache der Kantone. Daher besteht diese Differenz zum Nationalrat. Es gibt keine Minderheit. Bestes Dank, Herr Berichterstatter. Dazu Wortmeldungen aus der Kommission, aus dem Rat. Herr Bundesrat verzichtet, so beschlossen. Dann sind wir jetzt auf Seite 9, wie bereits von mir angekündigt, etwas zu früh. Aber jetzt sind wir dort. Wir haben bei Artikel 46b eine Mehrheit und eine Minderheit. Herr Berichterstatter, Sie haben das Wort zur Begründung der Mehrheit. Besten Dank. Die Abstimmung in Ihrer Kommission fiel 9 zu 3 aus. Die Minderheit wird Ihre Position begründen. Die Mehrheit möchte Energieeffizienzmaßnahmen einführen und hier dem Nationalrat entgegenkommen. Beide Räte haben im Mantlerlass das Ziel aufgenommen, bis 2035 mit Effizienzmaßnahmen zwei Terawattstunden einzusparen. Anders als bei Artikel 2a, den wir eben entschieden haben, hat hier die Kommission eben an diesen Zielvorstellungen festgehalten. Die UREKS schließt sich in der Grundlogik dem Konzept des Nationalrates an. Für gewisse Akteure soll es Zielvorgaben geben. Der Nationalrat zieht Zielvorgaben nur für Verteilnetzbetreiber, für die Grundversorger vor. Die Wirkung ist entsprechend auf die Grundversorgung limitiert. Der Vorschlag der UREKS geht weiter. Zielvorgaben sollen für alle Lieferanten gelten. Lieferanten sind Grundversorger und diejenigen, welche Großverbraucher im freien Markt beliefern. Ausdrücklich ausgenommen sind Zwischenhändler. Das Modell der UREKS entspricht dem Modell Minderheit 1 Vinzenz mit dem Einzelantrag IMAG im Nationalrat, welche dort ganz knapp den Kürzeren gezogen haben. Das Modell der UREKS bringt mehr Einsparungen und ist pro eingesparte Kilowattstunde günstiger als das Modell des Nationalrates. Eine Begrenzung der Kosten auf die Grundversorgung ist regulatorisch gegeben. Die Kosten sind allerdings nicht bekannt. Was man hier gestrichen hat, ist natürlich der Sanktionsmechanismus. Es besteht kein Sanktionsmechanismus mehr, falls diese Massnahmen nicht erreicht werden. Ich beantrage Ihnen daher, der Mehrheit zu folgen. Besten Dank, Herr Berichterstatter. Das Wort zur Begründung der Minderheit hat der Knecht. Frau Ständeratspräsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich empfehle Ihnen natürlich, meinen Minderheitsantrag zu unterstützen. Ich bin mir bewusst, dass die Version der Mehrheit verlockend klingt. Effizienz, wer möchte das nicht? Nur wird Effizienz auch ohne diese Regelungen im Gesetz erreicht. Wer keine Energie verschwendet, der spart ja Geld. Das ist besonders bei den heutigen Strompreisen bereits anreiz genug. Mischt sich aber der Staat mit Vorgaben ein, wächst nicht die Energieersparnis, sondern es wachsen in erster Linie die Bürokratie und die Kosten. Mir ist bewusst, dass es der Bundesrat in der Hand hätte, hier möglichst unbürokratische Lösungen vorzuschlagen. Aber meine langjährige politische Erfahrung zeigt mir, dass die Verwaltung stets den Hang zum Perfektionismus hat. Und daher ist damit zu rechnen, dass der Verwaltungsaufwand beim Bund stärker wachsen wird, als in der Kommission in Aussicht gestellt. Aber nicht nur dort, sondern auch bei den Lieferanten, bei den Elektrizitätslieferanten, unter anderem wird diese steigen. Berappen werden die zusätzlichen Kosten die Steuerzahler und die Verbraucher. Wir sollten aber solche Belastungen gerade in der heutigen Zeit für die Endverbraucher nicht aus den Augen verlieren. Zahlreiche Haushalte und Unternehmen werden nächstes Jahr teils massive Strompreisaufschläge verkraften müssen. Kürzlich, Sie erinnern sich, fand eine Kaufkraftdemonstration auf dem Bundesplatz statt. Das Motto war, alles wird teurer. Wir haben schon heute Probleme, oder viele Leute haben heute schon Probleme, die Rechnungen, sprich auch die Stromrechnung, begleichen zu können. Ich finde daher, dass wir mit solchen Regelungen nicht noch weiter an der Preisschraube drehen sollten. Überdies sind, selbst wenn man staatliche Effizienzziele unterstützt, diese eine Sache der Kantone. Zudem berücksichtigen die von der Kommission geplanten Massnahmen das Problem der grauen Energie und der Entsorgungsmassnahmen nicht genügend. Ganzheitlich betrachtet ist es nämlich nicht unbedingt umweltfreundlicher, ein Gerät vor Ablauf seiner Lebensdauer aus dem Verkehr zu ziehen und zu verschrotten. Ich bitte Sie daher, die Vorlage in diesem Buch nicht zu überladen und keine kontraproduktiven zusätzlichen Strompreissteigerungen zu provozieren, denn solche sind, wie erwähnt, für die Verbraucher in der heutigen Zeit nicht verkraftbar. Bestein Dank, Herr Knecht. Das Wort ist frei für die Mitglieder der Kommission. Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Damen und Herren, ich unterstütze Kollege Knecht mit seinem Antrag, diesen Effizienzkapitel zu streichen, wie es wir schon an der letzten Debatte gemacht haben. Ich habe aber, falls das scheitern würde, noch zwei, drei Fragen an Herrn Bundesrat Rösti. Im Titel der Bestimmungen zu den Energieeffizienzverpflichtungen werden ja jetzt wieder Energielieferanten genannt. Gleichzeitig ist man sich einig, dass es Ausnahmen geben soll, so zum Beispiel Teilnehmende der lokalen Elektrizitätsgemeinschaften nach Artikel 17b bis a und 17b bis b des Stromversorgungsgesetzes. Wie gedenken Sie in der Verordnung diese Ausnahme zu gestalten? Aber ich habe auch generell noch eine Frage zur Definition des Energielieferanten. Ist ein Energielieferant jemand, der Stromlieferungen macht an gebundene Endverbraucher oder ist das auch jemand, der Stromlieferungen macht an freie Endkunden oder ist das auch jemand, der die Stromlieferungen macht an lokale EWs, die dann wieder die Endverbraucher beliefern? Das ist eine schwierige Frage, die sich mir stellt und die wir auch in der Kommission von mir aus gesehen zu wenig vertieft haben. Das meine Frage. Vielen Dank, Herr Stark. Das Wort ist frei. Weiter für die Mitglieder der Kommission. Wird jetzt nicht mehr nutzt. Für die Mitglieder des Rates, Herr Burkhardt. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, wir hatten grundsätzlich diese Debatte ja bereits in der letzten Runde. Und damals hat sich der Ständerat entschieden, dass man diese Bestimmung streicht. Und ich bin extra ins Protokoll noch einmal nachlesen gegangen und habe unter anderem mein Votum nochmals gelesen. Und ich darf Ihnen sagen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, eigentlich könnte ich es Ihnen eins zu eins noch einmal vorlesen. Ich verzichte natürlich darauf. Aber die Hauptbotschaft sind eigentlich drei, die sich hier wiederholen. Erstens, ja, natürlich ist dieses Anlege nicht nur gerechtfertigt, es ist sogar verfolgbar als Ziel. Und diese Bestimmung, auch in der Version der Mehrheit der Kommission, fängt ja auch harmlos an. Sie sagt nämlich, es gäbe jährliche Zielvorgaben, dagegen ist nichts einzuwenden und es wird sogar noch gesagt, es dürfe keine Beschränkung der Menge an Elektrizität dadurch geben. Völlig problemlos, dahinter könnten wir uns stellen. Aber eben gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Und ich komme damit zu den anderen zwei Hauptbotschaften, und das sind die von letztem Jahr im Wesentlichen. Erstens ist diese Regelung untauglich, nach wie vor untauglich. Auch wenn man Verteilnetzbetreiber hinausnimmt und jetzt neu die Elektrizitätslieferanten einbezieht. Es ist nämlich nach wie vor untauglich, weil man den Esel meint, aber den Sack schlägt. Mit Esel meine ich in diesem Fall natürlich wirklich nur im übertragenen Sinn die Endkonsumentinnen und Endkonsumenten. Aber ansetzen tut man bei den Elektrizitätslieferanten. Also insofern möchte man Maßnahmen am einen Ort, aber gesetzlich legiferiert werden die Elektrizitätslieferanten. Also das ist ein Verstoß gegen das Verursacherprinzip und es ist eben auch untauglich, weil es nichts bewirkt. Zweitens, es ist mit unverhältnismäßigen bürokratischen Aufwänden verbunden, wenn es dann irgendwie dann noch verfolgt werden sollte. Nämlich müsste man Einblick haben in interne Abläufe der Endkonsumenten. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele nennen. Ein Unternehmen, das massiv wächst, das ist ja eigentlich positiv, das braucht mehr Strom. Das heisst, man müsste jetzt ansetzen, es hat mehr Strom gebraucht oder braucht mehr Strom. Das heisst, das ist grundsätzlich mal ein Problem in Bezug auf die Effizienz, sofern man nicht nachweisen kann, dass dieses Wachstum mit Effizienzmaßnahmen verbunden ist. Oder zweitens, ein Haushalt zieht jemand weg oder es zieht jemand dazu, hat entsprechend einen anderen Stromverbrauch. Wie soll man hier also die Effizienzmaßnahmen überhaupt messen können? Ich verweise auf Absatz 2, der das ja auch so dann sagt, Elektrizitätslieferanten müssen die Zielvorgaben durch Massnahmen für Effizienzsteigerungen an bestehenden elektrisch betriebenen Geräten, Anlagen und Fahrzeugen bei schweizerischen Endverbraucherinnen und Endverbrauchern erfüllen. Ja, wie soll das denn gehen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen? Und wenn dann gesagt wird, ja, es gäbe ja dann keine Bestrafung, dann verweise ich einfach auf Absatz 4 dieser Bestimmung. Dort steht, dass die Zielvorgabe eines Elektrizitätslieferanten einem bestimmten Anteil seines Absatzes des Vorjahres entsprechen müsse, bei Endverbraucherinnen und Endverbrauchern im Inland. Soweit die Elektrizitätslieferanten das Ziel verfehlt haben, müssen sie den fehlenden Teil in den folgenden drei Jahren zusätzlich erfüllen. Also wenn das keine Bestrafung ist, weiß ich also nicht. In diesem Sinne bitte ich Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bei der Beschlussfassung des letzten Maß zu bleiben, nämlich diese Streichung dieser Maßnahme und lassen Sie sich nicht beirren. Ja, wir haben nicht mehr die Verteilnetzbetreiber drin, weil das ist natürlich sowieso Unsinn, aber die Elektrizitätslieferanten macht es nicht viel besser. Einerseits sind Verteilnetzbetreiber durchaus auch Elektrizitätslieferanten und die Elektrizitätslieferanten sind ebenso oder ist ebenso unmöglich für sie diese Maßnahmen dann auch entsprechend durchzusetzen oder zu überprüfen. Also in dem Sinne bitte ich Sie abzulehnen beziehungsweise die Minderheit zu unterstützen, weil eben die gut gemeinte Bestimmung untauglich und unverhältnismässig ist. Besten Dank. Besten Dank, Herr Burkhardt. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder des Rates. Herr Hefti, Sie haben sich gemeldet. Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, es ist das letzte Mal, dass ich mich heute zu Wort melde. Bei aller Anerkennung für die Bemühungen der Mehrheit, ich kann mich aber mit Ihrem Text doch nicht anfreunden. Aus dem Text des Nationalrates noch mehr, aber auch aus dem der Mehrheit spricht eine Haltung, die man etwa so beschreiben könnte. Sparen, aber nicht selber. Wir delegieren es. Wir lassen für uns sparen. Damit bringen wir aber höchstens vernünftige und mündige Bürgerinnen und Bürger gegen den Staat auf, weil wir Bürokratie schaffen. Wir sollten das lassen und mit der Minderheit stimmen. Besten Dank, Herr Hefti. Gibt es weitere Mordmeldungen aus dem Kreis des Rates? Ist nicht der Fall. Herr Bundesrat, Sie haben das Wort. Danke, Frau Ständeratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren. Hier zeichnet sich, falls Sie der Mehrheit zustimmen, eine Einigung ab mit dem Nationalrat. Auch wenn Sie hier ein etwas anderes Modell, das aber, wie gesagt wurde, im Nationalrat nur ganz knapp unterlegen, ist jetzt in der Mehrheit vorschlagen. Der Nationalrat hat die Strombranche gehört und das Modell vereinfacht, indem die Sanktionen, auch wenn das jetzt etwas relativiert wird, indem die Sanktionen gestrichen wurden. Und dass der Nationalrat auf Zielvorgaben für den Stromverkauf im Markt, also die Markt, aber verzichtet hat, ist eigentlich bedauerlich. Also wenn wir ein solches Modell einführen, würde ich auch Ihnen empfehlen, hier der Mehrheit zu folgen. Man kann das natürlich grundsätzlich in Frage stellen, wenn es eingeführt wird und das zeichnet sich in diesen Differenzverhandlungen ab, dann sind wir der Meinung, ist der Mehrheitsvorschlag der bessere, weil er den ganzen Markt, also die gebundenen Kunden und die ungebundenen Kunden, alle Lieferanten beinhaltet. Ich möchte einfach noch etwas relativieren, es geht um etwa 1,2 Terawattstunden als Zielsetzung bis 2035. Das ist noch nicht alle Welt. Und was ich auch gehört habe, wir wollen keinen Bürokratietiger, das verstehe ich und würde auch dafür bürgen, dass wir das mit unseren Spezialisten möglichst schlank über die Bühne bringen würden. Ich habe noch gerade mal gefragt, immerhin ist ein solches Modell in 15 EU-Ländern installiert und läuft, speziell gut auch in Frankreich, im Nachbarland. Also ich bin der Meinung, man dürfte das jetzt mal versuchen. Und ja, ich habe das gehört mit dem Esel und dem Sack. Aber das Umgekehrte möchte ich dann auch nicht. Wenn wir dann beginnen beim jetzt machen wir Vorgaben für den Elektrizitätslieferanten. Wir meinen sogar, dass er daraus ein Geschäftsmodell kreieren kann, wo er etwas verdient und gleichzeitig der Konsument dann auch Einsparungen machen kann durch effizientere Maschinen, die unterbreitet werden. Weil das Umgekehrte, dass wir beim Konsumenten oder beim Konsumenten ansetzen, das wäre ja dann der Druck auf eine Verhaltensänderung. Und das würde die Freiheit der Konsumierenden massiv beschneiden. Das möchte ich dann letztlich nicht tun. Also diese Umdrehung wäre ich dann auch ein sehr starker Gegner davon. Deshalb bitte ich Sie hier der Mehrheit zuzustimmen. Ich glaube, es ist dieser Versuch wert. Und ich habe Zeichen aus dem Nationalrat, dass sie sich der Mehrheit anschliessen würde. Auf alle Fälle, man kann sagen, will man es grundsätzlich oder grundsätzlich nicht. Aber wenn man es will, dann sollte man es sicher nicht alleine auf die Grundversorger ausrichten. Herr Stenderarzt-Stark hat noch Fragen gestellt, die ich kurz beantworten möchte. Die Elektrizitätslieferanten sind alle Lieferanten, welche Elektrizität an Endverbraucher in der Schweiz absetzen. Nicht betroffen davon sind Zwischenhändler. Also direkt an Endkunden, egal ob in der Grundversorgung oder im Markt. Und die zweite Frage kann ich nicht abschliessend beantworten. Wir stellen uns vor, dass wir kleinere Elektrizitätslieferanten und LEG einfach auch aus administrativen Gründen hier ausschliessen würden. Da gäbe es dann eine Verordnung, zu der sie in der Vernehmlassung Stellung nehmen könnte. Genauer kann ich das im Moment noch nicht sagen. Besten Dank, Herr Bundesrat. Wir entscheiden. Artikel 46b. Ja bedeutet Antrag der Mehrheit folgen. Nein bedeutet Antrag der Minderheit nicht folgen. Der Entscheid gilt dann auch für die in Klammer erwähnten Bestimmungen. Sie können stimmen. Vielen Dank. 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 Sie haben sich mit 26 gegen 18 Stimmen bei 0 Enthaltungen für die Mehrheit entschieden. Wir fahren weiter auf Seite 12, Artikel 46c. Herr Berichterstatter. Frau Präsidentin, ich habe zu allen Artikeln bereits meine Berichterstattung abgegeben. und hier wurde entsprechend auch bereits mit diesem ersten Antrag entschieden. Besten Dank, Herr Berichterstatter. Dann haben wir die Frage, gibt es dazu Wortmeldungen aus dem Rat der Kommission, Herr Bundesrat? Dann werde ich jetzt ein bisschen beschleunigt durch diese Artikel gehen. Sie sind einverstanden, Artikel 46c, so beschlossen. Herr Berichterstatter, Sie melden sich, wenn Sie eine Bemerkung haben, Artikel 46c, Seite 13, so beschlossen. Artikel 46c, so beschlossen. Sie sind auf Seite 19 bei Artikel 70, Absatz 1, Buchstabe h. Herr Berichterstatter. Frau Präsidentin, hier geht es eben um die Streichung der Sanktionen bei den Effizienzzielen. Da sie vorher eben der Mehrheit gefolgt sind, macht es hier Sinn, eben diese Sanktionen in diesem Bereich zu streichen. Das ist die Voraussetzung gewesen, dass die Kommissionsmehrheit diesen Effizienzzielen zugestimmt hat. Besten Dank, Herr Rieder. Wortmeldungen aus der Kommission, aus dem Rat. Herr Bundesrat, verzichtet, so beschlossen. Dann sind wir auf Seite 21 bei Artikel 75a Absatz 4, Herr Rieder. Besten Dank, nur zu Protokoll. Die Streichung von Absatz 4 ist rein redaktionell. Der Absatz ist doppelt vorhanden und bereits in Absatz 3 integriert. Besten Dank, dann haben wir diesen Artikel so beschlossen. Artikel 75d auf Seite 23 haben wir bereits entschieden bei Artikel 46b. Wir kommen zum Stromversorgungsgesetz und dort auf der Seite 25 zu Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c bis. Herr Berichterstatter. Frau Präsidentin, wir werden diese Begriffsdefinition dann bei Artikel 6 StromVG entscheiden. Es ist abhängig von dem Entscheid über Artikel 6 StromVG. Besten Dank, dann gehen wir weiter zu Seite 29, Artikel 6 Titel. Herr Berichterstatter. Artikel 6, ich werde ein einziges Mal reden. Hier geht es um die Abschaffung der Durchschnittspreismethode. Der Nationalrat hat im Differenzbereitungsverfahren, also sehr spät, eigentlich die Preisgestaltung in der Grundversorgung auf neue Beine gestellt. Der Ständerat ist ihm gefolgt. Es geht um die Ausgestaltung der Grundversorgung innerhalb eines teilgeöffneten Marktes. Die UREC-S folgt im Wesentlichen dem Nationalrat in Artikel 6 und beschliesst die Aufhebung dieser Methodik, welche die Elkom vorsah. In der Frage, welche Anteile von der Eigenproduktion zu Gestehungskosten in die Grundversorgung gegeben werden sollen, sieht die UREC-S nun vor, dass der Bundesrat diese Anteile festlegt. Weshalb diese Abschaffung der Durchschnittspreismethode erfolgte ohne Vernehmlassung im Rahmen der Behandlung dieses Gesetzes. Und hier möchten wir eigentlich dem Bundesrat dann die Möglichkeit geben, zuschauen, was hier betreffend die Eigenproduktion die beste Variante ist. Die UREC-S folgt dem Nationalrat auch bei den allgemeinen Grundsätzen, wonach die Endverbraucherinnen und Endverbraucher grundsätzlich gegen Marktpreisschwankungen abzusichern sind und hier die Energieversorgung entsprechende Aufgaben haben. In einem einzigen Punkt dieses Artikels, nämlich bei der Anforderung an das Standardstromprodukt gemäss Absatz 2 bis, hält die UREC-S aber an ihrer Fassung fest. Die UREC-S ist der Meinung, dass das Standardstromprodukt insbesondere auf der Nutzung von inländischen erneuerbaren Energien beruhen soll und nicht ausschliesslich auf inländischen erneuerbaren Energien. Dadurch wird eine grössere Flexibilität bewirkt und der Ansatz des Nationalrates betrachtet die UREC-S als unrealistisch. Es gibt keine Minderheiten dazu. Besten Dank, Herr Berichterstatter. Das Wort ist frei für die Mitglieder der Kommission. Herr Schmid. Besten Dank, Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, zu Handeln der Materialien möchte ich doch noch ein paar Ausführungen auch aus der Kommission machen. Zuerst eine Bemerkung. Wir haben die Definition der erweiterten Eigenproduktion nicht weiter diskutiert. Oder dort liegt ja der Kern des Problems begraben, wenn man das Ganze anschaut. Denn welche Produktion wird einbezogen von welchen Tochtergesellschaften und welchen Werken? Die Definition ist so, dass eben Tochtergesellschaften im Grundsatz nicht einbezogen werden, ausser es gibt einfach eine vertragliche Abnahmeverpflichtung oder ein Abnahmerecht, das der Bundesrat dann festlegen kann. Das ist der erste wichtige Grundsatz, weil damit man einfach sich keinen Illusionen hier gibt, damit ist der grösste Teil der Stromproduktion in der Schweiz nicht betroffen. Betroffen sind nur die Grundversorger. Und deshalb haben wir ein anderes Konzept gewählt, die Grundversorger. Denn letztlich sollen diejenigen Grundversorger, und das stört mich, die bisher sehr stark in die Eigenproduktion investiert haben, die würden mit dem Modell des Nationalrates und auch dem bundesrätlichen Vorschlag bestraft. Das finde ich absolut unfair. Wir sollten eher diejenigen Versorger in die Pflicht nehmen, die jetzt hohe Preise hatten, weil sie haben hohe Preise heute, weil sie selbst nicht in die eigene Grundversorgung, in die eigene Produktion investiert haben. Das ist die unausgesprochene Wahrheit und die soll hier einmal klar so festgehalten werden. Denn diejenigen, die in der Vergangenheit genügend investiert haben, für ihre Grundversorger, für ihre Eigenproduktion, die haben jetzt nicht hohe Kosten, sondern es sind eben nur diejenigen. Und dort meines Erachtens müsste der Bundesrat dann in der Verordnung ansetzen, dass er nämlich von der Grundversorgung ausgeht und sagt, von der grundversorgten Kunden soll eben ein Anteil durch Eigenproduktion abgesichert werden. Und man soll nicht diejenigen Unternehmen bestrafen, die einen hohen Eigen, die heute schon Eigenversorgungsanteil haben. Beispielsweise das EWZ ist ein solcher Fall. Das würde ich völlig ungerecht finden in der ganzen Linie. Mit der Formulierung, wie sie eben jetzt der Ständerat wählt, kann eine Vernehmlassung durchgeführt werden. Diesem Aspekt kann Rechnung getragen werden, das eben auch bei der Grundversorgung angesetzt wird. Und es hätte genügt, wenn wir nur den Buchstaben B genommen haben, aber wir haben dem Bundesrat die Palette, also den Strauß an Möglichkeiten offen gelassen, dass er eben eine situationsgerechte Lösung finden kann. Das Ziel muss meines Erachtens sein, dass jetzt diejenigen Grundversorger, die eben bisher noch nicht in erneuerbare Energien investiert haben, dass die das machen, weil dann haben auch die Kunden stabilere Preise. Dann gibt es auch weniger Ausschläge, weil sie eben ihre Eigenproduktion dort einsetzen. Das ist die Idee hinter dem Ganzen. Und mit dieser Formulierung hat der Bundesrat eben die Möglichkeit, auch den von mir eingebrachten Aspekt und Rechnung zu tragen, um eben die Anreize richtig zu setzen, dass diese Stromunternehmen, die eben Grundversorger haben und jetzt hohe Preise beklagen, dass die eben selbst mehr machen. Denn die haben Versäumnisse der Vergangenheit dazu geführt, dass sie jetzt solche hohe Stromrechnungen haben. Und das ist einfach so. Und ich will nicht jetzt diejenigen bestrafen durch eine Verordnungsregelung des Bundesrats. Und da würde ich sehr stark dagegen dann ankämpfen, wenn das in der Verordnung eben im letztgenannten Sinne umgesetzt würde. Ich würde aber jede Verordnung unterstützen, die eben für den Zubau, die Anreize schafft, erneuerbare Energien. Und diesen Spielraum lässt die Kommissionsvariante, wie wir jetzt das definiert haben, offen. Ich bitte Sie, mit der Kommission zu stimmen. Besten Dank, Herr Schmid. Weiter ist das Wort frei für die Mitglieder der Kommission des Rates. Herr Bundesrat. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Nur kurz, ich kann mich diesem Antrag der Kommission der Mehrheit anschliessen und würde mich im Nationalrat entsprechend engagieren für eine Schliessung dieser Differenz. Es gibt mehr Flexibilität, haben Sie recht, und wir können es adäquat wie notwendig dann ausgestalten. Danke. Vielen Dank, Herr Bundesrat. Damit kommen wir zur Bereinigung des Artikel 6. Titel so beschlossen. Artikel 6 Absatz 2 bis. Herr Berichterstatter, Sie melden sich. So beschlossen. Artikel 6 Absatz 4 bis. So beschlossen. Artikel 6 Absatz 5. So beschlossen. Artikel 6 5 bis. Buchstabe D. Ziffer 1. So beschlossen. Dann Artikel 6 Absatz 5. Bereits entschieden bei Energiegesetz. Artikel 46b. Dann sind wir jetzt auf der Seite 38 der Fahne und kommen zu Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe I. Herr Berichterstatter. Besten Dank, Frau Präsidentin. Hier ist eine redaktionelle Änderung vorzunehmen, da wir in der Kommission später bei Artikel 15 den Artikel 15 Absatz 1 bis in den neuen Artikel 15b integriert haben. Und daher ist hier diese Anpassung vorzunehmen. Es gibt keine Minderheiten. Sind dazu Wortmeldungen aus der Kommission? Aus dem Rat. Herr Bundesrat. Verzichtet. So beschlossen. Artikel 12 Absatz 3 Buchstabe J. Herr Berichterstatter. Keine Bemerkung. So beschlossen. Wir fahren weiter auf Seite 40. Artikel 15 Absatz 1 bis. Herr Jeder. Dieser Artikel wurde gestrichen und integriert in den später zu diskutierenden Artikel 15b. Es ist eine redaktionelle Änderung. Haben wir so beschlossen. Sie sind einverstanden. Dann sind wir auf Seite 45 der Fahne. Artikel 15b Absatz 1. Herr Berichterstatter. Hier geht es um die Solidarisierung von erzeugungsbedingten Verstärkungen im Verteilnetz. Es ist etwas sehr Wichtiges, das wir letztes Mal ausführlich diskutiert haben und Verstärkungen bei den Anschlussleitungen. Mit der Verschiebung von Artikel 15 Absatz 1 bis deckt der Artikel nun also beide Fälle der Verstärkung ab. Dies ist logischer. Bei den Verstärkungen im Verteilnetz, welche in den Absätzen 1 bis 3 behandelt werden, ist der Nationalrat unserer Logik grundsätzlich gefolgt. Bei den Anschlüssen erneuerbarer Anlagen in den Mittelspannungsnetzen oder höher gibt es eine Vergütung für einzelne realisierte Netzverstärkungen auf Gesuch hin. Die Elkom muss bewilligen. Für Anlagen, welche im Niederspannungsnetz angeschlossen werden, soll eine pauschale Vergütung für Verstärkungen im Niederspannungsnetz erfolgen. Der Bundesrat legt die Pauschale fest. Die Kosten werden als besondere Kosten des Übertragungsnetzes umgewälzt. Artikel 15a Strom VG. Bei Verstärkungen von Erschließungsleitungen, welche nun neu im Absatz 4 bis behandelt werden, soll es ebenfalls eine Solidarisierung geben. Neben der Verschiebung des Absatzes hält die UREG S dabei grundsätzlich an der Logik des Ständerates fest. Sie lehnt die vom Nationalrat eingebrachten fixen Kostenteiler ab. Vielmehr soll der Bundesrat durch eine Begrenzung der Kostensolidarisierung in Franken-Kilowatt neu angeschlossener Anlagenleistung selbst eine Begrenzung einführen können, damit unverhältnismäßig teure Verstärkungen begrenzt werden oder verhindert werden. Die Festlegung einer solchen Pauschale und Begrenzung ist aufgrund der fehlenden Datenbasis und Erfahrung durchaus nicht einfach. In der Kommission wurde deshalb nach langer Beratung die Erwartung geäußert, dass der Bundesrat die Pauschale zunächst vorsichtig tief ansetzen sollte. Der Beschluss der UREG S erfolgte einstimmig. Besten Dank, Herr Dieter. Das Wort ist frei für die Mitglieder der Kommission. Das Wort des Rates wird nicht benutzt. Herr Bundesrat, Sie haben das Wort. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich möchte das Votum des Kommissionssprechenden kurz noch aufnehmen und bestätigen, dass der Bundesrat beabsichtigt, aufgrund der fehlenden Erwartungswerte die Pauschalen und Maximalwerte vorsichtig, das heisst effektiv eher tief anzusetzen. Das werden wir dann entsprechend in die Vernehmlassung geben. Besten Dank, Herr Bundesrat. Dann haben wir diesen Artikel so beschlossen und kommen zu Artikel 15b Absatz 2. Herr Jäder. Keine Bemerkungen aus der Kommission oder dem Rat, ist nicht der Fall. Der Bundesrat verzichtet. Haben wir diesen Artikel so beschlossen. Artikel 15b Absatz 3, keine Bemerkung, so beschlossen. Artikel 15b Absatz 4, keine Bemerkungen, so beschlossen. Artikel 15b Absatz 4 bis, keine Bemerkungen, so beschlossen. Und Artikel 15b Absatz 5 auf Seite 47, Herr Jäder. Keine Bemerkungen, so beschlossen. Dann sind wir auf Seite 48, Artikel 17a, Quatter, Absatz 1. Herr Jäder. Danke, Frau Präsidentin. Wir kommen zum Messwesen. Beim Messwesen ist wichtig festzuhalten, dass der Nationalrat nun dem Modell des Ständerates gefolgt ist. Die Marktliberalisierung erfolgt nicht. Die Verteilnetzbetreiber sind weiterhin zuständig für die Messung. Dies als allgemeine Reportbemerkung zu den Anpassungen, die jetzt noch diskutiert werden müssen bei Absatz 2. Besten Dank. Sind dazu Wortmeldungen aus der Kommission oder dem Rat? Ich sehe nichts. Herr Bundesrat hat keine Bemerkung, so beschlossen. Artikel 17a, Quatter, Absatz 2, Herr Berichterstatter. Jawohl, hier ist in Absatz 2 festzuhalten, dass diese Änderung notwendig wird aufgrund des Verzichtes auf die Messwesensliberalisierung. In Absatz 2b, ich nehme diesen auch gerade, hat der Nationalrat neu eine Präzisierung zum Smart Meter Rollout vorgenommen, wonach gewisse Netzanschlussnehmer auch verlangen, eine rasche Installation eines intelligenten Messsystems in Anspruch nehmen können. Die EU-Erkest stimmt dem einstimmig zu. Hier erlaube ich mir persönlich als Berichterstatter die Feststellung. Das Messwesen im Bereich der LEG, der lokalen Energiegesellschaften, wird äußerst anspruchsvoll und wird von den Marktteilnehmern mit großer Besorgnis zur Kenntnis genommen. Es dürfte wahrscheinlich nicht möglich sein, so einfach Lösungen in diesem Bereich, die auch noch kostengünstig sind, umzusetzen. Der Bundesrat wird sicherlich im Rahmen der Einführung in diesem Bereich das Notwendige vorkehren. Besten Dank, Herr Rieder. Das Wort ist frei für die Mitglieder der Kommission des Rates. Herr Bundesrat verzichtet. Da haben wir diesen Artikel so beschlossen. Artikel 17a, Quater, Absatz 2b. Herr Rieder hat bereits gesprochen. Sind dazu Wortmeldungen? Keine, Herr Bundesrat, so beschlossen. Artikel 17a, Quater, Absatz 3, Buchstabe a. In Absatz 3 der Nationalrat streicht das Anrecht auf die Installation eines intelligenten Steuer- und Regelsystems. Es hat sich herausgestellt, dass es dafür gar kein Bedürfnis gibt. Die Streichung ist konsequent und macht Sinn. Der Ständerat hat sich angeschlossen. Besten Dank. Wortmeldungen aus der Kommission. Aus dem Rat ist nicht der Fall. Herr Bundesrat verzichtet, so beschlossen. Artikel 17a, Quater, Absatz 4. Keine Wortmeldungen, so beschlossen. Artikel 17a, Quater, Absatz 5. Keine Wortmeldung, so beschlossen. Wir kommen zu Artikel 17a, Quater, Absatz 6. Keine Wortmeldung, so beschlossen. Wir sind auf Seite 55 der Fahne bei Artikel 17b, Absatz 3. Herr Berichterstatter. Hier streicht der Nationalrat das Anrecht auf die Installation eines intelligenten Steuer- und Regelsystems erneut. Es hat sich auch hier eben herausgestellt, dass es kein Bedürfnis gibt. Die entsprechende Konsequenz ist die Streichung. Besten Dank. Wortmeldungen aus der Kommission, dem Rat, Herr Bundesrat, so beschlossen. Artikel 17b, Quater, Absatz 1, Buchstabe a, Herr Rieder. Der Nationalrat macht hier eine Anpassung aufgrund des Verzichts auf die Liberalisierung im Messwesen. Die UREKS stimmt dazu. Besten Dank. Wortmeldungen aus der Kommission, dem Rat, Herr Bundesrat. Keine Wortmeldung, so beschlossen. Wir sind auf Seite 59 der Fahne bei Artikel 17b, 6, Absatz 3, Herr Rieder. Auch dies ist eine Anpassung aufgrund des Verzichts auf die Liberalisierung im Messwesen. Der Ständerat, die UREKS, stimmt dazu zu. Keine besten Dank. Sind Wortmeldungen aus der Kommission oder dem Rat, sehe ich nicht. Herr Bundesrat, ebenfalls nicht so beschlossen. Artikel 22a, Absatz 2, Buchstabe f. Auch diese Änderung ist zurückzuführen auf den Verzicht der Liberalisierung im Messwesen. So beschlossen. Artikel 29, Absatz 1, Buchstabe a, Herr Rieder. Dieser kann aufgehoben werden. Die Strafbestimmung ist nicht mehr notwendig. Dies aufgrund der Anpassung in Artikel 6, StromVG, wo wir die Durchschnittspreismethode ja aufgehoben haben. Besten Dank. So beschlossen. Dann sind wir bei Artikel 33c, Absatz 1, Herr Berichterstatter. Hier handelt es sich um eine Übergangsbestimmung in Bezug auf Artikel 6, StromVG, den wir vorher beschlossen haben, welche eine Abstimmung auf die Logik der Tarifjahre in der Grundversorgung berücksichtigt. Die ständerätliche Kommission hat sich der Änderung des Nationalrates angeschlossen. Besten Dank. Sind Wortmeldungen zum Artikel 33c, Absatz 1 aus der Kommission aus dem Rat? Herr Bundesrat verzichtet. So beschlossen. Artikel 33c, Absatz 2, Herr Rieder. Keine Bemerkungen. Keine Bemerkungen. So beschlossen. Und wir sind auf der letzten Seite. Artikel 367, Artikel 33c, Absatz 6, Herr Berichterstatter. Keine Bemerkungen. So beschlossen. Das Geschäft geht jetzt zurück an den Nationalrat. Wir kommen zum nächsten Geschäft. Das ist die Motion VARA. Regenwasser, eine nachhaltige Ressource. Die Motionärin hat zur Begründung der Motion das Wort. Madame VARA, vous avez la parole. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, meine Damen und Herren Kollegen. Ne quittez pas die Salle. Wir bleiben in den Ressourcen vitalen, den Ressourcen essentielles für den Menschen. D'ailleurs, wir sind alle und alle d'accord auf ein Punkt. Die Sächeresse sind nicht mehr ein Phänomen meteorologischer Rar in Suisse. Sie werden sich intensivieren und sind bereits gut drin. Die Sächeresse sind bereits gut. Wer wird also privilegieren? Die Wirtschaft, und wir verstehen, warum. Wir können nicht mehr Produktionen produzieren. Die privaten, die sich in den Häusern zu verwerfen, in den Häusern zu essen, ein Häusern, das für viele von uns, eine sehr wichtigere Anwendung ist. Die Unternehmen, die natürlich mit einer Ressourcen in Eau für den Momenten sind, die sie illimitiert sind. Und natürlich, die Natur, die Sicherheit für unsere Ecosysteme können wir heute vorstellen, wie wir unsere Ressourcen in den Häusern zu finden, wie wir unsere Ressourcen in den Häusern zu finden. Heute, die Schweizerdeutsche Suisse hat nur sehr wenig zu benutzen. Richtig ist dafür, dass diese Ressourcen vitale intelligemment verwendet und intelligemment verwendet. Und noch weniger, dass sie nicht gaspilliert sind. Wir benutzen die Eau potable, das bedeutet, dass wir die Eau potable können, für unsere Toilette. für unsere Toilette. Und noch mehr, die Eau potable werden, die Eau potable haben, also für die Eau potable für unsere Toilette, für die Eau potable oder auch für unsere Toilette? Oder auch noch unsere Piscine? Wir brauchen wirklich eine Eau potable für die Eau potable, wie wir unsere Eau potable nutzen? La réponse est non, évidemment, non. Nous n'avons pas besoin d'eau potable pour ces utilisations-là. Alors, que peut-on faire ? Finalement, que doit-on faire si nous voulons utiliser cette ressource efficacement ? Eh bien, il faut utiliser l'eau de pluie là où elle tombe. Ça paraît évident, ça a quand même beaucoup plus de sens de récupérer cette eau sur place pour l'utiliser dans ces toilettes, par exemple, comme je l'ai mentionné avant. Cette eau qui va ensuite dans le réseau d'eau et qui reste ainsi dans le système d'évacuation des eaux comme nous le connaissons. Nous pourrions tout à fait faire un parallèle avec l'énergie dont nous venons de débattre pendant plus d'une heure. Nous mettons, comme pour le solaire, nos surfaces à disposition, les toits de nos maisons, pour récolter l'eau qui tombe du ciel et que nous captons finalement, en quelque sorte, comme l'énergie du soleil au travers de nos panneaux solaires. C'est exactement pareil, mais dans le cas du solaire, vous recevez des subventions pour vous encourager à mettre des panneaux solaires et à capter cette énergie, alors que ce n'est pas le cas du tout pour l'eau, qui est pourtant une ressource vitale, car la législation suisse aujourd'hui dissuade, voire interdit, l'installation de moyens de captage, de rétention et d'utilisation de cette ressource à titre privé et par les entreprises. Donc on est vraiment dans une situation particulièrement paradoxale. Je pense que nous n'avons pas encore vraiment saisi la situation dans laquelle nous nous trouvons et ce qui nous attend en termes de manque d'eau. L'eau, l'accès à l'eau, et notamment l'eau potable, va devenir la première préoccupation mondiale au fur et à mesure que les conséquences du réchauffement climatique vont se faire sentir. Elle l'est d'ailleurs, cette préoccupation, première pour un certain nombre de pays déjà aujourd'hui. Et ça sera aussi le cas en Suisse. Et c'est déjà aujourd'hui une préoccupation première en Suisse, lors des derniers étés que nous avons vécu, où nous avons manqué d'eau, et de manière assez concrète, à plusieurs endroits de notre pays. Et je dirais finalement, il n'y a qu'à voir l'état de nos forêts, aujourd'hui à la fin de l'été, l'état de nos forêts qui ont soif et tous ces arbres qui ont déjà perdu leurs feuilles parce qu'ils manquaient d'eau. En acceptant cette motion, chers collègues, nous n'enlevons aucune prérogative au canton. Au contraire, nous donnons des moyens légaux et un cadre général qui permet finalement de faciliter, d'encourager toutes les actions possibles pour les cantons, les communes, mais aussi pour les privés, en faveur d'une utilisation rationnelle, d'une utilisation efficace et judicieuse des eaux de pluie. Cette motion, chers collègues, elle me paraît être vraiment du bon sens pur. Et nous sommes encore aujourd'hui dans la situation où nous pouvons anticiper ce manque d'eau et le préparer dans les meilleures conditions qui soient. Et pour ce faire, nous devons donner ce mandat au Conseil fédéral de nous préparer un cadre légal qui répond à ce besoin et à ses attentes. Je vous invite vraiment à donner suite à cette motion. Merci. Besten Dank, Frau Wara. Das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Wird nicht benutzt. Herr Bundesrat, Sie haben das Wort. Danke, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Ständerätin, Ständerätin, sehr geehrte Frau Ständerätin Wara. Die Motion beantragt, die Bewirtschaftung des Regenwassers in das Gewässerschutzgesetz aufzunehmen. Unter der Bewirtschaftung werden die Rückhaltung und Versickerung sowie die Nutzung des Regenwassers verstanden. Damit soll die Ressource Wasser geschützt und ein energie- und kostenschonender Umgang erreicht werden. Bereits heute fordert das Gewässerschutzgesetz, dass das Regenwasser in erster Linie versicken soll. Ist dies nicht möglich, ist das Niederschlagswasser zurückzuhalten und in ein Gewässer einzuleiten. Rund 80 Prozent des Trinkwassers stammen aus dem Grundwasser. Dieses kann meist ohne energieintensive Aufbereitung und mit der bestehenden Infrastruktur genutzt werden. Ob eine Regenwassernutzung tatsächlich ökologisch und wirtschaftlich vorteilhaft ist, muss lokal und fallspezifisch beurteilt werden. Bund, Kantone und Fachverbände unterstützen die Gemeinden und Privateigentümer bereits heute bei dieser Beurteilung. Um die Ressource Wasser bei Trockenperiode ausreichend zu schützen, sind Massnahmen zur Reduktion des Wasserverbrauchs wesentlich effizienter als die Regenwassernutzung. Die Regenwasserbewirtschaftung ist bereits mit der heutigen Gesetzgebung abgedeckt und wird umgesetzt. Eine stärkere nationale Regelung auf Gesetzestufe ist aus Sicht des Bundesrates deshalb weder zweckmässig noch notwendig. Es liegen zwar keine Zahlen vor, wie viel Regenwasser heute bereits genutzt wird und wie gross das Potenzial für eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Nutzung ist. Mit der bestehenden gesetzlichen Instrumenten ist es privaten jedoch möglich, Regenwasser zu nutzen. Auch können Gemeinden die Regenwassernutzung in Sondennutzungspläne fordern und fördern. Vor diesem Hintergrund bittet Sie der Bundesrat, die Motion abzulehnen. Besten Dank, Herr Bundesrat. Wir entscheiden. Ja bedeutet Annahme der Motion, Nein bedeutet Ablehnung. Sie können stimmen. Sie haben die Motion abgelehnt mit 20 gegen 12 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Das Geschäft ist erledigt. Nächstes Geschäft ist die Motion Schneider-Schneider. Überholte Roaming-Gebühren müssen endlich abgeschafft werden. Berichterstatter für die Kommission ist Herr Dittli. Herr Dittli, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, mit dieser Motion aus dem Nationalrat wird der Bundesrat aufgefordert, eine Obergrenze für Roaming-Gebühren einzuführen. Er begründet das wie folgt. Gerade in einer Krisenzeit, die Motion stammt aus der Covid-Zeit, müsse jede Maßnahme ergriffen werden, um die Kosten für Wirtschaft und Gesellschaft zu senken. Die überhöhten Roaming-Kosten müssten unendlich mit wirksamen Instrumenten angegangen werden. Die EU habe dies für ihre Bürgerinnen und Bürger zunächst mit Preisobergrenzen und 2017 mit der gänzlichen Abschaffung der Roaming-Gebühren erreicht. Der schweizerische Weg, der in erster Linie auf eine verbesserte Verbraucherinformation und auf die Eigenverantwortung der Mobilfunkanbieter setze, löse dagegen das Problem unbefriedigend. Der Bundesrat lehnt die Motion ab und begründet das wie folgt. Das Parlament habe im Rahmen einer Teilrevision im Jahre 2019 einen neuen Artikel in das Fernmeldegesetz eingefügt. Artikel 12a bis diese Bestimmung gebe dem Bundesrat verschiedene Kompetenzen zur Bekämpfung von überhöhten Roaming-Preisen. So habe der Bundesrat neu die Kompetenz, basierend auf internationalen Vereinbarungen, Preisobergrenzen festzulegen. Eine Kompetenz zur unilateralen Festlegung von Preisobergrenzen habe das Parlament dem Bundesrat entgegen der in Gutachten von Professor Stöckli vertretenen Haltung eben gerade nicht gegeben. Bestünde diese Möglichkeit tatsächlich, so wäre der Wortlaut der Bestimmung im Gesetz nicht mit der Voraussetzung, basierend auf internationale Vereinbarungen, versehen worden. In den parlamentarischen Debatten sei zu keiner Zeit eine Diskussion über diesen Richtungsentscheid verlangt worden. Der Bundesrat beantragt daher die Ablehnung der Motion. Der Nationalrat hat die Motion am 3. Mai 2023 mit 116 zu 68 Stimmen bei vier Enthaltungen angenommen. Zu den Erwägungen Ihrer Kommission. Die Kommission geht mit dem Bundesrat darin einig, dass gemäß Artikel 12a bis des Fernmeldegesetzes zwar Preisobergrenzen basierend auf internationalen Vereinbarungen festgelegt werden können, jedoch nicht durch einen unilateralen Beschluss durch den Bundesrat. Dazu fehlen ihm tatsächlich die rechtlichen Grundlagen. Der Verzicht des Bundesrates auf die Möglichkeit, unilateraler Preise zu begrenzen, stellte in der parlamentarischen Beratung zur Botschaft zur Teilrevision des FMG im Jahre 2019 kein Anlass zur Diskussion dar, zu keinem Zeitpunkt. Ihre Kommission nahm auch Kenntnis von folgenden Sachverhalten. Erstens, in den letzten Jahren sind die Preise für das internationale Roaming massiv gesunken. Insbesondere für den EU-Raum bezahlen zum Beispiel bei Swisscom viele Kunden keinen Aufpreis mehr, weil großzügige Daten und Telefonieeinheiten in den Abos inkludiert sind. Zweitens, wenige Fälle bei der Schlichtungsstelle. Der Jahresbericht der Ombudscom zeigt, dass es kaum mehr Beschwerden wegen Roamingpreisen gibt. 2022 gingen gerade noch 54 Beschwerden zu Roaming ein, das entspricht 4% der gesamten Beschwerden. Dabei ging es hauptsächlich um unerwünschte Datennutzung im Ausland, sei es vom Schweizer Grenzgebiet aus oder aufgrund der fälschlichen Annahme, sich in einem WLAN-Netz zu befinden. Drittens, Kundinnen und Kunden haben zahlreiche Roaming-Alternativen. Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung beschleunigt und die Bedeutung des mobilen Internets erhöht. Demzufolge gibt es auch neue Möglichkeiten der Internetnutzung. Nebst den verschiedenen Roaming-Angeboten der schweizischen Anbieterinnen gibt es unter anderem kostenloses WLAN, SIM-Karten der lokalen Telekom-Anbieter, App-basierte Telefonie, Messaging, zum Beispiel WhatsApp und so weiter. Diese Alternativen werden auch in Zukunft dafür sorgen, dass die Schweizer Telekommunikationsanbieterinnen attraktive Roaming-Angebote gestalten. Basierend auf all diesen Erwägungen erachtet Ihre Kommission die Forderung der Motion 2136-61 als nicht notwendig. Ihre Kommission beantragt mit 9 zu 0 Stimmen bei drei Enthaltungen die Motion abzulehnen. Besten Dank, Herr Berichterstatter. Das Wort ist frei für die Mitglieder der Kommission. Für die Mitglieder des Rates wird nicht benutzt. Herr Bundesrat. Danke, Frau Stender als Präsidentin. Schätzte Damen und Herren, der Kommissionssprecher hat alles ausführlich gesagt. Ich habe dem nichts beizufügen und der Bundesrat beantragt Ihnen auch Ablehnung dieser Motion. Besten Dank, Herr Bundesrat. Wir entscheiden die Kommission und der Bundesrat beantragen die Ablehnung der Motion. Es ist kein anderer Antrag vorhanden. So beschlossen, die Motion ist erledigt. Wir kommen zum Postulat 23 39 47 von Frau Mason, Kohlehandel und indirekte Emissionen. Frau Mason, Sie haben zur Begründung Ihres Postulates das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Bundesrat. 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 De quoi il s'agit ? Je rappelle que le charbon, c'est la source d'énergie qui est la plus polluante dans le monde. Malheureusement, et malgré les prises de conscience à l'égard du climat, en 2022, l'année dernière, il n'y a jamais eu autant de tonnes de charbon qui ont été extraites dans l'Histoire. Donc après, on peut se dire, effectivement, mais ça ne nous concerne pas. En Suisse, on n'a pas de charbon, on n'a pas de centrale à charbon. Oui, certes, mais qu'en apparence, puisque 40% du charbon mondial est négocié en Suisse. Donc le rôle de la Suisse est important. Il y a environ 250 sociétés qui sont minières, qui ont installé leur siège en Suisse, ou bien qui ont une branche commerciale, notamment dans trois cantons, dont le mien. Ça représente ce que nous négocions. En Suisse, ça représente en réalité plus d'émissions de gaz à effet de serre en termes d'émissions indirectes que les États-Unis. Mais malheureusement, contrairement à ce que dit le Conseil fédéral, les émissions indirectes, ce COP3, ont explicitement été exclues de la loi sur le climat et l'innovation. Alors la Suisse s'est engagée, lors de la COP26 à Glasgow en 2021, la Suisse a dit très clairement qu'elle s'engageait pour une sortie totale du charbon, une sortie échelonnée totale du charbon. Et ce que propose ce postulat, c'est de regarder comment cette sortie totale que promeut la Suisse, dans le cadre de son engagement à Glasgow, comment elle va se décliner, se traduire et se mettre en œuvre aussi pour les entreprises de négoces de charbon actives en Suisse. J'aimerais revenir sur quelques éléments de la réponse du Conseil fédéral. Premièrement, le Conseil fédéral dit que nous sommes déjà en train de nous en occuper, mais force est de constater que ça ne peut pas être le cas, puisque nous n'avons même pas les données statistiques sur les sociétés. C'est ce que dit le Conseil fédéral. Le Conseil fédéral, depuis un an, est en train de clarifier s'il souhaite mettre les moyens pour prélever ces données statistiques. Et si le Conseil fédéral décidait peut-être dans un an de prélever ces données statistiques, il resterait la question évidente que ces données statistiques vont montrer l'importance économique du secteur pour la Suisse, mais elles ne montreront pas encore l'impact climatique de ces sociétés sur la Suisse. Donc, au moins, on aurait un début de politique, mais on ne serait pas encore bien loin. Cela dit, on pourrait attendre du Conseil fédéral, après un an, qu'il ait pris sa décision. Le rapport qui est mentionné par ailleurs dans la réponse du Conseil fédéral n'aborde pas les conséquences climatiques du négoce de matières premières. Et puis, enfin, concernant les gaz à effet de serré mis indirectement par les entreprises, comme je l'ai dit, le Conseil fédéral, visiblement, veut aussi clarifier la situation. Mais en réalité, je pense que s'il y a besoin d'une réflexion dans cette direction, ce n'est pas seulement pour le climat, mais c'est aussi pour la stabilité économique de la Suisse, parce que le secteur, et là je prends plus globalement du négoce des matières premières, représenterait, selon la Banque nationale suisse, déjà 10 % du produit intérieur brut de la Suisse, et visiblement serait pour la première fois plus important que la place financière elle-même. Dans cette situation, et avec les décisions qui sont prises et les réflexions qui sont prises au niveau international, notamment suite à Glasgow sur le charbon, tôt ou tard, on va être affecté par des décisions qui concernent les mesures de lutte contre le changement climatique. Et dans cette situation, il est mieux de prévoir que de subir. Il est mieux de prévoir en amont comment le secteur, et en particulier sur le charbon, qui est évidemment directement concerné par les émissions de CO2, comment on va pouvoir justement poser les jalons d'une transition qui est nécessaire pour ne pas que celle-ci nous tombe sur la tête. Et c'est dans ce sens-là que va le postulat, et je vous invite à le soutenir. Merci. Frau Masandos. Das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Wird nicht benutzt. Herr Bundesrat. Danke, Frau Präsidentin, sehr geschätzte Ständerätinnen und Ständeräte. Das Postulat verlangt vom Bundesrat einen Bericht zu Schweizer Unternehmen, die in Produktion und Vermarktung von Kohle tätig sind. Zudem soll der Bundesrat darlegen, wie ein Ausstieg aus diesem Geschäft umgesetzt werden kann. Ich kann Ihnen sagen, dass der Bundesrat die Entwicklung im Rohstoffsektor natürlich verfolgt. Im Rohstoffsektor, der einen nicht zu vernachlässigten Beitrag an unseren Wohlstand leistet. Neue Herausforderungen müssen dabei frühzeitig erkannt und angegangen werden. Da haben wir keine Differenz. Ein kürzlich erschienen Bericht des Bundesrats hat gezeigt, dass die Integrität und die Nachhaltigkeit des Rohstoffsektors gefördert wurden. Die Schweiz hat hier also wesentliche Fortschritte erzielen können. Aber weitere Arbeiten laufen auch. Das wurde von der Postulantin bereits erwähnt. Der Bundesrat hat im Jahr 2022 unsere Verwaltung beauftragt, die Bedeutung der Branche besser einschätzen zu können. Und dazu soll explizit eine statistische Erhebung zum Rohstoffhandel verbessert werden. Die statistische Erhebung verbessert werden. Die Lanzierung einer Datenerhebung wird im Detail geprüft. Der Bundesrat will zudem die Auswirkungen der indirekten Treibhausgasemissionen von Schweizer Rohstoffunternehmen aus dem Kohlegeschäft auch weiterhin im Rahmen der laufenden klimapolitischen Arbeiten thematisieren. Und vor diesem Hintergrund erachtet er einen zusätzlichen Bericht. Es geht hier die Frage, ob wir noch Bericht erstatten im Rahmen dieses Postulats als nicht erforderlich und beantragt Ihnen entsprechend das Postulat abzulehnen. Besten Dank Herr Bundesrat, wir entscheiden. Ja bedeutet Annahme des Postulates, nein heisst Ablehnung. Sie können stimmen. Sie haben das Postulat abgelehnt mit 22 gegen 16 Stimmen bei null Enthaltungen. Das Geschäft ist erledigt. Wir fahren weiter mit der Nummer 233593 der Interpellation von Herrn Dietli. Stau am Gotthard ausweichen auf Kantonstrasse verhindern. Herr Dietli hat sich mit der Antwort des Bundesrates teilweise befriedigt erklärt. Er verlangt die Diskussion. Ich sehe keine Opposition. Herr Dietli, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir haben einen turbulenten Sommer erlebt dieses Jahr im Kanton Uri, was den Transitverkehr betrifft. Da ist der Stau auf der Autobahn das eine, das Ausbrechen auf die Kantonstrasse das andere. Überlagert dann noch durch diesen NEAT-Unfall, der auch gewisse Auswirkungen hatte mit zusätzlichem Verkehr auf die Nationalstrasse. Und zu guter Letzt noch der Unfall, also der Deckenabbruch im Gotthard-Straßentunnel. Ja, das ist jetzt so, aber ich möchte mich in meinen Ausführungen wirklich auch fokussieren auf diese Interpellation. Und die Interpellation heisst ja, Stau am Gotthard ausweichen auf Kantonstrasse verhindern. Und gerade Letzteres, das Ausweichen, das Ausbrechen auf die Kantonstrasse, das ist für uns Urner eigentlich das Hauptproblem. Mit dem Stau auf der Autobahn, so unerfreulich er auch ist, er ist auch an anderen Orten unerfreulich. Da können wir schon irgendwie leben. Aber wenn es dann so ist, dass ein rechter Teil des Staus eben auf Umwegen versucht, diesen Stau zu umfahren, dann wird es schwierig. Und ja, es ist ja so prophezeit worden, die Interpellation habe ich ja Ende Mai eingereicht. Es ist so eingetroffen, wie ich es befürchtet habe. Während dem Sommer ist es praktisch täglich zu Stausituationen am Gotthard gekommen, und zwar unterschiedlicher Länge. Vor allem an dem Wochenende war der Stau teilweise 15 bis 20 Kilometer lang. Und das führte dann auch dazu, dass je länger der Stau auch ist, umso mehr brechen dann, oder versuchen es auf der Kantonstrasse auszubrechen. Also der Stau hat massiv zugenommen. Ich habe ja auch festgestellt, dass etwa ab 12 Kilometer, also wenn der Stau eine Länge hat bis zur Ausfahrt erst fällt, oder noch länger, dass es dann besonders schwierig wird. Denn dann fahren die Autos bereits schon vom Achsen her durch die Dörfer und gehen gar nicht mehr auf die Nationalstrasse. Oder jene, die vom Selisberg her kommen, die gehen dann unten bei Altdorf ab und fahren dann auch durch die Dörfer. Und das hat dann dazu geführt, dass an drei oder vier Wochenenden, an drei oder vier Samstagen, dann der Verkehr zwischen Altdorf und Erstfeld praktisch zum Erliegen kam auf sämtlichen Kantons- und Nebenstraßen, auch auf landwirtschaftlichen Forstwegen. Da haben die Navis alle Wege gefunden, die irgendwie im Navi integriert sind. Aber das sind dann jene Situationen, wo das Fass so genannt zum Überlaufen gekommen ist. Ich weiß, die Situation ist nicht ganz einfach. Ich weiß auch, dass das Astra zusammen mit den kantonalen Behörden an Lösungen ist und auch entsprechende Massnahmen trifft. Ich möchte mich hier auch beim Astra, bei Herrn Röthelsberger und seinen Leuten bedanken. Die Arbeit mit den Behörden, da höre ich nur Positives, auch wenn die Auswirkung der Massnahmen mit unterschiedlichem Erfolg bedacht ist. Aber sie haben Massnahmen getroffen. Es gibt eigentlich zwei Regimes. Das eine Regime an Massnahmen ist, wenn der Gotterpass geschlossen ist, also Ende Oktober bis Mitte Mai. Und dort ist das Hauptmerkmal des Regimes, dass die Auffahrten nicht nur in Göschenen, sondern auch in Wassern und allenfalls auch noch in Amsteg gesperrt werden. Und das hat zur Folge, und das ist sehr erfreulich gewesen, dass die Dörfer praktisch entlastet wurden. Und es ist niemals mehr auf die Kantonstrasse ausgebrochen, weil man nicht mehr auf die Autobahn gekommen ist. Also das hat sich grundsätzlich bewährt. Wenn man da noch irgendeinen Slot findet für die Urschner am Morgen und am Abend, da werden sicher jetzt Auswertungen gemacht, dann würde ich meinen, dann ist das ein gutes Regime. Also für den Winter, meine ich, haben wir da bereits schon praktisch das Maximum ausgeschöpft, dass der Verkehr tatsächlich auf der Nationalstraße bleibt. Schwieriger ist das im Sommerverkehr, also ab Mitte Mai bis Ende Oktober, Anfang November. Dort ist eben der Pass offen. Und dort ist der Pass auch eine Entlastungsroute. Wenig Probleme an sich bietet diese Entlastungsroute zwischen Göschenen und Airolo. Dort ist die Strasse gut ausgebaut und sie ist relativ leistungsfähig. Relativ leistungsfähig. Schwieriger wird es dann unter Göschenen, also angefangen von Altdorf, alle Ausfahrten hinauf bis nach Göschenen. Dort hat man auch Massnahmen getroffen, indem man die Autobahnauffahrten schliesst. Also Göschenen ist ja schon länger der Fall, indem man diese schliesst und die anderen Autobahnauffahrten bewirtschaftet. Also insbesondere bewirtschaftet man heute Amsteg und Erstfeld, wenn der Stau lange genug ist. Und das hat eigentlich gut gefruchtet. Heute ist es so, dass es mit diesen Bewirtschaftungsmaßnahmen gelingt, einen großen Teil von jenen, die ausbrechen wollen, dass man diese wieder zurückführen kann. Auch wenn es hier und da wüsste Szenen gibt, weil das nicht alle akzeptieren. Aber irgendwie hat sich das bewährt. Man hat auch in einem Provisorium diese Autobahnausfahrt Göschenen verlängert bis nach Wasser. Eigentlich ein gutes Element. Aber da muss ich jetzt einfach feststellen, dieses Element ist noch nicht zum Fliegen gekommen. Erstens hat man es gar nicht recht realisiert. Es war auch von der Signalisierung her nicht so erkennlich, dass man da drauf fahren kann auf diesen Pannenstreifen, der verlängert ist. Zweitens ist das Regime auch so ausgelegt, dass wenn man von Wasser her auf diese verlängerte Ausfahrt fährt, zuerst einfädeln muss in den Stau. Und das hat zur Folge, dass gar niemand mehr auf diese verlängerten Ausfahrt, dass gar niemand mehr dieses Angebot nützt. Und es war leider so, dass, so wie es diesen Sommer lief, die meisten nach wie vor in Wasser drab fahren und durch das Dorf hier für Staus sorgen und für Lärm im Dorf Wasser. Also für Wasser war diese Aktion bisher noch nicht gelungen. Also ich bitte hier darum, dass man hier dieses System mit der verlängerten Ausfahrt Göschenen runter bis Wasser, dass man das verbessert. Dort ist noch ein grosses Potenzial da und mit dieser Massnahme kann man auch dafür sorgen, dass oben beim Kreisel Göschenen dann kein Rückstau entsteht, wenn man auch Wasser noch bewirtschaftet. Ich bin sicher, Jürgen Röthusberger mit seinen Leuten und den Kantonen versuchen, jetzt da etwas herauszuholen. Das zweite Problem, das wir noch haben, ist, wenn der Stau eben länger ist als 12 Kilometer, also unter die Ausfahrt Erstfeld. Ab dem Moment fahren eben alle in Flöllen und Altdorf, fahren die drab und durch die Gemeinden. Hier bitte ich, zu prüfen, ob es nicht möglich ist, die ganze Angelegenheit grossräumiger anzugehen. Also dass, wenn der Stau bis Ripshausen ist, dass man schon vor dem Selisberg versucht, den Verkehr anzuhalten, damit gar nie jemand oder gar nie ein Navi auch zur Meldung kommt und die Leute automatisch drableitet. Also das ist eine weitere Massnahme, wo ich eigentlich der Bezeugung bin, dass es gelingt, hier dafür zu sorgen, dass der Verkehr gar nicht erst durch die Dörfer fährt. In diesem Sinne, meine ich, ist sicher noch Potenzial da, um dieses Ausbrechen auf die Kantonsstrasse zu verhindern oder zumindest stark zu reduzieren. Jetzt ist eben noch dieser Unfall passiert im Gotthard-Straßentunnel. Die Decke ist da runtergekommen, es war kein Unfall. Aber es hat dazu geführt, dass natürlich alles während dieser Woche, es war zum Glück nur eine Woche, ab besten Dank da für das schnelle Handeln, hat dazu geführt, dass sich der ganze Verkehr über den Pass ging. Da kamen jetzt auch die Schölenen an die Grenze. Dort empfiehlt es sich zu überlegen, ob man nicht die Dosierstellen in Göschenen und in Arolo auf der Autobahn dazu nutzen könnte, den Verkehr dort etwas zurückzuhalten, damit weniger Verkehr dann durch die Schölenen rauf und durch die Tremola runter, ich sage es jetzt mal so, obwohl ich weiß, sie fahren nicht die Tremola, aber zumindest die Südseite runter, dass dort zügig gefahren werden kann. Ja, ich weiß, es ist nicht ganz einfach, ich bin in diesem Sinne zuversichtlich, dass es gelingt, wenn man gut zusammenarbeitet, diese Situation zu verbessern. Es wurde schon viel getan und wenn man gut zusammenarbeitet, kann noch viel anderes verbessert werden. In diesem Sinne danke ich an den Bundesrat, uns in diesen Bestrebungen weiterhin zu unterstützen. Besten Dank Herr Dietli, das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Ich sehe keine Wortmeldung. Herr Bundesrat, Sie haben das Wort. Danke Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Steinderat, Dietli kann Ihnen versichern, dass wir das tun. Als Selbstbergler bin ich natürlich schon sensibilisiert, wenn grosser Transitverkehr durch die Dörfer geht und ich darf Ihnen versichern, dass hier wirklich alles daran gesetzt wird. Ich möchte Ihnen danken für die positiven Worte gegenüber dem Astra. Der Präsident, der Direktor ist selbst hier anwesend und hat auch Ihre Ausführungen zu den verschiedenen Punkten gehört und wird das sicher in seine Prüfungen aufnehmen. Sie dürfen wirklich versichert sein, dass wir die Situation am Gotthard, wie sie jetzt nach Eingang ihrer Interpellation sich noch verschärft hat, für Bahn und Auto sehr, sehr ernst nehmen. Es ist die Transitachse, es ist das Nadelöhr für die Schweiz, das sind wir uns bewusst. Und die ortsansässige Bevölkerung ist natürlich entsprechend mehr betroffen, wenn es dann noch solche Ereignisse gibt. Und hier ist, was die Bahn anbetrifft, das Bundesamt für Verkehr und was die Strasse anbetrifft, das Astra wirklich mit höchster Priorität daran. An Astra ist es jetzt innerhalb einer Woche gelungen. Bei der Bahn geht es etwas länger. Aber ich darf Ihnen versichern, dass wir dem wirklich höchste Priorität beimessen, was die Sanierungen anbelangt, die hier notwendig sind. Betreffende Verkehrsmassnahmen, dass Umwegverkehre verhindert werden, da werden verschiedene Verkehrsmanagementmassnahmen getroffen. Sie haben einige davon erwähnt. Wir haben ja auch vom Postulat Stadler Verbesserung des Verkehrsmanagements und der Umgang mit Ausweichverkehr Kenntnis genommen, Nummer 22.4044 und wir haben dieses Postulat zur Annahme empfohlen, der Bundesrat und werden in diesem Rahmen die ganzen Massnahmen oder den Massnahmenfächer, der hier geöffnet wird, prüfen und konkrete Vorschläge machen. Diesen Arbeiten kann ich im Moment nicht vorgreifen, aber diese sind für uns sehr wichtig. In diesem Sinne arbeiten wir in Kenntnis der schwierigen Situation mit Hochtouren an diesen Massnahmen. Besten Dank, Herr Bundesrat. Damit ist das Geschäft erledigt. Nächste Interpellation ist die Interpellation von Frau Wara, Fahrplan 2025 für die Jura-Süd-Fusslinie und danach. Frau Wara hat sich von den Antworten des Bundesrates teilweise befriedigt erklärt. Sie verlangt jedoch keine Diskussion. Das Geschäft ist erledigt. Wir kommen zur nächsten Interpellation. Zopfi, mehr Transparenz bei den Bestimmungen für die Aufbereitung von Fernsehsendungen für Sehbehinderte. Der Interpellant hat sich von den Antworten des Bundesrates teilweise befriedigt erklärt. Er verlangt die Diskussion. Ich erkenne keine Opposition. Herr Zopfi, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, meine Damen und Herren. Ich danke zuerst einmal dem Bundesrat für die Beantwortung meiner Interpellation. Dass der Bundesrat die Wichtigkeit des Zugangs zum Medienangebot für Menschen mit Sinnesbehinderungen anerkennt, ist natürlich positiv zu werten. An sich ist auch gegen den vorgesehenen Weg über die Leistungsvereinbarung nichts einzuwenden. Festhalten möchte ich aber, dass so die Definition dessen, was den Ansprüchen von Menschen mit Sehbehinderungen gerecht wird, delegiert wird. In anderen Bereichen, so zum Beispiel bei der Untertitelung, legt der Bundesrat verbindliche Anteile fest. Aber indem im Bereich der Angebote für Menschen mit Sehbehinderungen kaum konkrete Vorgaben gemacht werden, sind die Verbände letztlich auf das Entgegenkommen der SRG angewiesen. Natürlich kann unter diesen Voraussetzungen flexibel auf technische Entwicklungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen reviert werden, wie es der Bundesrat schreibt. Es sichert aber die Leistungen für Menschen mit einer Sehbehinderung nicht vollständig zufriedenstellend ab. Der Bundesrat führt in seiner Antwort auf die Interpellation auch keine konkreten Grundsätze aus, welche zu beachten wären, obwohl diese gemäß Artikel 24 Absatz 3 RTVG vorliegen sollten. Weder die Verbände noch die SRG können sich bei ihren Verhandlungen an diesen Grundsätzen orientieren, da sie eben nicht kommuniziert werden. Ein zielgerichteter Ausbau des Leistungsumfangs liegt unter diesen Umständen vom Entgegenkommen der SRG ab. In der aktuellen Situation ist es höchstens so lange befriedigend, wie die SRG im Zweifelsfall den Verbänden entgegenkommt. Der Bundesrat erwähnt zudem die bestehende Leistungsvereinbarung, welche bis 2027 gilt. Damit Menschen mit Sehbehinderungen möglichst breit vom Servicepublik profitieren können, den sie immerhin auch mitfinanzieren, ist allerdings eine weitere Erhöhung der Sendungen mit Audiodeskription insbesondere auch außerhalb der Zeiten am Abend notwendig. Auch die demografische Entwicklung gilt es hier besonders zu beachten. Ich halte die aktuelle Verordnungsbestimmung für einschränkend und eine Konkretisierung respektive Öffnung der Verordnung in Artikel 7 Absatz 2 RTVV hilfreich und zielführend. Die Verordnung sollte hier der ändernden Realität angeglichen und geöffnet werden. Dies ist eine Aufgabe auf politischer Ebene, welche vertieft geprüft werden sollte. Der konkrete Umfang der radiodeskribierten Inhalte sollte dann weiterhin zwischen den Verbänden und der SRG ausgehandelt werden. Da bin ich einverstanden. Ich fordere deshalb die SRG auf, auf die Anliegen von Menschen mit Sehbehinderungen weiterhin und noch deutlich stärker Rücksicht zu nehmen und dem Vertrauen, dass der Bundesrat, wie seine Antwort zeigt, aber auch viele Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler in sie setzen, gerecht zu werden. Danke. Besten Dank, Herr Zopfi. Das Wort ist frei für die Mitglieder des Rates. Wird nicht benutzt, Herr Bundesrat. Danke, Frau Ständeratspräsidentin. Herr Ständerat Zopfi, sehr geehrte Damen und Herren, es ist auch dem Bundesrat wichtig, dass Menschen mit einer Sehbehinderung der Zugang zum Fernsehen ermöglicht wird. Er hat in der Verordnung dazu die wichtigsten Rahmenbedingungen festgelegt, wie Sie es auch erwähnt haben, nach denen Sendungen aufbereitet werden müssen. Zudem muss die SRG diesen Leistungsvereinbarungen mit den Verbänden abschliessen, die die Interessen von Menschen mit Sinnesbehinderung vertreten. Und wir sind der Auffassung, dass dies durchaus flexible Lösungen ermöglicht. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen der SRG. Die SRG muss zum Beispiel dafür sorgen, dass der grösstmögliche Anteil der Sendungen der ersten Fernsehprogramme zwischen 18 Uhr und halb 11 Uhr abends für Sehbehinderte aufbereitet ist. Dazu schliessen die SRG mit den Behindertenverbänden die erwähnten Leistungsvereinbarungen ab. Die aktuelle Leistungsvereinbarung gilt bis Ende 2027. Darin ist vorgesehen, den Umfang der Sendungen mit Audiodeskription von aktuell 1200 Stunden pro Jahr auf 2000 Stunden im Jahr auszubauen. Damit kann eine Verbesserung stattfinden, die zwischen SRG und den Verbänden ausgehandelt werden kann und gehe auch davon aus, dass dies auch erfolgen wird. Besten Dank, Herr Bundesrat. Damit ist dieses Geschäft erledigt. Wir kommen zur letzten Interpellation für heute Vormittag, 23, 38, 39. Interpellation stark, Kaskadennutzung von Holz. Der Interpellant hat sich von den Antworten des Bundesrates befriedigt erklärt. Er verlangt keine Diskussion. Das Geschäft ist erledigt. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am Ende. unserer heutigen Tagesordnung angelangt. Es gibt keine Mitteilungen des Sekretariats. Wir sehen uns morgen um 8.15 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Die Sitzung ist geschlossen.